Wenn du die Veranstaltung aufhörst, verspürst gegen den Willen des Volkes. Wir alle sind das Volk und jeder von uns ist friedlich und wir lassen uns das nicht gefallen und wir gehören zusammen. Wir sind friedlich. Die Polizei tut uns nichts. Die Polizei ist unser Freund. Und die Polizei sind Familienväter, sind Familienmütter und die Polizei will das auch nicht. Und deswegen seid friedlich, bleibt auf eurem Platz und dann muss die Polizei uns alle wegtragen. 1,3 Millionen. Wir müssen zum Kanzleramt. Wir müssen zum Kanzleramt. Wahnsinn. Die Polizei kommt jetzt wahrscheinlich ehrlich gleich von der Bühne getragen. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt alle hin, dann wird uns der Strom abgedreht. Also bitte alle hinsetzen. Lasst euch zur Not wegtragen. Das machen wir nicht mit. Zur Not müsst ihr mich verhaften. Okay, liebe Freunde, ihr seht, was hier los ist. Unglaublich. 1,3 Millionen Menschen. Bitte, Hände hoch. Poste das neue Netzwerk. Start es weiter. 15.000 schweizgroße Milchenblätter. Unglaublich. 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. Nein, wir wollen friedlich sein und hoffen, dass wir von Israel auch das hören, was unser Einzelwald gesagt hat. Wir wollen Frieden, ihr wohnen. 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 Feuer! Wir haben die Millionen! Feuer! Wir haben die Millionen! Feuer! Wir sind hier alle! Wir sind hier alle! Wir sind friedlich, wir lassen uns hier aber nicht zu einem Stab schikanieren. Setzt euch hin, lasst euch zu uns alle tragen und reinappellern die Polizei. Ich bin auf YouTube live, ich bin der einer der wenigen Live-Füßten rausgehen. Aber wer ist mit dem Chef hier? Ähm, wer ist der Chef? Der sitzt oben? Nee, nee, der steht. Welcher, welcher? Wer kann mich oben lassen? Weil ich bin live. Wer kann mich oben lassen auf die Bühne? Ich bin live auf die Bühne. Ich bin live. Mach mal nach. Wer? Ich bin live auf YouTube. Wir stehen hier auf der Straße des 17. Juni. Ich wollte eigentlich vorne eine Ehe halten, aber dann halte ich sie halt jetzt. Am 17. Juni 1953 haben die Menschen wieder DDR sich erhoben gegen eine Diktatur. Viele Menschen gingen hier auf die Straße. Viele Menschen sind gestorben. Damals rollten Panzer. Heute rollen keine Panzer mehr. Das heißt, wir sind schon ein Stück weit weitergekommen. Aber diese Menschen waren mutig und auch wir sind mutig. Wir lassen uns hier nicht auflösen. Und die Menschen sind auf die Straße. Sie nehmen hier auf die Straße. Der deutsche Staat übertreibt es im Moment. Und das wissen die. Und die haben Angst. Die haben auch Angst. Und wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. Und was ihr nicht wisst, der Markus rechts von mir hat heute Geburtstag und von daher lasst Sie uns doch singen, ein Happy Birthday, lieber Markus und alle mit, denn leider kann es besser als ich, du kannst genau so, wir singen auch hier mit, ich habe wieder ein Zeichen für Frieden und Freie. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Markus, Happy Birthday to you. Mein großer Wunsch persönlich, ich würde mir so wünschen, er hat alles Gute. Was für ein Rätselanwalt, der sich einsetzt, für die Rechte, für die Freiheit. Schaut euch mal an, Siegstolle voll, Brandenburg, Tor voll, 1,3 Minuten, friedlich, hier zusammen. Und man möchte das auflösen. Das ist für mich absolut ein Rätsel. Ich wünsche mir vom lieben Gott, vom Universum, dass wir hier weiter machen, deswegen eure Hände. Kommt! Los geht's mit Zeig zur Üktion des Binders, wir geben nur. Liebe vermitteln wollen! Energie vermitteln wollen! Lasst uns das gleiche in der Welt! Wo ist er denn? Seid geiler Fies! Seid geiler Fies! Seid geiler Fies! Geiler Fies! Wo ist er denn Fies sein? Und bevor ich gehe, einfach Musik aus bitte! Werden startet! Bevor ich gehe, man weiß ja nie, was hier los ist! Werde mich auch mitgetragen! Das ist mein Geschenk an Michael Ballweg! Das kennt man von meinen Powerreden! Ich möchte ein Herz sehen von euch allen! 1,3 Millionen im Herz! Das braucht die Welt! Hoch! Wir können mitmachen! Egal welche Farbe! Egal welche Nation! Zeigt mir euer geiles Herz! Gibt es einen Nachbarweiter für diese drängende Wünsche? Gibt es weiter! Egal wer neben euch steht! Genießt es! 1,3 Millionen Menschen wollen Liebe vermitteln! Guckt euch an! Links und rechts! Angereicht! Weltweit! Meine Kollegen aus Mallorca angereicht, die das aufbaut! Martina! Es ist zum Heulen! Was hier los ist! Genießt das Herz! Was wir haben! Und wenn man dieses Herz stört! Als Polizist! Dann möchte ich nicht wissen, was das für ein Karma ist! Was das für ein Karma macht! Deswegen! Ich sag viele! Wir sind am Feiern! Friede! 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 Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Friede! Nicht so viele! Es gab 1968 einen Tag auf Frühling! Da gab es ein ganz bewegendes Bild! Und die Welt gegangen ist! Da hat sich ein Mann vor einem Panzer der Roten Armee gestellt! Und die Armee ist stehen geblieben! Das sind Menschen die wir brauchen! Wir brauchen Mut! Wir können nicht immer den Staat fragen, ob er uns unsere Rechte zurückgibt! Wir können einfach friedlich hier bleiben! Ja warte Heiko! Und sie zwingen ihre Masken abzunehmen und endlich Gesicht zu zeigen! Wir müssen uns doch nicht mehr vor einem Panzer stellen! Wir müssen einfach nur sagen, wir bleiben hier! Das wäre super als Zeichen, dass die Sprecher alle sich hinsetzen können! Wir müssen jetzt den Einsatzleiter der Polizei bitten, hier auf die Bühne zu kommen! Wir sollen hier auf die Bühne kommen und erzählen, was er zu erzählen hat! Und wenn die Polizei nicht kommt und was sagt, weil es wurde uns gesagt, sie würden dann kommen und die Veranstaltung auflösen, dann machen wir einfach weiter! Ja! 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 dass die Polizei das verstanden hat, dass auch Menschen, Familien, egal welcher Herkunft, die so viel Arbeit, die so viel Spaß, die so friedlich, keinem mehr muss sein Sohn, ist so friedlich, weltweit! Mann! Ich werde an Dauer. Ich stehe auf die Polizei hier ein, wenn man muss mich zu was hören, deswegen geht es jetzt noch weiter mit einem Song von Schwanz und Reis, das sind die Tür aus dem Thema Fake News. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Deswegen, meine Damen und Herren, hier ist Schwanz und Reis in der Zeit, wo ein Lockdown passiert ist, den Angriffen wiederkommen soll, ist das entstanden, genau das Thema, was ich ja jeden Tag passiert ist, ich habe so viel Shitstorm, so viele Partner, die ich verloren habe, aber ich stehe für die Freiheit ein, ich lasse mich nicht umgehen können, in Kameras komme. Deswegen viel Spaß! Hallo Berlin! Ich habe einen Song geschrieben, ich habe einen Song geschrieben, der nennt sich Fake News Media. Ja, ich bin ja der einzige streamer Live, das sagen die Menschen. Ich habe jetzt 3.000, 4.000 Leute hier, die merken das gerade. Ja, meiner läuft noch. Ich halte raus, solange es geht, ne? Ich schiebe den Song ab! Video Nummer 2! Video Nummer 2! Nur in dem wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Ab neu werden viel mehr als jetzt. Die haben alle Streams abgeschaltet, bis auf meinen. Meiner ist der einzige, der noch läuft, sagen die uns gerade. Ich gehe gerade, du sagst hier raus, es läuft live. Wahnsinn. Okay, super, das kommt ja. Und wie sehen wir weiter, Konsequenzen, dass mich und die sozialen Bekannten, die sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen mit der Scheiße, es sind Regeln. Die Unglauben, Unglauben, Unglauben! Und bei so einem Match, wenn man das auflösen kann, ist das Verstehung. Warte! Ich glaube, das sind sich alle Leute einig. Guck, haben wir hier nichts auf, sagen wir, wir haben hier eine Krippe. Vertrauen Sie, liebe Bundesländer, Vertrauen Sie der Welt, Vertrauen Sie den Menschen verstanden. Vertrauen Sie den Menschen verstanden und unter den Menschen auch verhalten. Wir wollen unsere Frieden, wenn die Wahlschmeldung verbreiten, wollen Ihnen ein Schaden... Berlin! Ich habe mich an den Preisen gesehen! Ich werde mich an den Preisen sehen! Das ist doch gar nicht wahr! Das ist doch gar nicht wahr! Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich das Kraft, Der Live-Spiegel kann nur bei einem Freund, nur Samuel kann ihn gerade bringen, weil er über seinen Schweizer Ernest hier drin ist. Wir haben alles hier blockiert, alles. Es kommt gar nichts mehr damit rein. Und du wirst dir das vorstellen, eine halbe Stunde, bevor bekannt gegeben worden ist, dass hier die Demo aufgelöst wird, stand es schon bei Spiegel Online überall drin, kam die Meldung los. Das ist eine konzentrierte Aktion. Das ist eine wahre Verschwörung bei der Tür, was ihr hier erlebt habt. Es sind weit über eine Million Menschen hier. Eine Million Menschen. Wir erkannt haben, es reicht, was hier abläuft, ist historisch, original gewesen in Deutschland. Ich sage euch, meine Lieben, die Zartfastern gesperren die Tube. Ich werde euch weiter informieren. Wir haben noch ein Freund Samuel Eckart rein. Wir haben die ganze Zeit. Wir haben den Kopf das heißt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Hüge in diesem Tag schlug so wie jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es wahr. Keine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt den Scham. Die Freiheit setzt sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alashiki Evara. Kostrecht ist mir nah. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um ein Sport gegen Sinas. Wir sind in einem Krieg gegen Kiarus. Doch ihr kämpft gegen richtigen Kampf. Wir sind in einem Krieg um Weltkrisen. Doch wir bauen die Nachrichten schließen. Wir sind im Krieg um eine bessere Anlehrung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hässe und Hass. Doch ihr machte Sonnen wegen dem Satz. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr machte Farbe deutlicher Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auf Zahlen für den Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmisstrau. Doch ihr Kinder seid ihr völlig auf Tauch. Wir sind im Krieg gegen Ungemächtigkeit. Doch ihr wollt, lasst es euch gleich bleiben. Wir sind im Krieg gegen sinnliche Gewalt. Doch der Schicksal dieser Menschen ist euch kalt. Jetzt versuchen sie, um Sicherheitsabstand zu machen. Es wird aber nicht funktionieren. Nee, ich kriege die Leute auch nicht weg hier. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News up ist ein Klohn. Ich hab ja auch eine kleine Fan-Dase. Ich hab aber einen gerade erkrankt. Wie kleine ich bin. Weil wir sind noch mehr. Da haben 300 Leute mitgemacht. Aber ein bisschen klassisch höher. Was ist das? Also wenn du nur mit der Sölle sprichst... Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Wir lügen in diesem Zeit. Wir lügen jeden Tag. Doch jetzt seh ich es krach. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schad. Die Freiheit dreht sich zum Traum. Doch der Wiener stand es da. An das sie geht immer da. Postrecht ist mir da. Fake News Media. Danke Berlin. Danke Berlin. Danke Berlin. Mein Name ist Schwarz-Weiß. Und das war mein Song Fake News Media. Fake News Media. Ich danke euch dafür, dass ihr hier seid. Ich danke euch dafür, dass ihr für die Wahrheit einsteht. Ich danke euch dafür, dass ihr euch nicht verbiegen lassen. Ich danke euch dafür, dass ihr hier seid. Ich danke euch dafür, dass ihr hier seid. Ich danke euch dafür, dass ihr hier seid. Danke Berlin. Mein Name ist Schwarz-Weiß und das war mein Song Fake News Media. Also, mir wurde jetzt gerade mitgeteilt, dass die Polizei von hinten, wo immer das auch ist, es sind einige hundert Meter wohl aufgelöst. Das dürft ihr auch nicht. Die Versammlung ist nicht offiziell aufgelöst, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Ich wurde jetzt nochmal darum gebeten, auf die Abstände und die Regeln hinzuweisen. Der Tiergarten ist groß. Es ist hier nicht das Wichtigste, dass alle auf dieser Straße stehen. Allerdings, die Versammlungsfläche endet an dieser Straße. Das heißt, wenn ihr weiter in die Richtung ein bisschen Platz macht, versucht Abstand zu halten, soweit möglich. Das steht im Übrigen auch mit dieser Verordnung drin. Es ist natürlich auch so, dass gemeinsame Hausstände diesen Abstand eben nicht einhalten müssen. Ich habe der Polizei gerade vorgeschlagen, bezüglich der Mund-Nasen-Pflicht, einfach die Ordnungswidrigkeiten aufzunehmen. Und da bin ich auch von gestern rum. Die Versammlung aufzulösen ist Ultima Ratio. Das ist unverhältnismäßig. Ich bitte euch jetzt nochmal, soweit es möglich ist, nutzt den ganzen Platz, nutzt den Tiergarten. Geht ein Stück weit auseinander. Es geht hier jetzt nicht darum, dass ihr alle die sehen und hört, die auf der Bühne stehen. Es geht darum, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass wir uns vom deutschen Staat nicht verarschen lassen. Und zum Thema Mund-Nase habe ich schon genug gesagt. Es sind gesundheitliche Gründe en masse. Jeder, der sie tragen möchte, darf das. Wer sie nicht tragen kann, muss das nicht. Das steht in der Auflage drin. Deswegen. Ich sehe bis zur Siegesäule, ich sehe bis zum Brandenburg-Tor. Ich sehe nur Menschen. Versucht den Platz, soweit es geht, zu nutzen. Verteilt euch in den Tiergarten. Der Tiergarten ist außerhalb der Versammlungsfläche. Da wird die Polizei gar nichts machen. Es geht aber uns jetzt momentan darum, dass wir das tun, was uns möglich ist. Allerdings habe ich das auch schon vor 10 bis 15 Minuten vorgeschlagen, dass ich das durchsage. Und daraufhin habe ich vom Einsatzleiter gehört. Das ist uns egal. Wir lösen jetzt auf. Das wurde dann kurz bestritten. Wir waren aber immerhin mit drei Rechtsanwälten da und mit einem Ballweg. Deswegen jetzt nochmal meine Bitte an euch. Nutzt so viel Platz wie möglich. Geht so weit auseinander wie möglich. Versammlungsrecht ist nicht irgendein Recht, das uns der Spahn oder die Frau Merkel verbieten kann. Doch so etwas hier aufzulösen, wenn das heute passieren würde, geht die Regierung morgen weg. Also, bitte versucht den Tiergarten zu nutzen. Bitte versucht so viel Abstand zu halten wie möglich. Das ist das, was wir hier machen können. Wir können nichts dafür, wenn statt 50.000 200.000 Menschen kommen. Es ist offenbar ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Deswegen versucht so viel Abstand zu halten wie möglich. Danke. Ja, und ich würde jetzt einfach bitten, ruhig zu bleiben. Und würde jetzt mit meinem Programm, mit meiner zweiten Räderanlage fortfahren, ich würde die Technik einspielen. Ich spreche jetzt über Medienpropaganda. Und da würde ich bitten, die Technik jetzt einzuspielen in das Video Nummer 2. Leider scheint dabei manchen die Schlechtigkeit über den Verstand gesiegt zu haben. Der Status quo, als er also zurück zur alten Normalität, ist vielen Wirkköpfe, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nach gerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Madonna, Robert De Viro und rund 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht, nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft wohlführend zu verändern. Ja, der Reinhard Becker ist ein deutscher Fernsehjournalist der ARD, seit Juli 2016 ist er ARD-Chefredakteur, sowie ARD-Koordinator für Politik, Gesellschaft und Kultur. Kurz gesagt, die Programmdirektion Erstes Deutschen Fernsehen, die leitet er und er plant alles, was gesendet wird. Und der Herr Becker hat ganz klar kommuniziert, dass die ARD und das Erste keine neutrale Berichterstattung über Corona leisten wird. Madonna, Robert De Niro und 200 andere Künstler und Wissenschaftler bestimmen darüber, dass Milliarden von Menschen im Lockdown leben. Wir fordern deshalb die Regierung auf, die Rundfunkpropaganda zu beenden. Und uns 50% der Sendezeit der Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung zu stellen. Damit wir die Informationen senden können, die der Bevölkerung bisher vorenthalten wurden. Und da diese Vorderung wohl nicht erfüllt wird, haben wir bereits unseren eigenen Sender LTV am Start, der die Bilder unserer Demonstrationen europaweit über Satellit und weltweit im Internet verprägt. Und ich freue mich jetzt, Heiko Schrank zu begrüßen, der sich seit Jahren gegen die GZ-Kwangsgebühr einsetzt und mit SchrankTV großen Beitrag zur freien Berichterstattung leistet. Lieber Heiko, herzlich willkommen! Hallo Berlin! Diese Kerze steht für Liebe, Versöhnung, Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und dieses Licht tragen wir heute in die Welt. Und ihr seid Teil dieses Lichtes. Ihr alle! Ich hoffe, ich fiege jetzt nicht Ärger von der Polizei wegen Feuerschutz. Das ist aus vielen Namen geteilt. Olli, gleich. Olli, gleich. Mein Freund Olli gerade im Hintergrund. Im Zen-Buddhismus gibt es ein Sprichwort, was sagt, der, der, der schenkt, sagt Danke, dass er schenken darf. Und ich möchte mich heute bei euch allen bedanken, dass ich überhaupt zu euch reden darf. Darf ich sehen von euch anhand der Arme, wer aus der ehemaligen DDR kommt? Bitte mal die Arme hochgeheben. Ich kann euch eins sagen. Ich habe im Oktober 1989 in Ost-Berlin die Welle gesehen. Schaut euch jetzt im Sommer mehrmals eine Welle an. Ich fände ganz langsam an, sich aufzubauen. Und irgendwann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Wir alle sind die Welle! Wir alle! Bis zum Sieg ist, Leute! Ihr könnt euch mit dem Künstlern träumlich vorstellen, dass ihr heute was ganz Historisches geleistet habt. Diese Straße, die Straße des 17. Julis, steht für den Arbeiteraufschlag Läufer 53. Und ich garantiere euch, so wie ich hier stehe, in spätestens 10 Jahren heißt die Straße das 1. August 2020. Warte! Der Möncherte Baldrick hat zu mir gesagt, Heiko, hier gibt es bestimmte Themen, über die reden müssen. Du bist Mann. Du hast mit den Medien zu tun. Die Medien haben nur schlecht über mich gesprochen. Also du denkst, die Medien. Und ich kann es abkürzen mit einem Satz. Eine Ansage von mir, eines der gesamten Mainstream. Geht nach Hause, eure Zeit ist vorbei. Die Leute, die meinen EFZ-Prozess verfolgt haben, ob nun über YouTube oder live vor Gericht, wo das Spiel gesagt hat, da waren nur 200 Leute, obwohl es knapp 1000 waren. Und die Anmoderation, die sagte, dieser Heiko schlag, hasst alle Menschen. Die haben eins gemacht, das verstehen diese Leute nicht. Die haben noch mehr Sympathisant an uns gebracht, mit diesen Berichten, die wir gemacht haben. Noch mehr. Sie leben in dieser Logik, in dieser Welt, in dieser logischen Welt. Ich sperre den Hahn ein und hoffe, dass morgen die Sorge nicht mehr aufgeht. Es wird niemals funktionieren. Und müsst ihr euch das so vorstellen, dass es so, alle diese Menschen, ich fühle mich Teil von euch, wir sind nicht getrennt, ich bin oben, wir sind unten, wir sind alle eins. Und ihr wisst es, ihr spürt es im tiefsten Inneren. Und der Mainstream hat eins gemacht, er hat jahrzehntelang uns geteilt. Er hat den Lebenssinn von uns verkehrt. Und diese Menschen, für die ist, wie gesagt, die sind nur komplett abgelaufen. Komplett. Ich würde es auch vorstellen, so viele Freidinger an einem Haus sind, glaube ich, sagen zu dürfen, hat es noch niemals in der Bundesrepublik Deutschland auf der Straße gesehen. Ja. Ja. Die Politdarsteller in der Politik, die nichts anderes sind, als zeichnungsberechtigte Schriftführer, der Pharmaindustrie und der Hochfinanz. Diese Leute, diese Leute werden nicht mehr uns vorbeikommen. Wenn Frau Merkel zu uns Freidenkern, zu euch allen sagt, springt höher, dann werdet ihr alle sagen, warum? Und wenn die Leute, die zu den Zeugen Coronas gehören und mit Angst mit der Maske rumrennen, dass sie den eigenen Mundgeruch den ganzen Tag fiechen, wenn Frau Merkel das auch zu diesen Leuten sagt, dann werden die sagen, wie hoch, Frau Merkel. Wir lassen uns nicht mehr den Mund verbeten. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Das sage ich euch. An dieser Stelle muss ich immer wieder den letzten Satz sagen, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle, wenn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ich übergebe jetzt an meinen Freund und an einen extrem beschätzten Kollegen von mir, Oliver Jönig, der zwar nicht hier sein kann, aber Olli, ein Applaus an Berlin aus Berlin für dich. Das hier ist eine Videoaufzeichnung. Am liebsten hätte ich live zu euch gesprochen, aber wir hatten Angst, dass das herrschende System dazwischenfunken würde. Deswegen kann ich leider nicht direkt mit euch sprechen, aber ich werde dir eine oder andere Kunstpause machen, in dem ihr dann frenetisch Beifall klatschen könnt. Ich tue einfach mal sowas, ob ich direkt live mit euch spreche. Glaubst du? Ja, ich bin live. Ich habe eine ganz klare Hoffnung erhalten von den Organisatorinnen. Und zwar ich soll über die Videos sprechen und ich soll es kurz machen. Letztes fällt mir Naturlinieer schwer, aber ich tue mein Bestes. Aber das Thema ist auch nicht so schwierig, dass man das nicht kurz machen könnte. Also zunächst einmal, ihr kennt doch sicherlich alle diese Menschen, die sagen, sie wären in der Nazi-Zeit im Widerstand gewesen. Sie hätten nichts mitgemacht. Das sind in der Regel die Menschen, die heute wieder dabei mitmachen, ein totalitäres Regime zu errichten und ihr seid der Widerstand. Genau deshalb gehen wir es genau hoch und versuchen wir uns in die Verschwörungstheoretiker und Nazi-Decke zu schieben, weil sie genau wissen, was sie da tun. Zu den Medien gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber als ehemaliger Längste-Enscheid kann ich euch klagen, was sie tun. Die Massenmedien benügen euch jeden einzelnen Tag. Die Massenmedien beschreiben euch wichtige Tatsachen jeden einzelnen Tag. Die Massenmedien verleuten uns jeden einzelnen Tag. Danke euch, lieber Orli. Einen Applaus für Orli, bei Janisch. Ein großer Fein, ey, klar. Ich möchte noch eins kurz loswerden. Ich weiß nicht, wie ihr euch das mitbekommen habt. Eine gute Freundin von mir ist auch hier in der Stadtredaktion der Apple Times und auch andere, die mir gesagt haben, die Versammlung ist abgesagt worden, sie ist abgebrochen worden. Wisst ihr was? Das wurde eine halbe Stunde vorher, bevor die Melkung kam, bei Spiegel und anderen Mainstream-Medien gebracht. Es ist eine konzertierte Aktion, die gegen uns da ist. Nur noch am Ende. Danke, Heiko. Wir möchten das Ganze jetzt hier beruhigen, weil unser größtes Anliegen ist hier, dass wir friedlich demonstrieren und friedlich bleiben. Deshalb versuchen wir jetzt alle die Emotionen runterzudringen. Das ist auch von mir schwierig, deswegen werde ich jetzt nicht sprechen, sondern jemanden sprechen lassen, der ein bisschen für ein ruhigeres Gemüt bekannt ist. Der Mann im roten Schert und gleichzeitig unser Pressesprecher Stefan. Ich halte hier unser Mikrofon. Okay. Ich möchte gerne also grüß Gott erst mal an alle hier. Ich grüße das göttliche in dir heißen. Es ist ein schöner schwäbischer Gruß. Nina Masté auf Stäbisch. Ich glaube, einige kennen das viele, die sich immer singen. Und ich möchte einfach, dass ihr alle mitsehen. Das wäre ein riesen Traum von mir. Und ich glaube, es wäre ganz gut für das, was hier alles passiert gerade. Ich bin schön, ich bin heil, ich bin wild, ich bin frei. In mir brennt das Feuer der Liebe. Ich bin schön, ich bin heil, ich bin müld, ich bin frei. In mir brennt das Feuer der Liebe. Die Liebe öffnet mein Herz. 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 Und jetzt alle! Ich bin schön, ich bin heil, ich bin müld, ich bin frei. In mir brennt das Feuer der Liebe. Ich bin frei. Ja, und jetzt darf ich kurz auf die Bühne bitten, Honk Frau Hopp. Die haben ja die Busse hier organisiert. und der Alex Ehrlich würde auch gerne kurz zu euch sprechen. Hallo! Hallo, liebe Freunde! Dieser Landweg ist ein Wahnsinn, das sieht man von unten gar nicht so. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist und wie es hier jetzt weitergeht. Ich weiß eines. Viele, viele von euch sind hier aus 134 Städten mit Reisebussen. Zunächst mal danke, dass ihr euch für eine Busreise entschieden habt. Ihr unterstützt ein Gewerke, das unter diesem Corona-Lockdown mehr leidet als jedes andere. Danke für eure Solidarität. Was ich euch sagen kann, egal wie es hier weitergeht, für die Busse geht. Wir haben eine Busreise nach Berlin gemacht. Ihr habt euren Abfahrtszeitpunkt genannt bekommen, die meisten um 22 Uhr und daran ändert sich gar nichts. Ich kann euch allen nur sagen, Berlin ist eine wunderschöne Stadt, ein tolles Reiseziel, egal aus welchem Grund. Und egal, wer uns jetzt hier irgendwo hinschickt oder nicht, wir bleiben, solange es geplant war, mit den Taten in Berlin. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Ja, und ich möchte jetzt alle noch mal bitten, in die Herzenergie zu gehen. Ist in Ruhe. reinkommen zu lassen. Und für mich fühlt es sich so an, dass viele von der Polizei entschieden haben, meinem Aufruf, meiner Bitte, zu folgen, ins Herz zu gehen, da zu bleiben. Und dafür möchte ich mich bei der Polizei recht herzlich bedanken, bei allen, die das möglich machen, dass wir hier unser Programm, unsere Demonstration, unser Versammlungsrecht wahrnehmen dürfen. Und dafür auch noch mal einen riesen Applaus an euch, für euren Mut. Dankeschön! Ja, wir kommen jetzt zu dem Blog Wirtschaft. Ich habe diese Woche gelesen, die Steuereinnahmen brechen ein, Umsatzsteuer minus 17 Prozent, Einfuhrsteuer minus 20 Prozent, Luftverkehrssteuer minus 98 Prozent, Körperschaftssteuer minus 38,1 Prozent, oder Energiesteuer minus 25 Prozent. Und in den letzten Wochen ist mir immer bewusster geworden, dass wir neben einer eigenen Zeitung und einem eigenen Fernsehsender auch eine eigene Währung benötigen. Die Rekordsummen, die von der FED und von der NZB auf Trotzdruck erzeugt werden, die Geldschaffung aus dem Nichts, wird zu einer Hyperinflation und zu einem Währungsreset führen. Wir müssen aber nicht warten, bis es soweit ist. Viele von uns haben bereits angefangen, Leistungen zu tauschen und sich von der Abhängigkeit zu befreien. Ich habe heute keine Lösung, die ich präsentieren kann, aber das Schöne ist, es ist alles schon da. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Konzepten erarbeitet, die bereits zur Verfügung stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt auf Clemens Kubi, auf seine Lebenserfahrung und Weisheit. Lieber Clemens, herzlich willkommen! Ach, es ist wunderbar, mal wieder in Berlin zu sein. Ich bin hier als junger Mann auf und ab gelaufen, was er sagt, 68, 69, um gegen Vietnam und gegen die Notstandsgesetze zu demonstrieren. Aber wir haben gerade gelernt, wie man über Nacht Grundrechte einfach abschaffen kann. Und jetzt haben wir vielleicht noch ein Grundrecht, nämlich einen neuen Bundestag nächstes Jahr zu wählen. Aber die herrschenden Vieren quasi nach der zweiten Welt Kein Sound! So, die Polizei möchte jetzt auflösen und wenn wir uns jetzt den Strom abgehen, ich bin hier nicht recht, wir rufe mich jetzt auf das friedliche Widerschaftsrecht auf Abwürfe 20 Absatz 4 und der 6. Es ist genau für diesen Punkt der Schattenhörer und dem Staat nicht noch mal die Möglichkeit geben, die Deutschen haben eine Zeit von Fassismus als hier und wir können die Tolle erheben am 9. und wir müssen jetzt zu verbreitern. Wir handeln Unrecht und es ist was ihr Unrecht handelt. Schließt sich, schließt euch uns an! Wir weiter ... ... ... ... ... bis zur Siegessäule stellt euch alle hin! Wir müssen hier keine Reden halten, aber wir müssen hier ein Zeichen setzen. Alle auf den Boden sollen sie uns alle wegtragen. Alle nach unten, alle nach unten, alle nach unten, alle nach unten, wir sind tätig, wir bleiben hier. Das, was hier heute passiert, das geht in die Geschichte ein und ich erkläre die Polizei erneut auf. Verweigert diesen rechtswidrigen Befehl. Wir müssen hier aufbauen, wir müssen hier aufwanden! Wir müssen hier aufwanden! Tja, 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 Tja. Setzt euch! Setzt euch! Setzt euch! Hinsetzen! Setzt euch hin! Alle hinsetzen! Alle hinsetzen! Alle hinsetzen! Alle hinsetzen! Hinsetzen! Bitte setzt euch alle hin! Ihr sitzt nicht gefährlich! Ihr sitzt nicht gefährlich! Ihr will keine Gewalt! Hinsetzen! Auch die Polizei soll sich hinsetzen! Alle hinsetzen! Das ist ein Zeichen, das wir gemeinsam halten! Auch die Polizei soll sich hinsetzen! Setzt euch! 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 Das war's für heute. Frieden das Land, Frieden das Land, Frieden das Land! Sie wollen uns das Wahlrecht auch noch nehmen. Sie werden in dieser zweiten Relle eine Unruhe produzieren. Wir sehen ja auch im Prinzip des Gesetze, die Wahl aufzusetzen. Da können wir gerade in Hauptkammer hin. Das ist genau das, was passiert. Ich habe noch eine große Wahl. Ich habe noch eine große Wahl. Ich habe noch eine große Wahl. Frieden, Frieden, Frieden! Frieden, 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 Frieden! Leute, ihr seht, was hier los ist. Es ist unglaublich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ihr wart Live-Zeuge eines zweiten WTC 7. Ihr habt gesehen, wie die Nachrichten über die Events hier vorher da waren, bevor es passiert ist. Es geht weiter. Ich zeige es euch. Ja, also die Polizei Berlin möchte jetzt das Phikopo nutzen. Hört bitte gut zu. Ich würde das übergeben. Und ich habe gehört, egal was passiert, dass die Badel heute in Berlin noch spontan Versammlungen stattfinden. Und dass auch vor dem Reichstag ein angemeldet ist. Schönen guten Tag. Es ist auch heute ein Frühstück der Polizei. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Applaus Die Durchsage richtet sich an alle Personen, die sich im Bereich des 17. Juni befinden und Teilnehmern der Verantwortung der VH1. Die Verfassung hat zum Regnen die Aufnahme, dass ein Wohlstand-Lasenschutz in Frage ist. Diese Aufnahme ist darzeitig nicht nachgekommen. Darüber hinaus werden die Vorbereitung von der VH1. Die Verhandlungsleiter hat keine Wohlstand-Laschleiter, die einzigirurgt werden, dass diese Vorbereitung auf den Abstellern der VH1. Die Verhandlungsleiter wird nicht stattfinden. Die Verhandlungsleiter wird nicht stattfinden. Das ist letzt 16.52 Uhr. Das war die erste Durchsage. Die offensivnde. Nur Fraucessody hört rein. Nur Frau empresa. Wirенерische Ruhe. Nur Frau. Nur Fraues Gulf. Kurinka Stopped. Wir sind hier! 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 Wo? Schaut ihnen in die Augen! Schaut ihnen in die Augen! Markus! 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 Das ist alles friedlich gewesen und erst in dieser Zeit noch ein paar Skalationen. Absolut! Absolut! Leute, setzt ihr euch jetzt in die Augen hin und die Kompaktion an. Die Hälfte der Volk ist toll! So, ist das ein? Die Polizei? Oh, ja! Die Polizei! Oh, ja! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat er gerade gesagt, der Mann hier vor uns. Ich war gespannt, wann der erste mitläuft. Minimal. Das hat er gerade gesagt, der Mann hier vor uns. Es wird jetzt versucht, eine Lösung zu finden hier. Die Polizei ist bisher hier oben bei uns sehr freundlich. Und ich habe schon das erste Mal gehört, dass es eine Lösung geben wird und dass die Sache weitergehen wird. Aber ich glaube, es ist für die Polizei einfach zu viele. Es sind zu viele Menschen, die hier sind. Und wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich habe gerade die ersten Sachen, die ersten Andeutungen gehört, dass es vielleicht eine Lösung gibt. Aber jetzt sieht es wieder gerade weniger danach aus. Viele Polizisten sind am Telefon. Und ihr seht die Menge. Wir sitzen hier und wir gehen nirgendwo hin. Schaut euch das an, meine Lieben. Schaut euch das an, wie viele Menschen. Und jetzt warten wir ab auf das, was da kommt. Irene, vielen, vielen Dank. Das erwärmt mir mein Herz. Vielen Dank. Wir haben hier heute alle eine wichtigere Mission als einen YouTube-Kanal oder einen Livestream. Ich bin froh, dass diese Kamera ongeblieben ist. Viele meiner Kollegen, die gestreamt haben, sind abgeschaltet worden. Ich habe einfach nur gebetet, dass dieser Livestream onbleiben kann. Und offensichtlich ist Gott gnädig heute. Und jetzt geht es hier wieder los. Die Leute fangen an zu klatschen. Und seht ihr das, meine Lieben? Applaus Ich habe so was noch nicht erlebt. Ich habe so was noch nicht erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, dass eine so große friedliche Demonstration aufgelöst wird. Ich habe noch nicht erlebt. Dankeschön, iPhone-Graf. Vielen Dank. Ich habe so was noch nie erlebt. So viele Menschen. Und dann kommt die Polizei. Der Spiegel wusste vor uns Bescheid. Die Presse wusste vor uns Bescheid. Ihr seht also, wie das System funktioniert. Es ist erschreckend. Und hier stehen eine Million Menschen. Die ganze Straße des 17. Juni ist voll. In beide Richtungen. Hier an der Seite, in den Zufahrtswegen ist alles voll. Und die wollen uns nach Hause schicken. Und ihr seid hier jetzt 22.000 Menschen auf dem Stream live. Das musst du dir geben. Sehr geil. 22.000 Menschen auf dem Stream von Samuel Eckert. Ja. Und wir können nicht weg. Denn wir müssen hier jetzt heute die Entscheidung treffen, ob das beendet ist oder ob wir weitermachen. Und ich ermutige jeden, ob ihr dabei seid oder nicht, bleibt standhaft. Bleibt in Frieden standhaft. Setzt euch hin. Wenn ihr Leute zur Verbindung habt in die Menge, sagt denen, die sollen sich hinsetzen. Hier wird keiner nach Hause gehen. Und alle wir, die hier oben stehen für das Volk, wir bleiben auf jeden Fall. Denn wenn das heute von der Polizei beendet wird, dann müssen die uns hier wegtragen. Denn wir haben keine Verbrechen begangen. Es war eine friedliche Demonstration. Es war eine friedliche Kundgebung. Und man versucht hier zu schikanieren, wo es nur geht. Und ich erinnere mich an die Black Lives Matters Demos. Da gab es keine Einwände. Und da waren die Menschen teilweise noch gestapelter als hier. Absolut richtig. Ja, und in diesem Sinne, seht, was hier passiert. Macht die Augen auf. Alle, die das noch nicht wissen. Alle, die das heute zum ersten Mal sehen. Schaut euch an, was hier passiert. Schaut euch an, was hier am Start ist. Schaut euch an, alle Menschen hier in Frieden. Bist du live? Ja, ich bin live. 22.000. Liebe Leute, ihr seid alle live. Das ist eine Geschichte, die im Moment für Schiedsfechtegemeinde. Ich bin aufgeregt. Ich merke das. Wenn ihr vielleicht in dieser Demo seid, irgendwo in dieser Menge, auch wenn ein Handy habt, fangt an, mit Live-System. Unser Live-System ist in der Fallstadt, ist dauernd. Uns wurde das Mikro abgestellt, der Strom hat gesteckt. Wir können nicht mehr live-streamen. Ein paar wenige. Ihr habt eure Handys dabei. Holt sie jetzt raus. Ich spreche bewusst nicht nur zu den Leuten an den Geräten irgendwo da draußen. Ihr, die hier 1,3 Millionen seid und vielleicht zufällig gerade das Ding noch anhabt, weil ihr ganz, ganz da hinten am Raten, wo ihr das Tor steht oder ganz, ganz da hinten an der Siegessäule. Bitte nutzt diesen Moment. Holt eure Handys raus. Versucht das mit Live-System. Wir haben keine andere Echtzeitübertragung da. Wir wissen nicht, was passiert. Aber egal, was passiert. Wir müssen alle Kameras rausholen, die wir haben. Und wir müssen denen sagen können, dass das in Echtzeit übertragen wird. Und wenn die eine Reproduktion oder Verkreiswasser aufgeschwürzt, dann sehen wir diese Bilder alle live in Echtzeit. Aber ihr müsst mithelfen. Holt eure Handys jetzt raus. Dafür habt ihr sie. Jetzt sagt sie permanent. Ihr macht auf, das allererste, was ihr tut, ist das Handy zu kloppen. Holt jetzt mit eure Handys raus. Viel Spaß. Ich danke euch. Hast du wirklich alle live bei dir drauf? 23.000 Leute live. Dann bist du der Einzige, glaube ich, jeden Tag. Nehmen wir mal raus. Meine Lieben, was ihr abläuft, ist unvorstellbar. Eine konstatierte Aktion. Das war vorher alles klar. Die wussten genau, dass sie die Sache ablassen. Die kommen nicht weiter. Die debattieren. Sie machen was. Was wollen sie machen? Wollen sie Panzer bringen? Wollen sie das Bomben schmeißen? Eine Million Menschen. Lassen Sie nicht so einfach weg tragen, Leute. Wir sind noch mehr und immer mehr Menschen erwachen. Jetzt ist die Bende raus. Leute, danke, dass ihr dabei seid. Was ein legendärer Tag. Danke, dass ich hier sein kann. Nur wegen euch. Ohne die ganzen Abonnenten hätte man mich hier bestimmt nicht eingeladen. Insofern vielen, vielen Dank. Es sind hier gerade 23.000 Menschen live auf diesem Stream. Das ist unglaublich. Hier sind eine Million Menschen vor Ort. Vielen, vielen Dank für die Spenden, die ihr wieder hier gerade für die Unterstützung. Danke, danke, danke. Hier geht keiner nach Hause. Schaut euch das an. Hier, wir sind alle auf der Bühne. Die Polizei berät sich. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Denn das sind zu viele. Und ich hoffe, dass Sie... Hi, grüß dich. Danke. Dankeschön, Regina. Vielen, vielen Dank. Und die Sprecher sitzen hier. Das Schlagzeug wurde unterbunden. Darf nicht spielen. Der Strom wurde abgestellt. Jetzt stellt sich hier vorne die Polizei auf, wie ihr sehen könnt. Hier unten, seht ihr schon, stehen sie schon. Und hier hinten an der ganzen, an der Seite steht die Polizei. Und vielen, vielen Dank. Gut ruhen. Vielen Dank. Marcus. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, meine Lieben. Und hier sind unsere Redner, die auf der Bühne sind, egal wie alt sie sind. Jeder steht hier ein für das, was er glaubt. Und es ist eine friedliche Demonstration. Schaut euch das an, die Menschen. Schaut euch an. Ihr könnt das Brandenburger Tor da hinten erkennen. Das ist alles voll. Das ist alles voll. Und hinterher bis zur Siegessäune. Torsten Schulte ist noch mit dabei. Hier vorne ist Anselm Lenz, die ganze Sprecher. Der Mann mit dem roten Shirt, Stefan Bergmann. Heiko Schrang ist hier. Hier, unser Musikbeitrag. Wahnsinn. Wahnsinn. Ragusa, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Astrid, vielen Dank. Vielen Dank. Michael, danke schön. Danke schön. Vielen Dank, ihr Lieben. 24.000 Menschen live auf YouTube. 24.000 Menschen live gerade jetzt. Torsten Schulte ist hier. Ruhe. Ruhe. Und ich bitte euch alle jetzt, ihr seid jetzt ganz ruhig, ihr seid jetzt ganz ruhig bitte, seid doch einfach ruhig bitte. Ruhe! Achtung, Achtung, es erfolgt eine zweite Durchsage der Polizei. Und ich bitte euch nicht mehr auf, wer ist jetzt zur Nachdenkarte der Polizei, du bist aber nicht so gut. Ruhe! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist ziemlich wohlkünftig ausgelöst. Das bedeutet, wir sind in der Entgernungspflicht. Mit Angewicht wird das ja nicht noch anders aus. Das war nicht zweitens, aber der Pritzall nicht sehen die Punkte. Führung an Wettbewerbe vom Papier ausgelöst, die in ausgewählen werden wird, sieht das alsrióchen Corona für und kraft. Der Schwarz Josef dafür wird gewinnen, Die aktiviert die Gewalt werden gespeichert. Leute daheim oder was? Ja, 25.000 sind live jetzt hier. Ja. Und das ist die ganze Zeit durchgelaufen. Als einziger Stream, alle anderen haben sie down genommen. Ja. Ich meine, das ist die ganze Zeit durchgelaufen. Ja, ist so geil, Alter. Ja. Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit, sind des Glückes und Abwand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Wow, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. Den Saftabdreh. Also, ich habe 26.000 Leute live, wenn ich das da raushaue. Wo ist der Michael jetzt? Ich weiß nicht, wo er ist. Dann lass mich den 26.000 Menschen live hast. Ich habe gerade Michael Ballweg vorgeschlagen, dass wir alle Menschen auffordern, zum Reichstag zu gehen und eine Sitzbrokade zu machen. Eine Sitzbrokade um den Reichstag herum und ich bin bereit, die ganze Nacht dort zu verbringen. Wir machen jetzt eine Sitzbrokade um den Reichstag. Meine Lieben, schaut euch das an. Ich habe das noch nie gesehen. Schaut euch das an. 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 Vielen Dank, Ragusa. Vielen, vielen Dank. Leute, ihr seid Wahnsinn. Was soll ich dazu sagen? Hier ist jetzt der Moment. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir versuchen zum Reichstag zu gehen und eine Sitzblockade dort zu machen, weil die Straße des 17. Juni ja als Veranstaltungsgelände von der Polizei gesperrt wird oder aufgelöst wird. In diesem Falle versuche ich euch auf dem Laufenden zu halten. Schaut euch das an. Jetzt kommt eine Durchsage. Jetzt kommt eine dritte Durchsage. Jetzt kommt eine dritte Durchsage. Ich bin mie er selbst an. Dort. Jetzt kommt eine Br teen. Bedenk vaya. Jetzt kommt eine dritte Durchsage. Ich bin fünf cultivated durch. Dit hört ihr gut angeht, weil die Chinese喝点 haben. Danke, Monika. Wir drei gehen jetzt dorthin. Wir bleiben hier! 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 Bitte seid jetzt alle ruhig. Bitte seid jetzt alle ganz ruhig. Bitte seid doch alle ganz ruhig. Bitte seid doch alle ganz ruhig. Also, Nana, komm bitte her. Killis, komm bitte her. Nana, komm bitte her. Komm bitte zu meiner Rechten. So, Achtung! Bitte hört mir jetzt gut zu. Bevor ich das sage, sage ich ganz eindeutig an alle gerichtet. Niemals wird von uns Gewalt ausgehen. Niemals. Jeder von euch geht mit uns absolut friedlich jetzt den Weg des Widerstands, des passiven Widerstands. Deshalb melde ich jetzt eine spontane Demonstration rund um den Deutschen Reichstag, den Deutschen Bundestag an. Wir bitten euch stellvertretend für viele andere jetzt zum Deutschen Bundestag zu gehen. Ich selbst, ich selbst werde die ganze Nacht dort in einen Sitzstreik eintreten. Sagt es allen Menschen. Wir gehen jetzt zum Deutschen Reichstag absolut friedlich. Ich habe soeben eine spontane Demonstration angeordnet, angemeldet. Wir gehen jetzt alle zum Deutschen Reichstag. Aber friedlich. Keine Gewalt. Also ihr habt es gehört, meine Lieben. Keine Gewalt. Wir müssen das Gelände räumen, dann wollen wir das Gelände räumen. Und dann werden wir zum Reichstag gehen. Und nochmal auf der Seite hier. Damit ihr alle nochmal hören könnt, seid doch bitte einmal ruhig. Einmal Ruhe. Einmal ruhig. Los denn. Los denn. Wo gehen die Leute jetzt hin? Hör mir zu dann. Ich habe soeben mit Filizmo und Nana eine Spontankundgebung rund um die Bahnmale des Deutschen Bundestages angemeldet. Ich fordere euch alle auf, mit mir dort in einen Sitzstreik einzutreten. Ich selbst werde... Da, Mikrofon. Wie geht das an? Wie geht das an? Und? Ein, zwei, drei. Nana, Filizmo und ich haben soeben eine Spontan-Demonstration rund um den Deutschen Reichstag, den Deutschen Bundestag angemeldet. Meine Bitte. Ich habe es gerade auch auf der anderen Seite gesagt. Keine Gewalt. Wir werden absolut friedlich sein. Sollten Polizisten mich und andere verhaften, werden wir keinen Widerstand leisten. Ich gehe jetzt mit Nana und Filizmo zum Deutschen Bundestag. Und ich werde dort über Nacht in eine Sitzvokale treten. Und ich bitte euch alle, dass ihr euch uns anschließt. Bitte absolut friedlich. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt absolut friedlich zum Deutschen Bundestag. Und wir haben eben eine Spontan-Demonstration angemeldet. Was vermutest du bei der Aktion, die jetzt zu starten wird? Okay, wir gehen uns gleich wieder. Mal gucken. Wir können nur das tun, was wir tun. Jeder von uns kann mit. Guck, da laufen sie. Leute, guck. Schau es da an. Wir gehen los. Natürlich gehen wir los. Wir lassen uns. Nein. Wir lassen uns. Nein. Das ist der Quatsch. Wir müssen noch hierbleiben. Dann sollen wir jetzt weg. Wenn wir hier sind. Das ist der Quatsch. Das ist der Quatsch. Das ist der Quatsch. Wir. Wir sagen 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 wir. Man könnte jetzt wohl meinen Hand in Hand für's Vaterland. Wir sagen wir. Wirsland. Wir sagen wir. Wir sagen wir. Wir sagen wir. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Wir, wir, wir! Wir, 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 wir! Wir, 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 wir haben festgestellt, dass der Indieneschutz nicht genügend hat und letztendlich damit mit einer steigenden Verwandlung aufgelöst. Mit der Folge, dass wir von Entfernung nicht verfolgen. Der wird aktuell nicht nachgekommen. Also sprich, haben wir eine Oranussichtlichkeit mit einem anderen Programm zu bekommen. Was theoretisch die Folge, genau, was jetzt die Folge wählen wird, rein theoretisch, jeder von denen könnte mit Gefahr laufen, eine Oranussichtlichkeitverwandlung dazu. Das ist rein nur von der Frage, was jetzt die Folge wäre. Das hat der Ding aus. Die Frage ist ja nur, wir haben leider ein Schieg, wir wollen keine Installation und wir wollen einen friedlichen, lauten Haus haben. Also es ist gerade zu hören, dass jeder mit einer Ordnungswidrigkeit behachtet werden könnte. Ich frage mich mit meinem orthodidaktischen Laienverstand, wie das dann durchgesetzt werden will mit einem Gesetz, was in § 135 nicht mal als in Kraft gedreht und festgeschrieben ist. Anhand dieser Rechtsbuchunglage, die nicht in Kraft geschrieben steht, soll jetzt hier handelt werden. Das ist hochinteressant. Für die Friedlichkeit, für die Versammlungsfreiheit, das ist alles negativ. Nur Fakt ist, wir sind hier an einem Grunde genommen, ob wir nur gemeinsam kooperieren können und nicht auf Konfrontation gehen können. Wir gehen nicht auf Konfrontation, aber wir gehen im Zahn gar nicht weg. Die Leute gehen ja schon sein, weil wir gehen nachher nahe. Ihnen ist völlig klar, dass der deutsche Staat momentan unter dem Deckmantel von der Pandemie das Versammlungsrecht mit Füßen tritt. Und es wird immer wieder das Gleiche sind. Und deswegen gehen die Leute nicht. Sie werden sich nicht mehr. Warum holen Sie sich die nicht? Das ist im Rahmen der Bundesgesellschaft. Ja, und dann hat man 67 Bundesgabendgesetze. Die sind an einem Punkt, wo sie sich auf ihr 24 Grundgesetz berufen müssen. Aber natürlich kommen wir damit weiter. Weil das über allem steht. Wir reden hier von einer Verfassung. Und sofern wir hier eine Verfassung haben, dann müssen wir auch mal treten, was das bedeutet. Bitte im Ton. Bitte im Ton. Bitte im Ton. Bitte im Ton. Hat doch geil gemacht hier. Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. 30, meine lieben, also die Polizei, die Polizei versucht jetzt und jetzt rücken sie da hinten anschaut, jetzt rücken sie da hinten an live, ihr seht sie hier, die Hundertschaften rücken alle an, ja, Dankeschön, sie kommen, sie kommen, manche sind schon auf dem Weg zum Reichstag, um eine Sitzblockade die ganze Nacht zu machen, aber die anderen Menschen sind immer noch hier, es sind ein paar weniger geworden, aber nicht viel weniger, immer noch bis zum Brandenburger Tor hinten, sehe ich die Leute sitzen, auf der anderen Seite bis zur Siegesäule, da sind jetzt die letzten 50 Meter, die schon leerer werden, aber, das hängt natürlich auch damit zusammen, hängt natürlich damit zusammen, dass die Polizei jetzt hier anrückt und viele Menschen sich aufgemacht haben zum Reichstag, wo unter anderem der Torsten Schulte einen Sitzstreik angehen wird, ich denke, da werden sich später auch noch mehr Leute versammeln. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht, wir müssen schauen, was jetzt passiert, bisher gab es keine Gewalt und die Polizei hat ihre Durchsagen gemacht. Jetzt steht die Polizei hier vorne komplett, einmal. alle fotografieren, benutzt alle eure Handys, fotografieren die Dienstzeichen, Fotos machen, von dir einzelnen Polizeibeamten nur zur Sicherheit. Das heißt von Samuel, das heißt ja hier, dass die Rechtsgrundlage, auf der jetzt hier gehandelt werden will und kann, dass das die OBIG sein soll, die Ordnungswidrigkeiten, die können hier bei jedem geahndet werden, weil wir einfach nicht gehen. Sag mal, hier darf ich dein Publikum mal bitten, einfach mal kurz eine Bitte auszusprechen. Schlag doch mal in der OBIG nach. Paragraf 135, dieser Paragraf soll für das Inkrafttreten des Gesetzes stehen und das Inkrafttreten festzuschreiben ist unumgänglich. Es ist eine Vorgabe, die nicht verbrochen werden darf. Schaut nach, was da steht. Vielleicht findet ihr nur ein freies Feld, wo es drinne steht, Inkrafttreten, aber weder wann noch in welcher Form oder irgendwie, wie das Inkrafttreten eines Gesetzes geschrieben sein muss. Also, meine Lieben, ihr seht, die Lage hier ist äußerst dünn. Jetzt haben wir hier die Polizei, die jetzt normal eine Durchsage machen wird wahrscheinlich. Hier sehen jetzt überall die Beamten. Anselm Lenz. Wahnsinn. Überall hier auf der Bühne sind jetzt Polizisten. Schaut es euch an, hier seht ihr es. Meine Lieben, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist ein Land, in dem Recht und Freiheit gilt. Schade, Deutschland. Ich bin Anwalt, es mag sein, aber ich muss auch gerade rauszunehmen, was die... Aber auch da sind selbstverständlich Informationen sind, die in unserer aller Köpfe sein sollen. Das ist so. Glanzigrunde. Die in unserer Diagnostik. Aber ich bin Anwalt. Was ist das für etwas? Wie geht das für etwas? Das ist das für... Das ist das für etwas. Das ist das für etwas, was wir uns wissen. Der ist ein Lektion. Wunderland, Wunderland, Wunderland! Wunderland, Wunderland! Wunderland, Wunderland! 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 Wunderland, Wunderland! 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 Wo sind denn mal 20.000 Menschen auf dem Halbsandertplatz? Ich bin jetzt nicht nur von Alexander, aber ich bin jetzt hier. Nee, das ist schon klar. Aber wie wurde das denn damals gehandhabt? Ich meine, warum wurde das jetzt gut? Aber es ist ein Unterschied, oder? Von damals zu heute. Das müssen Sie sagen, oder? Ich habe mit dem einen Herrn gesprochen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die glauben an Corona. Da hören die dazu und all die, die hier sind. Aber es gibt nur sehr viel mehr, die glauben an Corona. Und für uns ist das hier ein Risiko. Und deswegen die Auflagen. Jeder soll versammeln. Kannst du jemanden, der Corona hatte und krank war und sich nicht erholt hat? Ja, das nicht. Aber von denen, die Corona hatten und leistet die Corona. Das gilt allen so. Ich fahre nur Taxi, okay? Weil ich die Maske nicht tragen will. Das heißt, ich gehe immer an... Ich fahre nur noch Taxi seit vier Monaten. Weil ich diese Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht tragen möchte. Ich gehe in mein eigenes Geld. Ich war auch selbstständig. Da sind alle Aufträge mitgebrochen. Genauso, wie ganz viele andere, gehe ich in mein eigenes Kapital, um zu zeigen, was hier passiert. Unter anderem mache ich das, indem ich den Transport per Taxi mache. 20 Leute steigen jeden Tag zu jedem Taxifahrer. Ich frage jeden Tag, ich bin gleich fertig. Er hat jeden Tag gefahren. Kennen Sie jemanden? Genau diese Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Der Corona hatte, der nicht nur Grippesymptome hatte und sich nicht wieder davon erholt hat. Die sagen, niemand kennt irgendjemanden. Das sollte Ihnen zu denken geben. Das ist so. Aber wenn Sie die Zahlen sehen, umgerechnet auf 84 Millionen Eingohner, dann ist es nicht so, dass man jemanden kennen muss. Aber darum geht es so gar nicht. Ich glaube daran. Das heißt, wie wird die Polizei jetzt weiter vorgehen? Die Aufreihung der Beamten, wie wird das jetzt weiter vorgegangen? Die Veranstaltung ist beendet. Wir können hier und wir wollen auch nicht mit dem Wald die Leute hier verdrängen. Das geht gar nicht. Einmal wollen wir es nicht und einmal können wir es auch nicht. Aber wir werden es weiter verhindern, dass hier oben auf der Bühne dort standen wird. Können wir die Veranstaltung fortsetzen, wenn wir alle von der Bühne gehen? Nein, können Sie nicht. Die ist aufgenommen. Du hast doch gerade gesagt, auf der Bühne. Die Bühne war nicht leer. Wir halten die Bühne leer. Die Veranstaltung ist beendet, hat er gesagt. Die Veranstaltung ist beendet. Die Veranstaltung ist beendet. Und da Sie sich auch nicht daran gehalten haben, hier aufzuhören und eine Rede beitreten, waren wir die Bühne. Gut. Was ist, wenn alle zum Reichstag gehen? Wenn die Leute der Meinung sind, sie müssen durch ihre Anwesenheit ihre Meinung vertreten. Ja. Dann werden die hier bleiben. Und da bin ich mir ganz sicher, werden sie machen. Okay. Aber mehr ist halt nicht drin. Okay. Verstehe. Und das ist jetzt auch nicht gebreitert. Freifahrt wie von mir, da ist der Druck der Masse. Ja. Verstehe. Wir sind Realisten. Das kriegt ja nicht. Das kann man nicht wegräumen. Das kann man nicht wegräumen. Ja. Das kann man nicht wegräumen. Das kann man nicht wegräumen. Oder sonst was. Außerdem auch dann hätten wir nicht genug Kollegen. Dann bleiben wir hier. Ja, aber nicht auf der Bühne. Okay. Aber wir bleiben hier. Ich kann und ich werde Sie hier nicht wegdrängen. Ja, das ist ja klar. Danke schön. Danke für die Information. Also meine Lieben, ihr habt es gehört. Ja, also auch die Polizei setzt auf friedliche Deeskalation. Die Veranstaltung muss beendet werden. Aber sie haben gesagt, sie werden die Menschen nicht wegtragen. Das sind zu viele. Das heißt... Ach so, ja. Alles klar. Ja. Also sie haben gesagt, sie werden die Bühne räumen. Und werden aber keine Gewalt anwenden, weil die Masse friedlich ist. Das ist auch genauso wichtig. Insofern muss man trotz der Umstände und den Befehlen, die von oben kommen, entsprechend sagen, dass sich die Beamten hier korrekt verhalten. Dass wir im Dialog sind. Man muss seine Befehle ausführen, wenn man im Dienst ist. Das ist so. Man hat zwar das Recht, das zu verweigern. Das muss jeder für sich selber wissen. Das muss man den Individuen selber überlassen, wie sie das handhaben. Aber die Masse ist friedlich und es sind noch sehr viele Menschen da. Und die Veranstaltung wurde von der Polizei dann dementsprechend beendet. Und jetzt gerade habe ich auch schon gehört, dass die Masse sich Richtung Bundestag bewegt. Und um dort zu demonstrieren, Thorsten Schulte ist schon auf dem Weg dahin. Ihr seht jetzt hier, die Polizei ist auf der Bühne und auf allen Seiten stehen die Beamten. Die Menschen sind immer noch da. Es ist Lehrer geworden, hinten zur Siegessäule hin. Jetzt müssen wir von der Bühne runter. Haben wir gerade gesagt, wir müssen von der Bühne gehen. Dürfen nicht mehr auf der Bühne sein. Die Menschen da vorne sitzen noch da. Bodo sitzt noch da. Also meine Lieben, ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt mal runter gegangen. Bodo und die anderen sitzen auf den Boxen vor der Bühne. Die Polizei hat gesagt, dass es eine friedliche Deeskalation gibt. Sie werden das Programm sozusagen unterbinden hier oben mit ihren Menschen, mit den Beamten, die sie da haben. Aber sie können die Mannschaft nicht wegtragen. Die Polizei hat mir gesagt, hier ist Bodo übrigens. Für die, die ihn hier sehen möchten. Nein, die können das nicht. Die geht über die Kräfte hinaus. Die Polizei hat selber Stuhl gegeben. Sie werden es auch nicht machen. Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen. Bodo, 31.000 Menschen sind hier. Wie hast du heute den Tag erlebt? Was ist deine Reaktion zu dem, was passiert ist? Es sind 1,3 Millionen da. Und im Moment muss die Polizei leider Maßnahmen durchführen, die sie nicht durchführen will. Und mir tut das leid, weil die Polizei ist ja nicht schuld an der ganzen Geschichte. Ja, verstehe. Und die Beamten haben sich bisher fair benommen, das muss man sagen? Die Polizei benimmt sich hier sehr fair. Wir werden keinen Widerstand. Wir sind einfach nur hier und wir machen nichts, was verboten ist. Wir sitzen einfach hier und wir sind friedlich. Keiner von uns hat Wappen, keiner von uns wendet Gewalt an. So sieht es aus, meine Lieben. Und das soll der Weg sein, den wir gehen wollen. Insofern werden wir schauen, wie das hier weitergeht. Keiner der Menschen geht weg. Aber wo wir uns hier umsehen, ich drehe ich mal kurz um. Ihr seht hinter mir überall Beamten. Auf der Bühne überall Beamten. Und Heiko Schwang ist hier noch gerade auf der anderen Seite, jetzt oben auf der Bühne, am Sprechen mit ein paar Beamten. Da sitzen noch hier der Mann im roten Shirt. Bodo sitzt hier. Die anderen, die noch mitgemacht haben, sitzen auch hier unsere Musiker. Ihr kennt sie alle. Jetzt wird der Samuel hergerufen. Hi, willst du was? Ich hab's live mit 31.000 Leuten. Wunderbar, wunderbar. Hier wird Markus gerade angesprochen von der Polizei. Wer? Markus. Was wird gesagt? Ja, jetzt sind sie weg. Ja, die haben mich von der Bühne runter geschickt. Insofern müssen wir. Wir wollen, also die sind fair, die haben gesagt. Also sie können, sie werden keinen mit Gewalt hier weg tragen, haben sie gesagt. Ja. Wir müssen hier, weil sie sind zu viele, haben sie gesagt. Ja. Aber, ja, ja, sie haben das gesagt. Aber, ähm, wir müssen jetzt schauen. Ich meine, weil Thorsti ist ja unterwegs zum Reichstag. Ja. Okay, wir brauchen Zeugen. Ja, wir haben Zeugen hier. Ihr seid live dabei. Ihr werdet's, der Mann im roten Shirt, wird weggetragen. Leute, überlegt euch, was hier passiert. Das ist nicht euer Job. Das ist nicht euer Beruf. Das war nicht das, was ihr wolltet, als ihr zur Polizei gegangen seid. Nein, wir haben bereit, dass wir zu verpassen. Schicksal! 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 Leute, denkt an diesen Tag. Denkt an diesen Tag. Leute, denkt an diesen Tag. 32.000 Leute online, 1,3 Millionen in Berlin. Denkt an diesen Tag, meine Damen und Herren. Denkt an diesen Tag. Ich bin wieder live. Schaut es euch an, zum Glück. Nur noch 9.000, aber wir sind noch da. Ich bin wieder live, ja. Schieß los. Konntest du irgendwie herausfinden, wie viele Leute heute hier waren? 1,3 Millionen. Doch, ich habe so viele verschiedene Zahlen gehört. Ja, ja. Ja, die ist da vorne. Gibt es ein Zahn, was wir dann gemacht haben? Er hat gesagt, dass die Analyse sind. Ja, das ist ein Zahnarzt. Das ist das Zahnarzt. Ja, weil es hier ist. Ganz schön anstrengend. Ja, das ist eine Ursache. Hallo. Das war das von drüben. Ja, beißen wir. Ist das Spanisch hier? Ich bin wieder da, mein Handy wurde zu heiß, nicht der Akku ist leer, das Handy wurde zu warm, aber jetzt wurde die Bühne geräumt von der Polizei, ihr könnt es sehen hier oben, ja, die Bühne wurde geräumt, ich bin immer wieder live, ich muss nochmal kurz mein Kabel reinstecken hier. Wartet kurz Leute, ich habe es gleich, so, da sind wir, meine Lieben, ja, also, meine Lieben, danke für eure Unterstützung, ihr seht hier jetzt was los ist, die Bühne wurde komplett geräumt von der Polizei, ich bleibe jetzt ein bisschen im Schatten hier, weil das Handy sonst zu warm wird, meine Frau ist auch hier, alles gut. Also, die Polizei muss auch sagen, sie sind friedlich, die sind, Dankeschön, meine Lieben, vielen, vielen Dank. Wir erleben, das hat die Welt noch nicht gesehen. Wahnsinn. Thorsten Schulte ist auf dem Weg zum Reichstag mit ganz, ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen sind noch hier, Polizei hat zugegeben, ihr habt es vorher gehört, ich habe mit einem Beamten sprechen können, er hat gesagt, wir werden die Menge nicht räumen, weil wir es gar nicht können, es sind zu viele, das heißt, alles, was wir im Moment tun können, ist ein Zeichen setzen, dass die Leute, die hierbleiben, und da sehe ich gerade hinten, die Polizei bewegt sich und sie scheinen zu gehen, schaut mal hier. Also hier seht ihr, Friederike wurde gerade von der Polizei von der Bühne getragen und sagt aber selber, Polizei ist freundlich gewesen, hat es zwar runter tragen müssen, aber war menschlich. Und das muss man ehrlich sagen, viele sagen ja, die Polizei in Berlin ist herzlos, die schlagen darauf ein und so weiter. Es gab ein, zwei Kleinigkeiten, wo anscheinend die Wut übergekocht ist und die Polizei was isoliert hat, aber alles in allem muss man sagen, wir haben sprechen können mit den Beamten, wir wurden fair behandelt, die haben ihre Befehle von oben, sie hätten die auch verweigern können, das ist klar, haben sie nicht. Da scheint anscheinend der Mut zu fehlen oder die Überzeugung. Insofern sind wir... Aber sie verhalten sich im Kontakt, im direkten Kontakt menschlich. Genau, und das muss man sagen, das ist eine gute Sache. Insofern können wir da auch was Positives abgewinnen. So einen Tag wie heute habe ich noch nie erlebt. Das ist unglaublich, wie viele Menschen hier gewesen sind. Und wir sind friedlich. Und wir sind friedlich. Was wir hier aussenden, das geht um die Welt. Und es ist wirklich unglaublich, wie das unterdrückt werden kann in einem freiheitlich-demokratischen Staat. Und was wir jetzt merken, ist, dass wir eine wahnsinnige Macht haben. Wenn hier anderthalb Millionen Menschen kommen zu einer Großdemo, dann sind noch viel, viel, viel mehr zu Hause, die sich nicht getraut haben oder die keine Zeit hatten. Ja. Und die sind auch auf unserer Seite. Deswegen kann ich nur sagen, meine Lieben, das nächste Mal, wenn wieder ein Event angemeldet wird, kommt, kommt vorbei, seid Teil dieses Teams, dieses, was wir heute da geschafft haben. Und wenn der nächste Lockdown losgeht, dann treffen wir uns am ersten Samstag nach Beginn des Lockdowns. Die Städte geben wir auf der Querdenken-Seite bekannt. Aber wir haben den Plan schon, wir haben die Strategie schon, wir treffen uns alle auf der Straße. Meine Lieben, das ist das, worum es hier geht. Und schaut, die Leute sind immer noch da. Hier geht keiner weg. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Und? Meine Lieben, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also was soll ich sagen? Dass die Straße des 17. Juni, dass die Straße, die einen legendären Namen trägt in Bezug auf den Arbeiteraufstand, ihr habt es von Heiko gehört, auch von Thorsten Schulze gehört, dass sowas abgebrochen wird, das ist, kann ich mir in einem freien Staat nicht vorstellen. Also das ist wirklich, ja, was soll man sagen? Ich denke, jeder, der jetzt noch nicht verstanden hat, in welcher Situation sich Deutschland befindet, dem kann man nicht mehr helfen. Wer noch an Freiheit glaubt, wer noch an Recht glaubt, in diesem Land, unter diesem Regime, unter diesen Voraussetzungen. Weißt du, ich fall dir mal eben ins Wort, weil das Schöne ist, dass wir sehen, wie viele Menschen anders leben wollen. Wir wollen anders leben, wir wollen frei leben und wir wollen solidarisch leben. Und wir wollen ein anderes System und das werden wir uns erschaffen. Und alle die, die hier sind und alle die, die zuschauen, wir arbeiten jetzt zusammen. So sieht es aus. Ihr seht, die Leute draußen, es ist wie ein Mann, es ist Wahnsinn, ja. Es war sogar, vorhin habt ihr die Minute gehört von Michael Ballweg, der die Schweigeminute für die Liebe ausgerufen hat. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, wie eine Million Menschen so ruhig waren. Man hat hier nichts gehört, als ob die Straße leer gewesen wäre. Ja, das sind Dinge, die wird man nicht mehr vergessen, meine Lieben. Ihr wart live dabei. Ich bin so froh, dass dieser Stream die ganze Zeit durchgehalten hat. Ich muss jetzt ein bisschen im Schatten bleiben, mein Handy wurde wärmer. Aber was hier abgelaufen ist, das kann man nicht sagen, das kann man nicht beschreiben. Das ist ein Tag, den wir nicht vergessen werden. Und ich glaube, dass diese Botschaft heute in die Welt rausgegangen ist. Wir haben wieder mal einen Beweis, ein Zeugnis. Dankeschön, Ragusa, vielen, vielen Dank. Wir haben ein Zeugnis für die Lügenpresse heute wieder gehabt. Dort wurden kurz nach zwölf die ersten Meldungen über den Abbruch der Demonstration bekannt gegeben. Da war hier noch von überhaupt nichts die Rede. Da waren schon in der Presse die Meldungen draußen. Und ihr seht hier, das erinnert mich sehr an 9-11, als die Presse als erstes wusste, dass WTC 7 runter umgefallen ist. Und 20 Minuten später ist es passiert. Ihr seht, was hier läuft. Ihr seht das Spiel. Ja, und hier seht Markus. Unser Anwalt ist jetzt unterwegs nach draußen in die Menge. Er ist Anwalt. Er kennt sich aus mit der ganzen Geschichte. Er muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Meine Lieben, sowas hat man noch nicht gesehen. Ihr seht, was hier los ist. Ihr seht, was hier passiert. Schaut euch die Menschen an. Schaut euch die Menschen an. Und hier. Die Einzelnen, die aggressiv sind, sind die Polizisten. Wir haben mit Reizgast gespielt. Beide, wie man sie kennt. Die Veranstaltung ist laut Fugzei 16 oder 52. Aber was ist passiert? 16 oder 52. 16 oder 52. Interessant. Das heißt, in dem Moment, wo die mit uns gesprochen haben, hat die noch nicht aufgerissen. Das ist aber interessant. So, wir werden für die Jahre bereits um 13.41 Uhr überlegen und fausen, dass die Veranstaltung, dass die Veranstaltungen abgestattet werden können. Ja, das habe ich auch. Ich habe es auf Sie online gesehen. Ja, das war kurz nach 14 Uhr, habe ich gelesen, die Veranstaltung wurde abgesagt, weil 15.000 Menschen irgendwie und was auch immer. Also, ich habe, ihr habt die Bilder alle live gesehen. Wer jetzt noch anfängt zu glauben, dass das, was in der Presse abgeht, was mit Journalismus zu tun hat, meinen Lieben, dem kann man jetzt nicht mehr helfen. Ihr wart live dabei, ihr habt es gesehen von meinem Handy hier. Ihr habt die Menschen gesehen, die hier waren. Ihr habt gesehen, dass es friedlich war. Ihr habt gesehen, dass hier kein Grund gegeben war, diese Veranstaltung abzubrechen. Als Black Lives Matters vor vier Wochen mit 20.000 Leuten auf dem Alexanderplatz waren, da hat kein Mensch was gesagt. Und das, was heute hier abgegangen ist, ist ein Armutszeugnis für die Freiheit, ist ein Armutszeugnis für die Demokratie in diesem Land, ist ein Armutszeugnis für das Grundgesetz, ist ein Armutszeugnis für Angela Merkel, für den Start Berlin. Das ist einfach so, anders kann man es nicht sagen. Hier gab es keinen Grund, auch nur ansatzweise eine Veranstaltung abzubrechen. In diesem Sinne haben wir es aber trotzdem akzeptiert. Ihr seht, die Menschen bleiben hier. Barbar, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und die Menschen sind immer noch hier. Ihr könnt es sehen, ja. Sind alle noch hier. Über uns, über uns, über uns, über uns ist der Polizeihubschrauber, wenn ihr ihn sehen könnt, ganz hier oben, da kreist er über uns. Meine Lieben, schaut euch das an. Schaut euch das an. All die Arbeit, die hier reingeflossen ist, die Organisation, die Genehmigung, alles das. Und alle wurden sie belächelt, dass keine 500.000 kommen, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, 80 schaffen. Es wurden im Endeffekt eine Million, manche sprechen sogar von mehr. Und 1,3 Millionen Menschen, ja. Und drüben ist ein Redner, der angekommen ist, wenn wir uns gern sprechen. Wer? Ein Alter, sag ich. Du kennst den dann. So, ich werde anscheinend irgendwo verlangt. Ich komme nicht da durch. Da darf ich lang, oder? Ja, ich will nicht da hin. Da außen rum, darf ich? Ich kann es probieren. Achso, danke. So, wir können mal kurz hier außen rumlaufen. Jawohl. So, meine Lieben. Also, ich laufe mal kurz hier entlang. Ah, schau mal hier. Ja, den, ihn kenne ich auch. Grüß dich. Hi. Hi. Ja, meine Lieben. Ich habe hier zwischenzeitlich fast 30.000 Leute live. Jetzt sind 26.000 dabei. Also, unglaublich, was hier passiert. Also, Deutschland, merkt euch diesen Tag. Schaut euch an, wen wir getroffen haben hier. Was gibt es für dich? Was möchtest du sagen? Sag was. Ja, also, es ist ja immer wunderbar, dass hier so viele Leute sind, die friedlich demonstrieren, ihr Grundrecht wahrnehmen, natürlich auf Rede und Meinungsfreiheit. Das ist wunderbar. Und auch jetzt finde ich es vorbildlich, wie ruhig und friedlich hier die Menschen sind. Ja, das muss man sagen. Das ist erst mal das Schönste und das Erste. Es war ein wunderbarer Tag mit Hunderttausenden von Menschen hier. Wir haben auch, und das ist halt eine ganz, ganz, ganz tolle Sache noch dazu, haben wir ein internationales Ärztetreffen auch hier gehabt. Und zwar die Ärzte für Aufklärung. Super. Zusammen mit den internationalen Ärztevereinigungen. Wir haben vor einer Woche in Spanien die Medicus Polavadat gegründet und hatten dort eine Pressekonferenz in Madrid. Und ja, das war ganz, ganz toll. Die Leute haben auf der Straße gesungen und gefeiert danach. Und wir hatten, das ist noch nicht, war keine Woche her, über drei Millionen Aufrufe auf YouTube. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und schön, dass wir das jetzt auch hier mit reinbringen können. Absolut. Also ich muss ehrlich sagen, ich war oben auf der Bühne vorher. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe diesen Umfang von Menschen noch nicht gesehen. Jeder Einzelne, der hier ist heute, ihr habt Großes geleistet. Du hast noch keine Love Parade mitgemacht. Ja, aber das ist ein anderer Grund. Dieser Grund, die Menschen zu vereinigen, ist schwieriger. Und ich glaube, heute haben wir ein Zeichen gesetzt. Sebastian. Ja, wir haben ein Zeichen gesetzt. Aber meine Lieben, schaut euch an. Die Menschen sind alle noch hier. Ja, schaut euch das an. Alles gut. Ja, meine Lieben. Ich gebe mal wieder ein bisschen in den Schatten. Sonst gibt mein Handy wieder den Geist auf. Genau. So. Dann können wir. Samuel Eckert wollte ihn auch kriegen. Ich wollte ihn schon überzeugen. Ich wohne in Panama. Ja. Und die ganzen Stiftungen von Samuel Eckert verbreitigen ganz Zentralamerika. Super. Danke. Ja, wollte aber gewinnen, nach Panama mitzukommen. Ich hatte keine Ahnung vom Vergleich, von den Zahlen von gar nichts. Schau, du bist live direkt. Okay, alles klar. Den muss ich gewinnen. Also, ich schreibe dich an. Ja, tu das. Hast du sehr mit mir ein Zeichen gesetzt? Ja, ich habe alles. Du musst dir vorstellen, die Leute produzieren nur Fälle. Ohne irgendeinen Vergleich. Die haben fünf Monate Quarantäne und kommen nicht aus dem Haus raus. Die brauchen wir in Samuel Eckert. Ich werde cool, was du tun sollst. Ich werde cool, was du tun sollst. Wir haben die Statistiken dafür. Ja, wir haben die Statistiken dafür. Ja, wir haben die Statistiken dafür. Hier, es wird gerade Wasser verteilt. Mal schauen, wie es weitergeht jetzt. Also, es ist, was soll ich sagen? Es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich bin wieder im Schatten für euch, dass das Handy online bleibt, weil das wird in der Sonne immer wieder sehr warm. Jetzt ein bisschen runterkühlen hier. Wahnsinn. 26.500 Leute in der Spitze. 31.000 Leute live gewesen. 1,3 Millionen Menschen hier. Voll geil. Ja, Wahnsinn. Also, was hier passiert ist, ist absolut Hammer. Schau dir hier, sagt Hallo. Hi. 26.500 Menschen schauen zu. Ja, freut mich. Warum seid ihr denn da dabei? Meine Lieben, jeder Einzelne zählt, was hier heute passiert ist. Ich kann es nicht immer wiederholen. Danke auch. Ja, meine Lieben, schaut euch das an. Deutschland, erinnere dich an diesen Tag. Deutschland, erinnere dich an diesen Tag. Kannst du den Melitien treiben, ob er ja nicht Ordnung ist? Meine liebe Zeit. Die Polizei sagt, sie kann die Menschen nicht entfernen. Es sind zu viele. Und genau so sieht es aus. Ich gehe noch mal kurz vor in Richtung der Menschen, die hier immer noch sind, alle. Die immer noch warten. Ja, die nicht wieder nach Hause gehen. Schaut euch das an. So was habe ich noch nicht gesehen. Meine Lieben, hier rum geht's. Darum geht's. Ach, schau mal hier. Guck mal hier. Aber ich habe dich gesehen auch gestern. Habt ihr das gesehen? Grüßt euch. Danke, danke für deine Videos. Bitte? Kann ich das nur wenigstens noch hören? Wir dürfen nichts mehr hören. Wir haben alles, alles oder abgedreht. Wo ist der Schuld? Der Schuld ist am Bundestag. Der will die ganze Nacht da sitzen bleiben. Wann braucht er auch die ganze Nacht? Ich habe von der Bühne drüben gesehen, da sind locker 25.000 Leute mitgegangen. Ich filme jetzt noch hier fertig, weil hier bleiben jetzt im Moment auch sehr viele. Wir müssen gucken, wenn die Polizei irgendwas startet, will ich das live haben. Ich habe jetzt hier gerade 30.000 Menschen, die schauen zu. Was ihr machen sollt, ich würde sagen, bleibt erst noch hier. Und ich würde sagen, heute Abend, ich werde auf jeden Fall danach zum Reichstag gehen, weil was hier heute passiert ist, ist ein denkwürdiger Tag. Wer jetzt nicht versteht, dass dieser Start am Ende ist, dass das, was hier passiert ist, nichts mehr mit Freiheit, mit Recht oder mit Grundgesetz zu tun hat. Und das in einem Umfang, eine friedliche Demonstration, so aufzulösen, dass, ja vor allen Dingen, meine Lieben, wisst ihr, es war um 14 Uhr, stand das schon überall in der Presse. Da war beim Fokus, beim Spiegel, überall bei T-Online stand, die Versammlung wurde aufgelöst, 15.000 Menschen wurden nach Hause geschickt. Meine Lieben, das hat, diesen Tag werden wir, werden wir nicht vergessen. Diesen Tag werden wir nicht vergessen. Schade, dass ihr nicht alle oben sein können. Das ist unglaublich. Wie bei der Fanmeile. Erinnert euch an die Fanmeile, als hier alles voll war. Es war alles voll. Das war alles voll. Also ein unglaublicher Tag. Und die Menschen sind hier. Ja, also, unglaublich. Ich habe ja noch von dir einen Vortrag angeschaut, vor kurzem noch. ein Autogramm soll ich geben. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir. Kannst du dich so halten, dass ich schreiben kann drauf? Hallo Samuel. Hi, grüß dich. Ach, schau mal hier. Hi. Cool, ich danke dir. Ja, natürlich. Leute, warte, ich bin auch, ich drehe mich mal um, damit ihr seht, was hier los ist. Schaut hier, mit den Menschen sind wir da. Und machen ein Foto an der Seite um sich gehen. Schau mal hier. Ja, hast du nochmal. Ja. ich bin auch schon wieder weggegangen. Ich bin auch schon wieder weggegangen. Ja, weg. Entschuldige bitte. Ja. Das, was die Menschen für den Energie benutzen, ist vollkommen falsch. Man kann das hier alles anhalten, man kann das drehen, man kann die Polizei wieder raum gehören. Aber wir brauchen ein anderes Werkzeug. Was meinst du denn? Die Sprache ist sehr wichtig. Demonstration wird auch in einer anderen Sprache als Santanisation ausgesprochen. Ich dachte, wir kämpfen hier für Liebe, wir müssen hier für Liebe ein. Das ist ja verständlich. Aber das, was die Menschen machen, die sich Dämonen unterstützen. Das, die sich stellt und versuchen, jetzt zu merken, um irgendjemand zu schüren zu machen, ist vollkommen falsch. Das sind Menschen, die wir gesteuert von Wesen, die man nicht sehen kann. Weißt du, solange das Wichtige ist, guck mal, Gandhi kommt. Solange, aber schaut mal hier Leute. Solange, solange ich bin voll bei dir, dass wir teilweise die falschen Methoden benutzen. Aber schau, die Leute verstehen nicht alles so weit hier. Gandhi sind anders, haben nicht das Wissen und haben andere Ideologien. Das kann ich dir nicht hören. Ich bin echt ein bisschen gegen hier. Echt? Nimm dir die Leute, die du bekommen kannst und erteile deine Botschaft. Verstehst du? Meine Kinder werden von der Familie Rothschild oder von einer, die dort in der Familienfamilie festgehalten. Und ich gehe für Satelliten, die haben Medina geschuldet. Alles wirklich. Das sind Satellisten. Ich gehe für die die größten Satellisten dieser Erde. Weißt du, was ich meine? Ich habe sicher die Selbstständigkeit ein bisschen weiter erzählt, aber deswegen bin ich hier. noch mal wo du das fragst. Ja, darf ich sagen. Hast du vielleicht in Kontakt? Wie du Kontakt freigest? Stand auf unter meinem YouTube-Kanal Samuel Eckert findest du meine Kontaktlage? Wirst du finden, wenn du Samuel Eckert eingefiffst? Scheiße, Serge Gunko. Okay, wir sehen uns. Ich reagiere darauf. Ich brauche wirklich Hilfe. Vielleicht musst du zwei E-Mails schreien. Wir kommen zum Tag wieder zu davon. Ja, richtig. Ich war letztens beim Bundeskanzleramt. Allerschlimmste Gespräche überhaupt. Weil an sich sitzen die Pädophilen immer ganz oben. Ja, und deswegen. Mein Lieber. Ich danke dir. Alles Gute. Aber warte mal. Ich kann mir das nicht so schnell alles merken. Samuel Eckert. Mein Sohn heißt Samuel. Ach, hier heißt es echt? Schaut, meine Lieben. Hier sind die Menschen. Hier sind sie. Alle noch hier. Seht ihr das? Es geht keiner. Alle noch hier. Und Gandhi ist jetzt hier nach vorne gerückt worden. Ihr habt es gerade gesehen. Samuel Eckert. Ja, ECKERT. Bleib sauber. Alles Gute. Danke. Ja, geil. Ja. Ich wohne auch in Zürich. So wie du. Du wohnst auch in Zürich. Aber hier die Schweizer. Auch so Hilfe. Ähm, bei was? So weit seid ihr gekommen. Ich hab Zeit. Kontaktier mich. Was ist da jetzt? Sam at Mira and Sam. Sam at Mira, Mira meine Frau. Und Sam.com. Alles klar, ja. Wie heißt das? Wolf. Ich bin von Zürich. Und hab jetzt Zeit, weil ich arbeitslos bin. Perfekt. Und ich weiß nicht, ich muss sie unterstützen. Perfekt. Danke. Danke schön. Ihr seht, Leute. Die Menschen sind bereit zu helfen. Die Menschen sind bereit, was zu tun für das, was wir alle für selbstverständlich erachtet haben in den letzten Monaten und Jahren. Und hier sind wir heute. Und die Polizei ist immer noch da. Schaut's euch an. Schaut euch an. Das war eine Demonstration für Frieden. Das war eine Demonstration für Freiheit. Und das ist daraus geworden in Deutschland heute. Schaut euch das an. Ja. 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 Grüß dich in der Nordrhein-Westfalen, meine Freunde. Meine lieben Sie, Alter. Ich grüße euch alle. Freutage. Berlin ist immer noch hier. Die Polizei wird nichts tun. Also ich habe mit denen gesprochen. Die Polizei sagt, sie wird die Leute nicht wegschicken, weil sie es zu viele sind. Ja. Ja. Ja, da bist du wieder. Ich liebe dich. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir, wir gehen nicht weg. Perfekt. Wir alle bleiben, weil wenn ihr geht, haben wir verloren. Haben wir verloren. Hier sind so viele Kinder. Ich weiß. Das ist die größte Demonstration, die ich je gesehen habe. Wahnsinn. Berlin ist immer noch hier, meine Lieben. Oh, 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 oh. Berlin ist immer noch hier. Danke. Berlin ist immer noch hier. Bock. 怖. Unsere Bühne. Glück. Frisk, 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 frisk. K raised. Be aktiv. meine lieben deutschland merkt euch diesen tag merkt euch diesen tag deutschland dankeschön für die spende 14 danke gummi wahnsinn vielen dank danke snake danke adi meine lieben ihr seid einfach wahnsinn vielen dank schaut euch das an wir stehen vor einer horde polizisten die menschen gehen nicht leute ich höre gerade hier youtube würde teilweise spenden verhindern habe ich gerade gelesen im chat wenn das so ist weiß ich auch nicht mehr was hier los ist also meine lieben schaut euch das dann schaut euch diesen tag an hier ist aus ärzte für aufklärung schaut euch an hier die leute sind alle hier die sind alle dabei hier geht keiner nach hause torsten schulte ist am reichstag er war der einzige der rede erhalten konnte heiko schrang hat noch kurz eine gehalten und hier ist die polizei schaut euch das an vielen dank adam vielen vielen dank 25.000 menschen zähle ich dankeschön mein lieben markus danke 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 schaut euch das an danke konservativ vielen dank ihr seid absoluter wahnsinn danke 30.000 leute waren die spitze live hier mit drauf 1,3 millionen 1,3 millionen schau hier die menschen die alle hier sind heute und so was ja und ich meine aber ich muss sagen wir sind von der polizei fair behandelt worden da oben der dialog war da die polizisten haben ihre befehle die hätten sie verweigern können aber sie haben das nicht gewählt kann ich vielleicht auch verstehen wenn man da familien zu hause hat und so was macht man das greife veramten und so weiter ja aber schau die menschen hier an ja geil 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 ich wollte was haben die jetzt gekonnt jetzt stehen die leute bis in szene hier bis wir weitermachen ja wir gehen nicht nach hause wir gehen nicht nach hause wir gehen nicht nach hause ja nein nein ach richtig nicht ja diese welt ist für mich im moment zu unvorherzumachen ja 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 ich hab mir gesehen ja 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 Weißt du, was da immer bleibt, was man darf, wenn er unsere Gegend hat sich bewältigt wird? Aber alles gut, das ist ja hilfreich, das ist supergeil. Ich hab deine Rede neulich mal gesehen, Jürgen. Vielleicht, da kann ich auch sehr gut. Weiter soll ich nicht geschafft. Ja, ich hab auch schon gesagt, das Bundesprogramm von der Polizei für die Menschen zu klaren. Ja, das ist langweilig. Wirklich langweilig. Wirklich langweilig. Wirklich langweilig. Wirklich langweilig. Wirklich langweilig. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid, jeder von euch. Danke. Ich weiß nicht, ich denke mal. Wir werden jetzt schauen, wie es weiter geht, aber wir gehen nicht. Ja, wunderbar. Aber wer ist das? Das hat doch kein Mensch durchgeführt. Ja, ich weiß nicht, es sind hier viele. Ich hab gesehen, dass das gewarnt wurde. Es sind einige rund rübergelaufen. Ja, genau. Wenn du die älst, dann geht's doch egal. Ja, wir sind so viele. Ja, das sind so viele. Ich sag mal, was dein Bauch gefühlt ist. Wird das gut? Ich sag vielleicht mein Bauch. Was ist dein Bauch? Ob das gut wird, das Ganze hier? Ja, gibt es die Schwarze? Gibt es die Schwarze? Gibt es die Schwarze? Oder gibt es die Hände? Wir werden erstmal noch wesentlich mehr in die Dunkelheit kommen. Das ist noch gar nichts. Warte, bis das Regime richtig am Aufleuchten ist. Die Leute, die für die Wahrheit einstehen, werden bis zum Äußersten umdrucken werden. Und da wird es nicht um sowas reden wie jetzt, dass man aufhören muss, um Anstattungsplanen. Da wird es so weit wie, dass man entscheiden muss, ob du entweder in die Gefangenschaft gehst, ob du von deinen Lieben getrennt bist oder was auch immer, oder für die Wahrheit stehst. Das ist entscheidend für die Häußerung. Und dann müssen wir sehen wie dann gestehen. Das ist meine Überzeugung. Das sehe ich genauso. Aber die Frage war, wie ist dein Baugefühl? Mein Baugefühl ist, dass es dahin geht. Am Ende wird es immer gut. Davon bin ich überzeugt. Aber wir werden noch durch wesentlich schwierigere Zeiten gedacht werden. Ja, das ist klar. Deswegen müssen wir auch schon. Deswegen seien wir dankbar, dass wir jetzt schon üben können. Ja, das ist doch super. Wir sind aus Freiburg, erinnerst dich. Joel. Ja, ja, ja. Ah, jetzt! Ja, ja, der Hacker! Wahnsinn! 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 Wir sind süß an alle da, ne? Leute, schau es euch an! Alle drei. Voll verständlich. So, warte. Einmal drehe ich meine Kamera nach hier. So, meine Lieben schon. Hält die von der anderen Seite. Die waren hier. So. Wir sind hier. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Und wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Und wir sind viele. Schaue hier mal! Wir sind viele. Ich bin kein Bruder, der weiß auch immer. Ich muss es skipptisch. Aber seitdem ist man auch super. Die ist voll auf meiner Linie. Volle Arbeit! Das ist alles. Freude und Freude und Freude und Freude. Leute, meine Lieben, ihr seht, die Polizei ist immer noch hier und es steht noch auf der Bühne. Die Menschen sind immer noch hier. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Nana ist hier, macht Interviews. Danke, Christina. Christina, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Hi. Was für ein Tag. Alles für gut. Was für ein Tag. Alles für gut. Hier sind die roten, das sind die roten. Wir schauen was. Hier schaut die Kollegen alle an hier. Dankeschön. Bam, bam. Bam, bam. Vielen, vielen Dank. Leute, ihr seid Wahnsinn. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Danke, danke, danke. Was hier passiert, ist entsprachlos. Hier stehen die Menschen mit dem Herzen. Eine Demo, die aufgelöst wurde, weil sich offensichtlich 15.000 Menschen versammelt haben und nicht an die Abstände gehalten habe. Das kann man nicht in Worte fassen. Ihr seht im Hintergrund eine Bühne, wo heute gesprochen werden sollte in Frieden, für Freiheit, wo die Menschen hätten ihre Beiträge bringen können. Ich hatte eine schöne Rede, aber es hat nicht so sein sollen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir ein Zeichen gesetzt. Die Polizei ist friedlich. Dankeschön. Seven of Nine. Oh, ein Star Trek. Meine Lieben, die Polizei geht von der Bühne. Die Polizei ist von der Bühne gegangen. Die Polizei ist von der Bühne gegangen. Na, leider nicht. Aber die Bühne ist leer. Wir wissen noch nicht, was passiert. Wir dürfen nicht weitermachen. Nana ist hier. Samen Ecker war bei mir beim Event. Wir hatten den Sonderband. Mit ihm haben wir es geschafft. Über 700 Personen. Man sieht das Bühne wieder frei. Ich hoffe, dass die Polizei, dass der Staat, der Staat nicht. Wir haben die Polizei. Das Einzige, was passiert ist, ist der KZF-Gabt. Und der Polizei. Aber da sagen wir auch nochmal. Okay, Sorry, kann passieren. Jetzt lassen wir uns wieder machen. Und dann ist alles gut. Weil hier wird keiner gehen. Hier wird keiner gehen. Hier wird keiner gehen. Und es wird mehr. Es wird mehr. Danke, meine Lieben. Ihr seht, Bodo sitzt immer noch da hinten. Hier ist Bodo. Ja, ihr könnt ihn sehen. So, mein Leben, irgendwas passiert jetzt wieder. Es wird am Funk gesprochen. Aber keiner weiß, was. Für mich ist das super. Und das ist wunderschön. Wunderbar. Und Applausung, meine. Und ich habe gesagt, ich habe die Angelegenheit. Und ich habe die Angelegenheit, die zufrieden. Und was jetzt passiert ist, ist der Ester, um zuzugehen. Ich weiß, dass das ein Gefühl verboten ist. Aber trotzdem, wenn man auch hier mit Konsens bewegen. Ich habe allein 30.000 auf dem Livestream. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Bühne ist ja schon mal leer. Wir dürfen natürlich nicht hoch. Ich habe gerade, ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe gerade kurz gefragt, ob wir jetzt weitermachen dürfen. Hat er erst gesagt, ja. Und hat er gemeint, nein, du Scherzkeks. Also, wir haben noch Humor, die Jungs. Insofern bin ich auch dankbar, dass hier alles in Frieden abläuft. Dass hier keine Gewalt passiert. Auch wenn die Polizisten sich dafür entschieden haben, das hier abzubrechen. Aber das muss man ihnen zugestehen. Jeder hat auch da die Freiheit zu tun, was er möchte. Insofern sind wir jetzt hier und warten. Und die Menschen, ihr hört es, der Lärm ist da. Die Menschen sind noch da. Ich habe diesen Tag, werde ich für immer in Erinnerung behalten. Es ist unglaublich, was hier passiert ist heute. Und es ist für alle die, die immer noch nicht verstanden haben, was hier los ist. Die immer noch glauben, das, was hier bei Corona passiert, hat was mit einer Krankheit zu tun oder einem Virus. Meine Lieben, denkt nochmal nach. Kommt zu euch, wacht auf. Erkennen, erwachen, verändern. Meine Lieben. Weil das, was hier heute abgegangen ist, in einem Staat, der sagt, dass er auf Freiheit, auf der Gleichberechtigung für alle Menschen beruht. Auf dem Versammlungsrecht, auf der Religionsfreiheit, auf der Recht der freien Meinungsäußerung und Verbreitung. Damit hat das nichts mehr zu tun. Damit hat das nichts mehr zu tun. Darf ich ein kurzes Wort sagen, Samuel? Du darfst gerne ein kurzes Wort sagen, mein Lieber. Liebe Leute, ich bin der Eli vom Kanal ET Video & Content. Ich halte mal meine Visitenkarte in die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Ich buchstabiere es aber auch gerne noch einmal. ET Video & Content. Samuel war so lieb und hat in seinem Telegram-Kanal mein letztes Video gepostet. Dank auch eurer Unterstützung und dank Samuels Support hat das Video, ich habe jetzt nicht mehr gecheckt, wir hatten lange Zeit kein Netz. Aber ich glaube, eine Viertelmillion Aufrufe erreicht. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich bin noch nicht ganz vom Kaliber von Samuel, aber ich arbeite dran, mein Team arbeitet auch dran. Dauert zwei Wochen. Ich möchte ganz kurz noch ein Wort sagen an ihr alle, die ihr da draußen guckt und vor allem ihr alle, die ihr da draußen steht. Für euch schaut ja einer, das Netz funktioniert Gott sei Dank wieder, diesen Livestream. Ich bedanke mich von Herzen bei euch allen, die ihr da draußen steht, in der Sonne, in der prallen Hitze und dass ihr hier bleibt. Dass ihr trotz allem, was uns hier in den Weg gestellt wurde... In den Schatten. Ja, wir gehen in den Schatten. Warte mal, ich muss ein bisschen in den Schatten, eine Sekunde Leute, sonst wird mein Handy so warm, so jetzt. Genau, viele andere können nicht so leicht in den Schatten. Und bei denen allen, wo muss ich überhaupt hinkucken? Okay, alles klar. Liebe Leute, bei euch möchte ich mich besonders bedanken, ihr Demo-Teilnehmer, die ihr gekommen seid, aus ganz, ganz weit weg. Ihr habt ja das beste Beispiel hier rechts neben mir. Er kommt aus der Schweiz, er hat Stunden auf der Autobahn, okay, in seinem gebührten Tesla, aber ist ja auch egal, auf sich genommen. Jeder auf seine Art und Weise, ja, um hier heute zu sein. Wir sind heute hier und wir haben uns beschlossen, wir gehen nicht weg. Die können uns von der Bühne verbannen, aber die können uns nicht aus der Stadt verbannen. Die können uns nicht aus diesem Land verbannen und wir werden weiter kämpfen. Und das Einzige, was sie heute erreicht haben, ist, dass nächstes Mal noch mehr Leute kommen. Jetzt haben wir die Erfahrung, jetzt wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen, wie wir vorbereitet sein müssen, damit sich so etwas nicht noch einmal wiederholt. Deshalb lernt aus der Geschichte, dafür machen wir sie ja, dafür haben wir sie ja heute geschrieben, damit wir sie nächstes Mal umschreiben können. Vielen Dank für Ihren Support, bleibt dabei, bleibt bei den Alternativen Medien. Sieht aus, meine Lieben, vielen Dank. Danke, meine Lieben. Also, ihr seht, Boto ist gerade hier jetzt vor mir, läuft da vorne entlang, wenn ihr es sehen wollt. Geht jetzt rüber zu den Menschen, schaut hier. Komplett mit Wasser voll, damit er ein bisschen Kühlung findet, weil er ist ganz in schwarz. Ich habe mich heute für ein T-Shirt in Weißen entschieden, nachdem ich heute Morgen mit Heiko noch ein schönes Interview gemacht habe. Und, meine Lieben, schaut euch das an. Die Menschen sind alle noch hier, sind alle noch da. Es ist keiner weggegangen. Deutschland, merkt euch diesen Tag. Ja, unglaublich. Ja, meine Lieben, so sieht es aus. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt ja sowieso alle hier sind, was macht es für einen Sinn, diese Veranstaltung abzubrechen. Die Leute sind sowieso noch da geblieben. Wenn es um Gesundheit gegangen wäre, dann hätten wir ja den gleichen Effekt jetzt, wie wenn wir die Veranstaltung zu Ende gemacht hätten. Insofern seht ihr, wie grotesk das alles ist, wie wenig Sinn das alles macht. Und jetzt müssen wir halt mal schauen. Die Polizisten stehen auch hier. Schaut euch das an, meine Lieben. Ja, meine Lieben, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Mal schauen, wie es weitergeht. Ob dann noch irgendwelche Menschen losgehen zum Reichstag. Die Polizei verteilt jetzt hier auch Wasser, damit die Beamten ein bisschen was zu trinken haben. Weil sie die ganze Zeit hier stehen müssen. In der Hitze, in voller Montur, mit Jacken und so weiter. Da ist es natürlich warm. Wo seid ihr? Ich stelle noch was rein. Oh, du, da hört. Neben der Bühne, ne? Okay, geil. Ja, aber es ist keiner nach Hause gegangen. Es sind alle noch hier. Und insofern trinke ich mal kurz was. Das sieht. Haben wir Wasser? Ein normales Wasser. Aber ich gebe mir, wo die Schorle geht auch. Der Mann braucht ein wunderbares Schild davor. Sekunde, meine Lieben. Mal kurz Wasser tanken hier. Ich weiße Apfelschorle. Schaut mal, das für den Mann muss nur Wasser, wenn er Wasser tanken kann. Und das ist nicht. Wenn du Wasser wählen, auch wenn du hier noch Wasser wählen kannst. Wir haben drückter Schorle. Was ist die von der Schorle? Schaut alle zu. Hier, sag mal einen schönen Gruß. Hallo Mann. Hallo Mann. Ja, meine Lieben. Hier sind alle da. Alle mit am Start. Wahnsinn. Also dieser Tag ist, was soll ich sagen. Mein Akku ist jetzt auf der Hälfte. Ich habe alles reingehauen, was ich da hatte. Wir sind seit fast drei Stunden live jetzt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Klicks dieses Video hat. Ich will gar nicht wissen, wie viele ihr schon unterstützt habt alle. Ich bin begeistert. Ich komme, ich komme. Tobias. Vielen, vielen Dank Tobias. Dankeschön. Vielen Dank. René, vielen Dank. Ihr seid echt die Allergrößten. Markus. Vielen, vielen Dank. Ach, 26.000. Markus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank von Herzen. Von Herzen. Meine Lieben, ich gehe noch mal kurz hier entlang. Also hier seht ihr Hans-Peter. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank Hans-Peter. Ich habe immer noch eine Flasche Wein für dich von einem Fan von dir. Der hat Wein gut. Seit fünf Stunden in Länge renne ich dir nachher. Ich weiß nicht, wo hast du denn Tasche? Ich bin noch da. Ich gebe da hinten. Okay, Wahnsinn. Fünf Stunden, verfolge ich dich schon. Richtig. Ja, meine Lieben, schaut es euch an. Alle sind noch hier. So, schauen wir uns das mal von Nähe an. Jetzt geht es jetzt rein. Jetzt ist das. Jetzt sind sie also. Es ist ein drittes Reich nicht so. Das war 1988. Und es war der Kino. Und jetzt sieht es heute nicht die weitere Strategie aus. Auch da proben wir. Das ist eine wahnsinnig. Das ist ein Schreck. Ja. Ich bleibe heute. Hier. Meine Dankeschön. Vielen Dank, meine Lieben. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke für eure Bescheidung. Schaut euch hier. Schieß euch an, schieß euch an, schieß euch an, schieß euch an. Alle die Helme abgezogen, die Polizisten. Danke, meine Lieben, danke, danke, danke. Ich sehe die Unterstützung. Wahnsinn. Schaut euch das an. Interviews werden noch gegeben hier oben. Schaut euch das an. Hier, der Matteo. Martin, vielen Dank. Don Raffi, danke schön. Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr seid unglaublich. Schaut hier. Meine Lieben, echt Wahnsinn. Vielen Dank, ein Danke, ein Punkt. Leute, ich kann es gar nicht so schnell lesen, wie ihr unterstützt hier. Ich bedanke mich, ich bedanke mich. Gertraud, danke. Wahnsinn. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Dankeschön. Meine Lieben, was hier passiert, ist groß. Schaut euch das an, hier drüben die Stimmung. Schaut euch das an, die Menschen. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, hygienischer Thomas wahrscheinlich. Dankeschön, meine Lieben. Schaut euch das an, was hier heute passiert. Schaut euch das an, meine Lieben. Claudia, Claudia, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Gmx sagt 20.000. Ich habe das auch schon gehört, meine Lieben. Wer glaubt an 20.000? Glaubst du an 20.000 Teilnehmer? 20.000? Gmx schreibt 20.000 Teilnehmer. Also die letzte Schätzung von der Polizei selber war 1,3 Millionen. Habt ihr das gehört, Leute? 1,3 Millionen. Da hinten ist die Siegessäule. Legendär. Schaut euch hier an, die Kollegen aus den Medien. 26.000 Leute live. Ja, Leute, hier sind anscheinend 17.000 Leute. Magst du mal kurz da draufstehen und da mal noch ein Zeichen? 17.000, anscheinend 17.000. Leute, schaut euch an, 17.000 Leute, ja. Vielen Dank. Schaut euch an. Schaut euch an. Schaut euch an. Schaut euch an. Ich habe so einen Tag noch nicht erlebt. Michael, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe so einen Tag noch nicht erlebt. Schaut euch an. Schaut euch an. Schaut euch an. Vielen Dank. Martine, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alex, die Zahlen sind von der Polizei. Die Zahlen sind bestätigt von der Polizei. Vor allen Dingen, danke schön. Hanna, vielen Dank. Vielen Dank. Andreas, danke schön. Tanja, vielen Dank. Danke euch, danke euch. Schulte hat eine Rede am Kanzleramt. Wer weiß, was vom Kanzleramt, Leute? Wenn ihr was vom Kanzleramt wisst. Bonbon aus Wurst, danke schön. Wenn jemand was vom Kanzleramt hört oder weiß, bitte in den Chat posten. Bolonka, vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Tatjana. Gottes Segen. Stefan, vielen Dank. Merci beaucoup. Dankeschön. Ich habe gerade einen Apfel zugesteckt bekommen, meine Lieben. Wahnsinn. When we go one, we go all. Welche Zahl ist von der Polizei? Von der Polizei wurden bestätigt 1,3 Millionen. Thorsten, vielen, vielen Dank. Gerade eben noch jemand vorbei mit 20 Euro. Wahnsinn, meine Lieben. Wir sind noch mehr. Wir sind noch mehr. Wahnsinn, meine Lieben. Vielen, vielen Dank. Kula, Wahnsinn. Dankeschön. Schaut euch das an, meine Lieben. Es ist keiner nach Hause gegangen. Uli, vielen Dank. Uli, vielen Dank. Wahnsinn. Uli, vielen Dank, meine Lieben. Ihr geht uns allen so viel Kraft und Mut. Ihr seid alle hier. Schaut euch das an. Die Polizisten haben die Helme abgenommen. Hier ist Frieden. Es sind alle entspannt hier, die wir unsere Aufgaben machen müssen. Thorsten Schulte. Ich habe es gerade nicht gesehen, meine Lieben. Kliwart, Dankeschön. Uwe, vielen Dank. Perkino, Pelle, 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 vielen Dank. Was ist am Kanzleramt? Kanzleramt ist voll. Menschenkette am Kanzleramt. Wahnsinn. Okay, Leute, hammerhart. Was mit den Demos morgen, weiß ich leider nicht. Zwei Menschenkette. Hagen, vielen Dank. Okay. Michael, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid Wahnsinn. Hier, den Sebastian kennt ihr auch, meine Lieben. Hier, Waldemar, Waldemar Rass, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Meine Lieben, schaut euch an, wir sind alle hier. Denti, merci beaucoup. Unglaublich. Vielen, vielen Dank. Uta, Uta, Halleluja. Dankeschön. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch an, die Menschen hier. Alle da. Alle da. Jasmin, vielen, vielen Dank. Sauberbank für Samuel. Noch bin ich da. A5T5BLH. Dankeschön. Merci. Leute, ich wende mal kurz die Kamera hierher. Ihr seht mich jetzt wieder. Schaut hier. Leute, ihr kennt ihn. Wir sind hier mit 25.000 Leuten live. Wir waren die ganze Zeit live. Unglaublich. Da spitzen 32.000 Menschen. Schaut ihr diesen Tag hier an. Wir sind hier Teil eines historischen Erbes, das wir hier schaffen. Wahnsinn. Ihr kennt den jungen Mann. Hat eines der besten Videos gemacht über all diese ganzen Punkte. Ja, es gab ja irgendeinen. Der Volksverfetzer hat sich ja an ihm versucht. Wer weiß, um was es geht, hat es innerhalb von drei Minuten zerlegen können. Das Volksverfetzer im Volksverfetzerartikel. Ansonsten ein hervorragendes Video. Ich bin dankbar, dass ich ihn jetzt getroffen habe. Endlich war's. Ich bin dankbar live. Ja, ich habe vor allem hier im Abspann durch Zufall meinen Namen da gewinnt. Und so, was ist jetzt los? Super, geil. Sehr geil. Meine Lieben, danke für alles. Also, ich war wirklich cool. Jeder zählt. Jeder tut, was er kann. 100%. In 20 Jahren werden wir unseren Kindern von diesem Tag erzählen. Ohne Witz. Josef, danke Mats. Guck dir, das machen die Leute. Spenden wie verrückt. 25.000 Leute live hier dabei. 1,3 Millionen für laut der Polizei hier heute. Und ich habe gerade gehört, am Kanzleramt vorne werden Menschenketten jetzt schon gebildet und alles. Da ist richtig was los. Ja, also, meine Lieben, was heute hier in Berlin passiert, das ist historisch. Das ist, glaube ich, die größte Demonstration, die es in Deutschland je gegeben hat. Ihr schaut hier, Nana. Freit! 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 Ja, meine Lieben. Wahnsinn, ich mache so lange weiter, bis der letzte Strich aus dem Akku raus ist. Anders geht das hier nicht. Wahnsinn. Ja, wir werden den ganzen Abend hier sein, ne? Ja, Mann. Schön, dass du da bist. Ja, gleich war es mal. Ich freue mich sehr, natürlich. Ja, hier, Lorenz, vielen, vielen Dank. Ja, wir gehen zum Kanzleramt. Barbara, danke schön. Nicht mehr normal. Also, ihr seid alle Wahnsinn. Ihr seid so Wahnsinn wie diese ganze Truppe hier. Also, unglaublich. Was ist das für ein Tag? Schaut euch die Siegesäule an. Schaut euch die Sonne an. Meine Lieben, keine Sorge. Ich habe noch eine Powerbank dabei. Lu, vielen, vielen Dank. Schaut euch das an. Leute sind immer noch da. Unglaublich. Wir haben die Nationalhymne schon gesungen. Aber wir werden mal schauen. Bini, vielen Dank. Sherry, vielen, vielen Dank. Wir müssen eigentlich dafür aufrufen, dass die Leute mit Wasser hierher kommen. Also, ich habe 25.000 Leute hier. Also, die Polizei ist gerade schon so ein bisschen dabei. Wir sind am Verhandeln, weil die Menschen haben kein Wasser mehr hier. Jetzt hat man mir zwar gerade gesagt, sie können ja gehen. Aber es geht hier, glaube ich, doch irgendwie ging es anfangs mal um Gesundheitsschutz. Und deswegen fordere ich jetzt schon dazu auf, dann Leute hier durchzulassen, die Wasser reinbringen. Weil die Menschen brauchen Wasser. Es hat über 30 Grad heute gehabt. Wir sind jetzt hier seit sechs oder sieben Stunden. Natürlich kann es sein, dass uns hier jemand austrocknen möchte. Aber das wäre dann für mich eigentlich schon eine unterlassene Hilfeleistung. Und insofern, meine Lieben, wenn ihr in der Nähe seid, wenn ihr von aus Berlin seid, wenn ihr jemanden kennt, der Wasser vorbeibringen kann, packt euch kurz ins Auto, schlingt euch aufs Fahrrad, nehmt was unter die Schultern, kommt vorbei, versorgt eure Bürger und Brüder, genau wie ihr möchtet. Egal wie, egal wo, helft mit. Und wenn es ein Eimer mit einem frischen Leitungswasser ist, der nicht im Dreck gestanden hat, kommt vorbei. Jeder Tropfen zählt. Wir brauchen Wasser, genau. Und wenn die Polizei euch nicht durchlässt, dann beruft euch darauf, dass die Menschen dort drinnen Wasser brauchen. Dass es eine unterlassene Hilfeleistung wäre. Und appelliert bitte einfach an die Vernunft der Polizei. Menschen auszutrocknen ist nicht legal, das können sie nicht tun. Deswegen Wasser hier rein, wir brauchen hier Wasser. Also, meine Lieben, ihr habt es alle gehört, Markus hat es hier gesagt, wir brauchen Wasser. Insofern, versorgt eure lieben Mitbürger und mit Wasser, so gut ihr könnt. Wenn jemand aus Berlin ist, bitte, bitte, seid so lieb. Kommt mit Wasser vorbei und helft, so ihr denn könnt. Schauen, meine Lieben, vor der Siegesäune. Wir sind hier! 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 Weil man uns die Freiheit auf! Wir sind hier! Wir sind hier! Weil man uns die Freiheit auf! Wir haben aufgerufen. Wir haben aufgerufen, dann. Ja, komm her! Meine Lieben noch mal, ich habe gerade noch mal vom Nana gehört, dass wir Wasser brauchen. Wir gehen jetzt mal kurz schauen, was Nana machen kann. Achtung, ich komme mal mit hoch hier mit Nana. Nana, aber so auf, dass Sie das hören, okay? Ja. Liebe Freunde, erstmal vielen, vielen Dank für das Zusammenhalten. Wir besorgen jetzt erstmal Wasser, dass wir weiter durchstehen können. Zeig mir ein Herz, zeig mir ein Herz für Samuel Eckert. Und ich sage, ich rufe Frieden, hier sagt Freiheit, Frieden! Freiheit! 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 Das ist Deutschland und wir wollen Menschen, egal woher, wir brauchen Wasser. Bitte, 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 kommt vorbei hier auf der Straße des 17. Juni. Wasser für friedliche Demonstranten. Auch vielleicht für mich, meine Stimme ist weg. Über 30.000 Menschen schauen zu. Es war oder ist das friedlichste Fest, was ich jemals erlebt habe. Deswegen, wenn du aus Berlin kommst oder aus der Umgebung und du bist ein Mensch und du möchtest den Menschen was zu trinken geben, dann komm vorbei und bring Wasser. Ja, meine Lieben. Veritas, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Mr. Schrotti, danke schön. Uwe, danke schön. Uwe, danke schön. Wir sind frei! We sind frei! We sind frei! Ihr sind frei! Wir sind frei! Danke, Life Like Cultures, Colorado Käfer, Dankeschön. Wahnsinn, ihr seid Wahnsinn. Melody, danke. Wasser mit dem Wasserwerfer. Nein, nein, die haben gesagt, hier, bringt noch Wasser mit dem Wasserwerfer. Schaut euch das an, Leute, immer noch hier. Wir können schön singen, oh, ist so schön. Brauchen was zu bringen. Leute, Funke Mariechen, Dankeschön. Oh, ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. Komm, einmal zusammen. Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Hey, Spaß. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön, so schön, so schön, ja, ja, ja. Unglaublich, 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 meine Lieben, unglaublich, historisch, historischer Moment, historischer Moment. Unglaublich, 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 das ist Gänsehaut hier, meine Lieben, das ist Gänsehaut. Die Leute sind immer noch da, keiner ist nach Hause gegangen. Wir haben jetzt schon kurz vor sieben, meine Lieben, das wäre das normale Ende der Demonstration gewesen, aber die Menschen sind immer noch da. Ja, insofern, wenn es um Infektionsschutz geht, hat die Aktion nicht viel gebracht. Es sind noch alle hier, am Reichstag ist auch, geht alles rund. Bitte haltet, bitte haltet mich auf dem Laufenden, wenn ihr was wisst, ja. LTV hat keine Minute gesendet, sagt Klaus Mayer. Wow, Wahnsinn, ich bin sehr glücklich, dass mein Livestream geklappt hat. Ich war, soweit ich weiß, auch einer der wenigen, bei denen überhaupt ein Livestream funktioniert hat, der online bleiben konnte. Insofern, ich bin sehr dankbar, ich habe da nichts dafür, ich kann da nichts dafür, es hat einfach nur bei mir, ich habe Glück gehabt, dass ich online war. Ich denke mal, da wollte Gott nicht, dass dieser Livestream kaputt geht und somit ist er durchgekommen. Und meine Lieben, unglaublich, was hier passiert und schaut euch an, die Leute, schaut sie euch an. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wahnsinn, unglaublich, es geht in die Geschichte ein. Absolut, absolut. Also, ja, die haben alles versucht, also, ich habe heute, mein Handy haben sie gesperrt. Ja, und hier, ich habe auch gehört, die Livestreams gingen, waren alle weg bis auf meiner, meiner war die ganze Zeit on. Ich habe in der Spitze 32.000 Leute live gleichzeitig gehabt, 1,3 Millionen, jetzt sind immer noch 23.500 sind noch gerade da. Also, ja, natürlich. Und das ist gut. Ja, ja, natürlich. Das Schulte ist am Reichstag da, er geht anscheinend auch nichts abgeladen, Menschen, Ketten und alles. Das ist der Tag für Deutschland. Absolut, absolut. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Danke. Leute, ähm, Wasser kann vom THW und vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt werden. Wasser, der Roger hat mir gerade was geschickt hier. Ich bin mal gespannt. Hallo, ich wollte das aus einer Menge Ehren. Du machst wirklich prima Arbeit. Danke. 23.500 Leute live. Wow, ja. Also, hier ist mega Stimmung. Ich hoffe, die kriegen uns hier nicht weg. Denke ich nicht. Die Polizei hat schon gesagt, sie werden uns auch nicht wegholen, weil es sind zu viele. Es gibt keine Möglichkeit. Sie sind zu wenig. Genau. Jeder Einzelne, der hier was zählt. Wir sind viele. 1,3 Millionen sind wir. Und die komplette Demo war eine Stunde lang. Eine Stunde, sieben Kilometer lang. Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Wir sind viele. Seid euch dessen bewusst. Wir sind viele. Ihr seid dabei sehr gut. Ja. Also Wahnsinn. Danke, danke. Ja, meine Lieben, Deutschland wird sich diesen Tag merken. Damit hat keiner gerechnet. Damit hat keiner gerechnet. Und vor allen Dingen auch, dass das so endet. Damit hat keiner gerechnet. Es war wieder ein Armutszeugnis für das politische System. Es war ein Armutszeugnis für die Wahrheit heute. Ein Armutszeugnis für Gerechtigkeit. Alles das, was Deutschland und der Staat Berlin, das Bundesland Berlin heute abgezogen hat, das ist ohne Worte. Und was soll man dazu sagen, meine Lieben? Aber wir waren trotzdem alle hier und wir sind alle hier. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, ein Zeichen, das in diesem Umfang in Deutschland noch nicht gesetzt worden ist. Und jetzt haben wir wieder neue Menschen dazugewonnen. Jetzt sind wieder welche dazugekommen, die aufgewacht sind, weil sie gesagt haben wahrscheinlich, was hier heute passiert ist, so wie das heute gelaufen ist. So kann es nicht sein. Das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Das ist nicht richtig. Und dementsprechend haben wir heute unser Ziel erreicht. Egal, wie das hier ausgeht. Und jetzt werde ich gerade wieder gerufen. Moment. Jetzt werde ich gerade gerufen hier. Ich bin live. Aber was kann ich tun? Also Jungs, wir brauchen eure Unterstützung, ja? Kommt mit. Wohin? Ja, hier an Brandenburger Tor. Ah! Oder am besten genau hier für eine Sitzblockade. Also Sitzblockade. Ja. Die Milo steht da vorne. Die sagt, ich soll dir Bescheid sagen. Wer ist die Milo? Ja, ich komme. Ich gehe. Danke. Also meine Lieben, ich werde wieder hin gerufen. Wieder von einem Zuschauer. Moment. Eine Zuschauerin. Genau, genau. Unsere Regierung betreibt heute mit uns. Ja, die bringen uns nach Hause bleiben. Hi, grüß dich. So, schau mal hier meine Lieben. Hallo. Hallo. 24.000 Leute sind dabei. Ja, wer ist das? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Grüezi. Aus der Schweiz. Geht's denn weiter zusammen? Ich denke nicht, aber schau, unser Ziel haben wir erreicht. Oh, 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 meine Lieben. Ja. Ja, mach ich gleich. Jetzt geht's gerade hier oben los. Pass auf, warte, mach. Okay. Ja, ich komme. Ja, bleibe ich da. Ich bin doch hier. Ich bin 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 hier frei. 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 Es ist so gut, dass du mich hier leisten musst, es ist so wichtig. Vor allem, es gab ja keinen. Schaut hier. Wir sind alle noch hier. Torsten Schulze ist am Bundestag. Ja, ja, ich bin live. Ja, wir sind live. Wer bist du? Kurt aus Berlin. Das ist der Kurt aus Berlin. Kurt ist heute auch hier, weil er für Freiheit einstehen will. Und Kurt ist genauso überrascht, wie wir alle auch. Was hier heute passiert ist, ist unglaublich. Ist absolut unglaublich und wird in der Erinnerung bleiben. Absolut. Ja. So sieht es aus. Gebt die Hüte. Schaut euch an, es sind alle noch hier. Wahnsinn, ne? Gebt die Hüte frei! 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 Gebt die Hüte frei Unglaublich. Bodo ist hier. Ja komm, nochmal Interview machen. Ich wollte eigentlich für die DT vor. Achso, ja, willst du es dann ein bisschen schnell machen mit allem Hör dran? Dann machen wir später. Sehr gerne, sehr gerne. Katharina, danke schön. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid echt großartig, unglaublich. Immer noch alle hier, mittlerweile mit offenen Haaren, aber immer noch da. Und mittlerweile vielleicht auch schon etwas über 17.000 Leute. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Zuwachs gewonnen von, wenn man das da hinten sehen würde, von gefühlt 400.000 Leute da und von hier, von der Bühne. Ja, aber du, ich glaube, das waren nicht mehr als 20.000. Nein, also ich glaube schon, dass die 17.000, das ist sehr gut geschätzt, also von einer kleinen Ecke außerhalb des Geländes vielleicht im Park. Ja. Polizei greift ein, lese ich gerade. Polizei greift ein, okay. Von wo? Hinter der Bühne. Wo? Ah ne, da ist vorher jemand hochgegangen und hat einmal Hallo gesagt und dann wurde er von der Bühne wieder. Okay, also können wir nicht bestätigen, dass die Polizei eingreift. Im Moment ist hier alles ruhig. Schau, die Polizisten haben die Helme abgenommen. Richtig. Und hier hinten auch, wird getrunken, es ist Frieden hier. Es sind ja letzten Endes auch alles Menschen und... So sieht's aus. Rigi, danke, Leon, danke schön. Danke, Leute, ihr seid wahnsinnig. Ich kann nicht mehr. Oh, es ist... Ab nochmal. Ab nochmal. Ja, meine Lieben. Funke-Mariechen, wieder. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, schaut euch das an. Deutschland, schaut ihr das an. Ich habe aber den Michael jetzt nicht mitgenommen. Bitte? Michael, haben sie nicht mitgenommen. Nein, du weißt Ball weg, oder was? Ja. Naja, so weit, ich weiß nicht. Alles gut. Keiner hat festgenommen. Richtig. Neuheit. Keiner findet das Tor. Ich weiß es nicht. Seine Frau ist noch hinten. Der Thorsten ist am Freistag. Da gibt es ja auch schon Menschenpeche. Ah, okay, ja. Es gibt sowas los jetzt. Ja, und wo wir schwachen mit? Mach schauen. Wir müssen ja irgendwann... Ich war gespannt, wie lange die Jungs hier noch können. Ich habe keine Ahnung. Also wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich habe den ganzen Abend Zeit. Ich habe nichts vor. Ich fahre erst morgen wieder zurück. Ich habe das nur von oben gesehen. Also ich müsste schlecht weg tragen. Ja, also es sind wenige, die diese Härte haben, bis zum Schluss zu bleiben. Aber andererseits muss man auch ehrlich sagen, es gab ein, zwei Zwischenfälle mit Tränengas oder so, das habe ich gehört. Tatsächlich? Ja, aber ansonsten, also was wir vom Rosa-Luxemburg-Platz in der Vergangenheit gesehen haben und so weiter, muss man sagen, dass das hier heute wirklich gut abgelaufen ist. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, die Polizei hat selber gesagt, es sind zu viele. Wir können nichts machen. Wir können diese Veranstaltung zwar stoppen, aber wir können sie nicht wegtragen. Wir können den Platz nicht räumen. Ja, ja, die Polizei hat gesagt, also wir haben von der Polizei 1,3 Millionen Menschen. Ja, die Polizei hat die Zahlen euch gegeben, die wir bereits hier bringen zu 10 Tausend. Ich weiß, aber ich meine, ich war hier oben, es war voll bis an die Siegesäule, voll bis in Brandenburg. So, aber Menschen waren noch außerhalb bestanden, die nicht weiterkamen. Meine Leute haben mich angerufen, haben gesagt, wir kommen nicht durch. Und die Zahlen habt ihr wirklich von der Polizei, die 1,3 Millionen. Erst waren es 800.000, dann waren es 1 Millionen und 1,3 Millionen. Wir haben mit einem Polizisten gesprochen, der sagt, ja, 10.000, ja, wie zählt ihr das? Ja, so und so und so und so und so. Nein, nein, nein. Ja, gut, inzwischen sind es 11.000. Ja, laut Fokus waren wir 17.000, laut online waren wir 15.000. Waren halt 15.000 ziemlich dicke, weil das war voll bis hin. Die haben das alles schon vorausgebracht. Ja, natürlich. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Die Presse hatte, die Pressemeldung für die Absage der Demo war um kurz vor zwei oder kurz nach zwei. Es waren die komplett draußen, Fokus, die online und so weiter. Und dann, zwei Stunden später, haben wir, also so gegen halb vier war, hat die Polizei uns das erste Mal mitgeteilt. Und dann ging ja die Verhandlungen los. Dann sind die Leute alle rübergegangen, die Verantwortlichen, drei Rechtsanwälte waren dabei und so weiter. Und dann wurde trotz fehlender Rechtsgrundlage, wurde die, wurde abgebaut. War keine Verhandlung. Und das war ja dann auch schon in den Medien, wo ich noch gar nicht so war. Ja, und das ist, das erinnert mich an 9-11 mit dem WTC 7. Da hat man ja auch erst die Nachrichten gebracht und danach das Gebäude eingestürzt. Also wir wissen, ja, wir wissen, woher das ist. Also mir ist aufgefallen, dass in dem Moment, wo das Wort Bundesklasse war, das ist schon aufgeschossen worden. Das wurde uns schon vorher angekündigt. Und wir haben dann irgendwann einfach weitergemacht, weil die Polizei hat nur Ankündigungen gemacht, hat aber nichts erfahren. Die Rechtsanwälte haben gesagt, es gibt keine Rechtsgrundlage für das, wie das so gerade abläuft. Und wir machen weiter. Dann haben wir weitergemacht. Die Polizei, wir hatten ja diese Dialogoffiziere hier, mit denen haben wir gesprochen. Die haben sich die ganze Zeit auch fair verhalten, das muss man sagen. Wir haben ein gutes Verhältnis mit denen gehabt. Ich habe auch ein paar Leute hier ganz normal bei mir auf dem Chat gesprochen und ich habe die Leute gefragt, wie es aussieht. Und insofern, die haben schon, die waren schon fair, die waren korrekt. Sie haben halt nicht, sage ich mal, die Überzeugung in sich zu sagen, wir verweigern den Befehl. Ja, 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 ja. Und eines wollte ich noch mal sagen, meines Erachtens, jetzt müssen wir dieser Regel konformatell zu bleiben, hätte eigentlich die Polizei sagen können, wir setzen die Masse raus. Ja, aber das hat ja zu uns gesagt, wenn wir die Masse aufsetzen würden, könnten wir weitermachen. Ja, wir haben sehr lange mitgehabt. Und das, obwohl, doof ist, sind die Leute. Ja, aber das würde ad absurdum führen. Ich wäre der Erste gewesen, der nicht aufsetzen kann, weil ich habe damit einen Gewissenskonflikt. Und für mich gibt es auch keinen Attest oder so, weil in meinem Gewissenskonflikt steht nicht im Attest. Nee, ich habe praktisch jetzt gedacht, verstehst du, ne? Dann hätte die Veranstaltung eventuell weitergehen können, weil das ja da, die gebe ich sehr gut war. Was wären das für Fotos gewesen? Was wären das für Fotos gewesen? Eine Million Corona-Leugner stehen am Brandenburger Tor und haben die Masken an? Das hier setzt ein Zeichen. Wir haben festgestellt, wir haben uns gesehen, was hier heute los war. Gebt die Bühne frei! 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 Weil wir zu viele Menschen ohne Maske sind immerhin am Ende. Aber das war ja immer noch heute im Black Lives Matter ein Problem. Ich habe das getragen. Aber da kann jetzt auch nichts zu sein. Gebt die Bühne frei! Gebt die Bühne frei! Du bist einer der Organisator hier oder hast du? Nein, ich bin ein YouTuber. Ach, YouTuber. Ja, ich kenne Organisator. Einer nicht. Aber vielleicht hast du Kontakt zu den Leuten, die da was gemacht haben. Die dürfen jetzt nicht mehr loslassen. Das muss jetzt so weitergehen. Wir sind alle noch hier. Das muss weitergehen. Wir sind alle noch hier. Und es geht auch keiner nach Hause. Aber so wie damals gewohnt. Nee, nicht nur heute. Seht den Samstag. Seht den verdammten Samstag. Ja, wir haben die Termine bis in September. Da bin ich ausgebucht. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. In der Vorform. Wunder in Berlin! Der Nana ist live! Der Nana ist live, Leute! Nana ist live! Hier! Wenn ich seine Frieden hinterquert! Freude! 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 Vielen, vielen Dank für das friedliche Demonstrieren. Das ist das Hammerlicht. Das ist das für die Mitliebe. Mit Power. Und das geht um die Welt. Es waren seine 20.000. Es sind 1,15 Millionen. 1,000 Euro. Applaus 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 Remo, dankeschön. Applaus Leute, Wahnsinn. Wahnsinn! 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 Unglaublich! Alle noch hier! Hier ist der Beweis! Alle noch hier! Alle noch hier! Na klar! Und diesmal kriegen sie uns nicht weg. Ja, diesmal gehen wir nicht weg. Torsten Schulte hat den Reichstag im Festung der Kontrolle da draußen. Da sitzen die Leute im Menschenkettler und alles. Wahnsinn! Viele? Ja! Die Hälfte ist ja weg! Die Hälfte ist ja weg! Ja, hinten ist alles leer. Ja, also alle dachten. Die sind rüber. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Der will die ganze Nacht dort jetzt weitermachen. Oh! Die Polizei greift offensichtlich in den Grünanlagen an. Die tragen anscheinend die Leute weg in den Grünanlagen, lese ich gerade hier. Habe ich gerade gehört, die ergreifen. Na ja, da haben sie trotzdem viel zu tun. Ja, aber das macht die ja fertig. Du brauchst ja drei, vier Leute bei der Hitze. Ja. Ja, wo es war jetzt. Wenn sie weg tragen, kommen wieder. Äh! Ah! Guck mal hier, Freunde! Thomas Kier ist da! Thomas Kier ist da! Moment, ich muss mal kurz raus dem Hallo sagen. Das ist mein Junge. So, Freunde. Ihr kennt ihn alle noch. Ihr kennt ihn alle noch. Guckst du dir, darf ich mal kurz zwischendurch mit euch? Also, Leute. Hier. Der Tom ist wieder da. 45.000 Leute live. Ah ja. Servus. Wunderbar. Alle aufstehen. Alle hier. Da sind sie. Alle sind noch hier. Wenn heute nichts passiert. Wann dann? Wahnsinn. Echt. Das Bild von der Bühne hättet ihr gesehen. Bitte? Live. Alles live. Wir sind gleich seit drei Stunden. Ihr seid da. Danke. Die Polizei versucht nicht vom Rand. Ich höre, dass die Polizei angreift hier im Moment. Also, ich lese im Chat hier. Zuschauer sagen, dass die Polizei bestimmte Leute wegträgt irgendwo. Ich sehe es hier nicht. Hier sind alle friedlich, muss man so sagen. Also, insofern. Ja, mal schauen. Also, bisher aber Wahnsinn. 3 Millionen Knastplätze ist auch schwierig im Moment. Sie haben auch selber gesagt, sie werden die Leute nicht wegnehmen. Hier, weil es zu viele sind, haben sie gesagt. Ja. Ja, natürlich nicht. Ja, und ey, Wahnsinn. Also, die Polizei hat nur 1,3 Millionen Leute. Ja. Wenn die die Zelle bestätigen, dann muss es doch sein. Also, Wahnsinn. Samuel ist kein Millionär. Vielleicht Millionär der Herzen. Der Herzen von Kanal. Großer. Großer, was hast du noch? Kanal? Samuel Eckert. YouTube. Hier, sag 24.000 Menschen. Oh ja, das ist super, das ist super. Bleibt da hier. Echt, das sind die Sachsen hier. Komm rechts, da ist Leipzig. Augsburg ist auch da. Augsburg ist auch da. Potsdam ist auch hier, Leute. Wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Esslingen. Esslingen. Ist das auch? Spürt das auch? Ja, natürlich. Eieieieiei. Alle sind hier. Da. Von links nach rechts. Schaut hier. Alle. Oh, Strom ist weg. Der Strom ist weg. Auch abgeschaltet. Eieiei. Der Gimbal ist aus. Muss ich aufladen gehen jetzt. Aber ich bin noch live. Haha, Freunde. Seht ihr? Nach dreieinhalb Stunden hat mein Gimbal den Strom abgegeben. Aber jetzt bin ich immer noch live. Sonst geh ich laden. Wir sehen uns. Hast du denn Kärzschnauze oder so? Leider nicht. Aber Samuel Eckert. Suchen auf YouTube findest du mich. Samuel Eckert. Wie guck ich immer? Samuel. Der Torsten Schulte. Torsten Schulte. Torsten Schulte. Torsten Schulte. Torsten Schulte. Torsten Schulte. Are Extreme. Du. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Du hast was zu schreiben. Samuel Eckert. Genau so ist es. Tom. Wir bleiben. Tom. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wie geht's jetzt weiter, Leute? Wir wissen es nicht. Wir warten ab. Wir wollen alle weitermachen. Sind alle da? Die Technik ist da. Aber die Leute da hinten. Ich weiß es. Wir haben nach Wasser gefragt. Alle, die wir als Zuschauer kennen, sehen. Wir haben gesagt, Leute, bringt Wasser vorbei. Tut, was ihr könnt. Wir tun alles. Wir bleiben. Ja. Wir bleiben auch. Und heute Abend, wenn ihr, falls sich hier das auflöst, ab an den Reichstag. Schulte ist die ganze Nacht ab. Ja, super. Wenn wir was machen, dann werden wir festgenommen. Wir wissen es nicht. Wir warten ab. Wir sind nicht hergekommen, um aufzuhören. Wir sind nicht hergekommen, um aufzuhören. Das sieht aus. Alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Mach's gut, mein Lieben. Bleibt stark. Wir machen weiter. Ja. Wir sind viele. Wir sind viele. Ja. 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 Ich hab kein Benchen. Und dann bitte raus. Ich muss jetzt hier. Ich muss jetzt hier mal gucken. Benchen. Ja. Benchen. Aber hier auch nichts. Ich muss jetzt hier mal wieder gleich schützen. Geht die Bühne frei. 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 Die Presse berichtet offensichtlich immer noch, dass von 20.000 Teilnehmern alles rechtsextrem. Also erstmal nochmal, ich bin hier der Oberrechte. Sieht man ja. Also mein Name ist Nazi. Mit Vorname und mit Nachname rechts. Natürlich nicht. Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle. Was für ein geiler Channel. Bis zu 30.000 Menschen. Jetzt aktuell 23.000 Menschen. Ihr seid cool. Er war in Köln dabei. Wie gesagt, wir sind die Frieden und Freiheit. Die Polizei spritzt mit CS-Gas. Wir sang trotzdem Herzchen in die Höhe. Das ist doch mal ein Demonstrant, wie es sein muss. Weil wir wollen wirklich einfach nur nicht mehr verarscht werden. Man sieht das an den Zahlen. 20.000 Menschen. Es wurde angeblich geräumt nach einer Zeit, wo die noch niemals angefangen ist. Hier übrigens auch nochmal Martina. Sie hat Mallorca ex-Rott gekommen. Tut mir auch leid für sie, dass jetzt so früh die Demo vorbei ist. Aber vielleicht sind wir bald in Mallorca am Start. Und wir könnten ja mal erzählen, was ich vorgehabt hätte. Weil wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, was nicht so gut ist. Und wir beide, wir hätten gemeinsam eine Manifestation dessen gemacht, was wir uns wünschen. Wir hätten euch gebeten, in euer Herz zu gehen und einfach mal zu manifestieren, wie ihr euch denn den Frieden vorstellt. Wie ihr euch die neue, gute Welt vorstellt. Und das hätten wir gemeinsam mit euch gemacht. Und vor allen Dingen für alle, die hier sehen kommen. Bitte Wasser. Nicht für mich. Ich bin immer heißer nach ein paar Minuten modellieren. Er kennt mich. Aber für die Menschen, die demonstrieren. Wir wollen noch ein bisschen durchziehen. Anscheinend wollen die Polizei kräftemessen machen. Finde ich auch gut. Kein CS-Gas mehr. Keine Aggression. Wir sitzen mit der Polizei bis heute Abend. Und am Ende wird wahrscheinlich ein Studio gekauft. So wäre es aus. Und wir wollen auch, ich möchte auch nochmal der Polizei danken. Die Polizei ist nett. Die haben sich gut verhalten. Natürlich, die haben ja ihre Anweisungen, denen sie befolgen müssen. Man sieht, die können auch recht schlecht arbeiten unter den Maßen. Die tun mir leid. Wir geben denen ständig was zu trinken. Auch was zu essen. Die meisten dürfen es leider nicht annehmen. Aber wir sind der Polizei dankbar dafür, dass sie dafür sorgen. Dass wir ihnen sicher sind. Also nochmal, bringt Wasser. Ganz, ganz wichtig. Bringt Wasser. Die Leute draußen brauchen Wasser. Dringend. Dringend. Wirklich dringend. Wenn ihr in der Nähe seid. Wenn ihr das seht. Wenn ihr jemanden aus Berlin kennt. Wenn ihr Telefonnummer habt von Nachbarn, die in der Nähe wohnen. Hier im Zentrum. Sagt den Leuten bitte. Nehmt einen 10-Liter-Eimer ab aufs Rad. Voll machen mit Wasser. Und hierher kommen. Die Leute brauchen Wasser. Ganz, ganz wichtig. Denn sie sind entschlossen nicht zu gehen. Sie wollen hier bleiben. Und in diesem Sinne. Held bitte wo es geht. Bei uns ist das Wasser jetzt auch fast aus. Ja. Also es ist nichts mehr da. Nichts mehr da. Und jetzt müssen wir schauen. Und in dem Sinne. Danke, dass ihr alle dabei seid heute. Wahnsinn. Es sind immer noch 24.000 Leute. Echt? Ja, live. 24.000? Ja, in der Spitze waren es 32.000. Krass. Und weißt du, was wir gerade erfahren haben? Was? Dass die überhaupt nicht mehr reinkamen, die Leute. Ja, ja. Der Zug von hinten, der wurde fünf Stunden noch durch die Stadt geleitet. Wahnsinn. Und noch mehr zusammengeschweißt. Und noch mehr verbunden. Wer hier in Berlin heute war, der kennt sich. Vergisst du nie wieder. Ja, vergisst du nicht mehr. Dieser Tag ist legendär gewesen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir weitermachen. Viele Menschen fragen schon, was geht denn jetzt weiter? Was passiert? Ich weiß es nicht, sag ich euch ganz ehrlich. Wir warten alle hier. Wir warten alle hier und schauen, wie es weitergeht. Jetzt habe ich gerade gehört, ich soll Richtung Siegesäule mal schauen. Was werde ich jetzt machen? Hast du was gehört? Richtung Siegesäule sollen die Leute von der Polizei weggebracht worden sein? Ja, also liebe Leute, ich möchte nicht, dass hier Panik ausbricht oder sowas. Aber die Info ist vor über einer Stunde schon an mich herangetragen worden. Offensichtlich steht da hinten immer noch eine riesengroße Menge. Das heißt, ganz so viel Wahrheit wird da wohl nicht dran sein. Einfach mein Tipp an euch, wenn euch das widerfährt, wenn ihr in der müsslichen Lage seid, dass ihr von hinten da aufgerüttelt werdet, euch des Platzes verwiesen werdet, was auch immer. Bewegt euch einfach in den Tiergarten. Es finden viele spontane kleinen Demos statt. Wenn ihr zur großen Demo von Thorsten Schulte gehen wollt, das ist nur ein Katzensprung bis zum Reichstag, lasst euch einfach den Tag nicht vermiesen, demonstriert weiter. Das Leben geht weiter, auch für uns. Nächste Woche sind hier doppelt so viele Leute. Wir stellen uns jetzt schon darauf ein. Und ihr könnt auch hier heute und morgen in ganz Berlin weiter demonstrieren. Ja, so sieht's aus. Also, Feuerwehr rufen für Wasser. Interessant. Werde ich mal weitergeben an die Organisatoren, ob wir das machen können. Na, na. Die haben gesagt, man soll die Feuerwehr rufen für Wasser. Wie geht das? Feuerwehr. Theoretisch. Ja, gut. Aber dann, wenn die reinfahren, dann ist das gefährlich. Ich meine, wir müssen irgendwie Wasser bekommen. Haben wir die im Auto vergessen oder was? Ist ja nicht drin. Oh, wenn wir eine Powerbank kurz suchen. Hi. Meine Frau, Mira, ist auch hier. Wir gar nicht wissen, wie viele das jetzt sind. Ja, es sind 25.000. Na dann. Und Schatz, was hast du den ganzen Tag heute hier gemacht? Ich habe ein bisschen gebankt. Zwischendrin dachte ich wirklich, ich muss meine Sachen schnappen und abhauen. Mira ist ein bisschen ängstlicher als ich. Ja, ich bin eher das Fluchttier unter uns. Aber ja, dann habe ich einfach genossen und ausgeharrt, weil ich hare immer noch aus. Ja. Und ich habe manchmal geschaut, wo mein Schatz ist. Ich dachte, vielleicht haben sie ihn schon abgeführt. Aber haben sie nicht. Ja, meine Lieben. So sieht es aus. Ich habe hier noch eine Flasche. Du findest die Powerbank nicht? Ne, vielleicht in meiner Hand. Ja, schau mal bitte. Ganz wichtig. Ich habe auch noch was zu trinken hier. So. Ja, wie ist denn der Plan überhaupt? Ähm, so meine Lieben, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Schaust du, Schulte ist am Reichstag unterwegs. Sekunde. So, das war der mildeste Corona-Nieser überhaupt. Wahrscheinlich muss ich jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Meine Güte, was ein Tag. Was ein Tag. Alle noch hier, alle am diskutieren. Die Leute sind immer noch da. Die Sonne geht jetzt langsam weiter nach unten. Wahnsinn. Leute, dass ihr da wirklich hier gewesen seid heute. Mit dabei gewesen seid. Unglaublich. Schatz, du musst tun, was du kannst, um die Powerbank zu finden. Ja, ich werde jetzt nicht zum Auto gehen. Aber die muss hier irgendwo sein. Wir besuchen noch unsere Powerbank. Und da gibt es irgendwo Strom hier. Ne, ne? Da ist eine Steckdose. Ja, geht ihr? Da ist eine Steckdose. Wenn der Strom geht, gib mir mal ein Ladekabel. Super. Da vorne gibt es eine Steckdose, Freunde. Perfekt. Da kann ich Gas geben. So, meine Lieben. Einmal kurz. Alles voll. Oh nein, da liegen schon ganz viele Handys. Welches kann ich ausstecken? So, meine Lieben. Du willst auch mal gefilmt werden? Pass auf, machen wir. Schau hier. Es sind 24.000 Leute. Wie heißt du? Ben. Hi Ben. Was machst du heute hier? Dass Frau Merkel wegkommt. Du sagst, dass Frau Merkel wegkommt. Bist du heute hier? Bist du nicht zufrieden mit Frau Merkel? Nein? Hast du bei dir auch schon gemerkt, dass sich in der Corona-Zeit Sachen bei dir verändern? Bist du schon in der Schule oder wo bist du in der Schule? Und müsst ihr da auch Masken tragen? Ich hab mal einen Tester. Das heißt, ich muss keine Maske tragen, aber ja, vorher war ich der Einzige. Ja? Wahnsinn. Und hast du dann auch schon da Probleme für bekommen oder gab es Schwierigkeiten für dich? Einmal hat mich ein Lehrer angesprochen, hat aber meine Lehrerin gesagt, ja, ich hab mal einen Tester. Okay, verstehe. Aber du bist auch dafür, dass das aufhört mit dem Corona-Leben. Und schaut, meine Lieben, wie alt bist du? Sieben. Sieben. Mit sieben Jahren ist er hier und steht für das ein, was er glaubt. Meine Lieben, seht ihr, man ist nicht zu jung, man ist nicht zu alt. Ja. Insofern ist das toll. Ich bin jetzt wieder an der Powerbank, das heißt, an der Powerbank am Ladegerät. Das heißt, ich bekomme jetzt wieder ein bisschen Strom. Ich versuche jetzt auch noch zu gucken. Ja, natürlich. Ihr könnt alle dran, dass ich ein bisschen Saft habe. Ich bin jetzt seit 193 Minuten live, Leute. Unglaublich. Hier sind immer noch mit dabei. 23.800 Leute. Wahnsinn. Schaut hier nach draußen. Ich drehe ihn einmal um. Ja, selbstverständlich. Am Reichstag greift die Polizei ein, lese ich gerade. Okay. Die Polizei greift massiv ein am Reichstag. Interessant. Ich habe keine Information, was am Reichstag los ist. Ich weiß einfach bloß, dass ich es total toll finde, dass es hier immer noch friedlich ist. Wir werden es jetzt wohl einfach aussitzen. Wahnsinn. Ja, genau. Also 1,3 Millionen. Hast du auch die Zahl offiziell? Offiziell habe ich sie noch nicht. Nein, aber sind wir mal ehrlich. Es kam von der Polizei. 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 Meine Lieben, also ihr seht, wir bleiben hier. Wir gehen nicht weg. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Die Leute haben hier ihr Herzblut reingesteckt, das zu organisieren. Wahnsinn. Schaut hier. Wir sind alle noch da. Keiner ist weg. Ja, also wir sind alle noch hier. Meine Lieben. Ja, ich lade ein bisschen auf. So sieht es aus. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Saft bekomme und meinen Gimbal auch noch aufladen kann. Wartet mal kurz einen kleinen Moment. Eine Sekunde. Schatz, hast du noch ein zweites Ladegerät mit dem USB-C für den Gimbal? So, meine Lieben. Ich versuche nämlich den Gimbal wieder in Schuss zu bekommen, dass ich für euch wieder rumlaufen kann. Das kann ich im Moment nämlich nicht. Ich habe nur das Handy hier am Start. Und insofern müssen wir mal schauen, wie sieht es aus. Ja, ich stehe hier am Tisch, wo die Verpflegung ist. Es ist noch ein kleines bisschen was da. Aber meine Lieben, ich habe es auch schon gesehen, dass die Menschenmasse jetzt ein bisschen weniger wird, jetzt wo es dunkel wird. Ja. Ähm. Aber alle Redner sind noch hier. Thorsten Schulte ist am Reichstag. Haltet mich auf dem Laufenden. Ja. Ähm. Ja. Gmx sagt 20.000 Leute, meine Lieben, da kann man gar nicht, da kann man im Kopf schütteln. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, ihr wart dabei. Ich bin jetzt seit 195 Minuten live. Ihr habt das selber gesehen, wie viele Leute da waren. Ihr habt diese Demonstration miterlebt. Macht euch selber ein Bild. Ihr wisst, was Tatsache war. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Und keine Presse kann irgendwas anderes erzählen. Teilt das. Teilt das. Ihr seht, was hier abgelaufen ist. Es war, glaube ich, ich würde mal fast schon sagen, wenn ich das jetzt schon so sagen darf, als Resultat. Und es war effizienter, glaube ich, oder hat mehr erreicht. Heute durch diese Aktion haben wir einen größeren Impact gemacht, als, glaube ich, mit jedem Programm, was wir hätten abreißen können. Dass hier die Polizei eingeschritten ist, obwohl wir friedlich waren. Dass hier die Menschen abgeklemmt worden sind, obwohl keine Gewalt von uns ausging. Das hat, glaube ich, ein größeres Zeichen gesetzt, als alles, was wir bisher gemacht haben. Und dass diese Menge hier gewesen ist. Ihr habt an die Siegessäule runtergeschaut. Ihr habt zum Brandenburger Tor runtergeschaut. Es waren alles voll. So viele Menschen auf einem Platz hatten wir bisher, glaube ich, nur bei der Fanmeile, als hier 2006 Deutschland gestreamt worden ist oder Fußball-Weltmeisterschaft. Und eine Demonstration in dieser Größenordnung hat Deutschland, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe schon von einer oder anderen Stelle gehört, dass das Weltrekord war, was Demonstrationen betrifft, in Deutschland. Insofern war das heute ein legendärer Tag. Die Menschen sind alle noch hier. Thorsten Schulte kämpft, kämpft am Reichstag mit einer Sitzblockade. Die Polizei greift am Reichstag ein, sehe ich jetzt. Wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, teilt sie bitte umfangreich im Chat. Macht Bilder. Alle die, die am Reichstag sind, filmt. Nehmt Bilder auf. Teilt sie in den Diskussionskanälen bei mir. Postet, damit so viel wie geht dokumentiert ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir hier wissen, um was es ging. Dass wir wissen, was passiert ist. Vielen Dank, Falk. Vielen Dank für deine Unterstützung. Leute, ihr seid die allergrößten. Wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Also insofern tanke ich jetzt hier noch ein kleines bisschen was. Und wenn ich dann wieder so weit bin, dass ich losgehen kann, dann versuche ich nochmal nach hinten durchzukommen. Ähm. Zum Reichstag. Und zu schauen, was da los ist. Ähm. Nimm das Handy deiner Frau und starte neu. Meine, haha. Da muss ich erstmal die ganze App und alles ändern. Sie hat ja auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ich kann meinen Akku laden. Ja, ich kann meinen Akku laden. Bin gerade am aufladen, während ich euch hier in der Hand halte. Also das heißt, es geht jetzt voran. Ich nehme mal kurz die Brille runter. Ähm. Also, ich kriege jetzt wieder ein bisschen Saft in die Butze und hoffe, dass ich gleich noch vielleicht den Möglichkeit habe, meinen Gimbal zu laden. Ähm. Dass ich dann wieder, ähm, ein oder zwei Stunden mit euch, ähm, mit dem Ding rumlaufen kann. Also, ihr seht es hier hinter mir. Es sind immer noch alle da. Es ist noch keiner weggegangen. Ja. Guck mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. Wenn du nicht guckst, wer da kommt. Guck mal hier. Guckst du? Hier nochmal mal den Strandverkäufer. Jetzt hier. Bei Querten. Gemeint. Bisschen Salat. Alles da. Bisschen Moderation. Hier läuft. Bisschen Spaß. Bisschen Spaß. Bumm. Freunde, einer hat den Humor noch nicht verloren. Wir alle haben den Humor, glaube ich, noch nicht verloren. Aber Wahnsinn. Jetzt geht die Polizei gerade wieder auf die Bühne. Hat einen Korb dabei. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Wobei. Nein. Die kommen direkt wieder runter. Ja. Wahnsinn. Deutschland. Ralf. Unglaublich. Gerade im Moment leider. Doch, ein Steckplatz ist frei. Leute. Wahnsinn. Deutschland. Denke an diesen Tag. Wenn du einen Stecker hast, dann geht's. Ansonsten ist es schwierig. Alles gut. Deutschland. Denke an diesen Tag. Wirklich. Also, was war das heute für ein Tag. Ich kann wirklich... Vielen Dank für alle eure Unterstützung, was ihr hier abgezogen habt. 32.000 Menschen in der Spitze. Carsten Duscher sagt, hier am Reichstag alles okay. Das freut mich sehr. Leute. Wenn ihr am Reichstag seid selber und ihr seht diesen Livestream. Postet bitte, was los ist. Ich sehe einmal hier, Polizei greift massiv ein. Einer sagt, alles okay. Tina Obermeier-Samuel am Reichstag greift Polizei ein. Wasser holen. Genau, Leute. Noch mal die Ansage für mich. Bitte. Bringt den Menschen Wasser. Wir haben schon rausgegeben, was hier ging. Wir haben das Wasser schon verteilt. Wir haben es sogar an die Polizei verteilt. Die darf es teilweise gar nicht annehmen. Aber wir haben nicht für 1,3 Millionen Menschen Wasser. Auch nicht für die Leute, die jetzt hier sind noch. Also, insofern. Seid bitte so frei. Bringt Wasser, wo es möglich ist. Ich werde jetzt schauen, dass ich meinen Gimbal noch mal geladen bekomme. Und im Moment ist es hier ruhig. Es passiert im Moment nichts. Da hinten geht noch mal jemand. Gerade auf die Absperrung nach oben vor dem Gandhi. Aber im Moment sind Festnahmen, höre ich gerade, dass die Kinder nach Hause fahren. Samuel am Reichstag greift die Polizei ein. Habe ich gerade gelesen. Nehmt diesen Stream auf. So sieht es aus. Es ist ganz, ganz wichtig. Die Lena fragt, wo seid ihr genau am Reichstag? Also, die USA-Botschaft wartet, geht hin. Sehr schön, meine Lieben. Also, jetzt geht es los hinter der Bühne. Wo gibt man das Wasser ab? Jasmina, ich weiß nicht, wo ihr das Wasser abgeben könnt. Kommt hierher. Überall, wo ihr Leute trefft, fragt. Habt ihr Durst? Braucht ihr was zu trinken? Gebt das Wasser denen, die ihr trefft, die ihr das Wasser brauchen, meine Lieben. Geh andere Seite. Was ist los? Sagt mir, wo ich hingehen soll. Die Palizei sammelt sich und räumt direkt vor der Bühne. Ich kann das hier gerade noch nicht sehen. Warte, auf Nana soll ich kurz gehen? Unglaublich. Bitte teilt diesen Stream. David Eckert war vor einer Woche noch bei uns in Köln. Der Mann ist seit 5 Stunden live. Das hat mich ein bisschen erinnert an. Wirklich. Peter Kloppel, als die World Trade Center eingestellt sie in der 4. Presse bekommen, dass wir 24 Stunden durchmonerieren. Was ihr hier erlebt, ist ein Livestream der extra klasse. Nicht jeder kann dabei sein bei diesem historischen Garten. Aber wenn du im Stream dabei bist, dann hast du nämlich das Gefühl, live dabei zu sein. Teil dies. Teil dies. Weil jetzt geht's los. Achte, achte. Heute sind wir schon wieder in Stuttgart unterwegs. Ansonsten bleibt bei Samuel Eckert auf den Seiten. Er ist da immer am Start. Gibt uns Updates, was mit Pferdecken passiert. Oder wenn es auch mal im Business Fragen gibt. Alles Gute. Danke. Danke, Venana. Also Richtung Siegesäule soll die Post abgehen. Dann schaue ich mir das mal kurz an. Eine Sekunde. Wartet kurz, Ben. Ich muss mal kurz schauen. Die Leute sagen, die Polizei sammelt sich Richtung Siegesäule. Ich schrecke mal kurz hier ab. Alle nehmen meinen Slot frei. Ich schaue mal kurz jetzt, was hier los ist, ob ich das bestätigen kann. Einen Moment. Ich gehe mit euch jetzt mal hier hin zur Siegesäule. Und wir schauen mal, was da los ist. Eine Sekunde. Ihr könnt jetzt Richtung Siegesäule schauen. Alle, wir sind alle noch da. Wir warten alle. Wir sprechen mit den Leuten. Entschuldigung mal. Der Schulte hat zu uns gesagt, wir sollen zum Reichsgarten. Dann sind wir da hin. Dann ist da was ganz anderes los. Und wir wussten nicht, wo ihr seid. Ich habe schon mit dem Broschee-Megas zugemacht. Wirklich? Alle hier. Also ich bin hier. Ich bleib auch hier. Alle anderen sind auch noch hier. Bodo Schiffmann ist hier. Nana ist hier. Sind alle hier. Nana? Ja, Nana auch. Na klar. Nana aus Ghana. Wie soll das jetzt aussitzen? Ähm. Die Polizei verhaftet am Reichstag. Sehe ich gerade hier. Am Reichstag scheint bei Thorsten Schulte die Post abzugehen. Okay. Den Thorsten Schulte habe ich gar nicht gesehen. Ja. Die werden alle da. Also ich habe gehört, dass da 20.000, 25.000 Leute waren. Menschenkette und so weiter. Jetzt sehe ich hier gerade auch Beamte ankommen. Haben wir mal die Helme ab. Also keine Helme aufgesetzt. Ähm. Insofern. Könnt ihr das hier live gerade sehen. Also die Menschen werden jetzt ein bisschen auseinandergetrieben. Ähm. Ja. So sieht es aus. Okay. Wahnsinn. Aber ich glaube ganz ehrlich. Ähm. Rudi aus Budden. Kann ich dich grüßen? Ich grüße dich Rudi. Vielen Dank. Ja wir grüßen auch. Rudi aus Budden. Rudi ich habe dich gegrüßt. Und schaut hier. Du wirst auch gegrüßt. Von den Damen hier. Aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Hervorragend. Ja. Also meine Lieben. Und wie ihr schon gesehen habt. Also jetzt ist hier gerade jetzt wirklich so. Dass ähm. Hier ein paar Polizisten reinkommen. Ja. Ähm. Hier drüben ist auch schon. Ihr seht schon. Es ist hier weniger los. Ja. Aber auf der anderen Seite stehen noch mehr Menschen. Jetzt sind wir hier gerade. Mit Wasser. Leer. Kein Problem. Ja. Aber. Ja. Wir werden sehen. Wie es weiter geht. Im Moment ist alles friedlich. Meine Lieben. Ähm. Merkt euch diesen Tag. Wahnsinn. 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 Unglaublich. Unglaublich. Es gibt Politiker. Leute liegen am Boden. Ja. Ich habe es gerade auch schon gesehen. Also. Dass da hinten. Ähm. Offiziell. Ein. Zwei. Drei. Ähm. Verhaftung oder so. Gelaufen sind. Meine. Lieben. Aber. Ähm. Das soll uns nicht abhalten. Ich meine. Mal schauen. Wie es hier weiter geht. Der Ben ist auch noch da. Oder Ben? Danke dir. Ich stelle die noch. Wahnsinn. Ich meine. Ihr auch. Du auch. Ja. Laut hier. Ist heute Gebärdensprache übersetzt. Ihr habt es ja auf der Bühne gesehen. Dass auch die Menschen mit zuschauen konnten. Die. Keine Möglichkeit hatten zu hören. Alles in Gebärdensprache. Also wir haben an alles gedacht. Es wäre ein tolles Programm geworden heute. Ja. Aber. Ich kann nur eins sagen. Ich glaube wir haben heute mehr erreicht. Als mit jedem Programm. Was hier heute passiert ist. Wird viral durch die Medien gehen. Ich kann auch gar nicht abschätzen. Wie viele Leute. Nachher diesen Livestream schauen werden. Die sich das anschauen. Also. Ähm. Ihr wart im Schnitt 32.000. Jetzt sind wir bei 23.000. 24.000. Es ist unglaublich. Ähm. Samuel macht die Augen auf die Verhaften. Ich schaue. Ich sehe im Moment. Also. Wirklich hier vorne. Sehe ich nicht so viel. Aber ich werde jetzt gleich mal gucken. Da vorne ist eine Ansprache. Ich gehe mal kurz hin. Eine Sekunde. Hi. Samuel. Hey. Grüß dich. Schatz. Kannst du das andere Karten mit der Insolat haben. Wie den Gimbel laden. Solange ich vorne bin. Sei so nett. Da ist das Ladeweg vom Gimbel. Kann den Gimbel an den Laden damit. Danke. Danke. So meine Lieben. Danke. 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 Ich weiß nicht wo er gerade ist. Danke. 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 schweigend und vor allem wissend zusieht, wie unser Land und die Welt immer mehr in eine von der Pharma-Lobby geförderte Hygienediktatur und eine Überwachungsstadt abdriftet, der macht sich schuldig. Jeder Einzelne von uns kann und muss jeden Tag dazu beitragen, dass dieser Corona-Wahnsinn sofort beendet wird. Und ich rufe eine 165.000 Berufspolleginnen und Berufspolleginnen dazu auf, endlich Widerstand zu leisten, endlich Mandate anzunehmen. Ihr wisst genau, dass das, was hier passiert, Unrecht ist. Werd euch, helft den Menschen und sagt nicht, dieses Mandat ist mir zu heikel. Ihr habt die Pflicht, ihr habt ein Berufsein gesporen. Lest sie nochmal nach, Paragraf 12 Abs. 8 Pro Bravo, soweit ich weiß. Ich habe hier mein Profil drin. Ist auch egal, wo das steht, nehmt diesen Berufsein ernst. Wir schlafen nicht, wir stehen auf, wir sind aufgewacht. Wir werden die Demokratie, den Rechtsstaat und unsere Rechte verteidigen. Und bei unserer Freiheit kämpfen, jeden Tag, solange es nötig ist. Wir werden alle gegen die faschistische Presenzen, die der deutsche Staat schon wieder hat. Beziehungsweise, die sich inzwischen durch Großkonzerne kennzeichnen, die so viel Macht haben, dass sie die Politik nach Belieben bestimmen können. Und das Wort Faschismus habe ich früher immer nicht verstanden. Ich habe es erstmal gegugelt, habe mir keine Erklärung gegeben. Und der Professor Kreis aus München hat es mir dann erklärt. Der Begriff Faschismus leitet sich von dem italienischen Wort Fascio ab, was Bündel bedeutet. Durch die Corona-Krise wurde die ohnehin schon massive Bündelung von Macht und Geld in den Händen weniger noch weiter verschärft. Wir wollen keinen Faschismus, egal unter welchem Deckmantel er sich verbreitet. All jene, die sich Antifaschisten nennen, sollten heute hier stehen und nicht gegen uns, auch wenn wenige waren, sondern mit uns gemeinsam demonstrieren. Wir können jeden Tag entscheiden, wem wir unser Geld geben und wem nicht Geld ist, macht. Wir alle wissen das, wir müssen konsequent sein. Wir können entscheiden, ob wir unser Geld multinationalen Großkonzernen oder großen Handelskette geben, für die Menschen meistens nur Konsumenten oder Ware sind, oder ob wir die lokale Wirtschaft und den Mittelstand unterstützen. Wer Menschen als Ware sieht oder beim Einkaufen diskriminiert, den boykottieren wir. Wer Menschlichkeit und Verständnis zeigt, den unterstützen wir. Wir stehen zusammen mit Menschen aus aller Welt für dieselbe Sache ein, gegen die global verordnete neue Realität, die nur wenigen Menschen mehr Macht und Kontrolle verleiht. Wir setzen der Staat die verordnete Angst, Wahrheit, Mut, rechtliche Unterstützung, Verständnis, Kreativität und Zusammenhalt und Liebe entgegen. Wir stehen auch für unsere Menschen, für unsere Kinder, für die Schwachen, für eine gerechte und freie Welt zum Wohle aller. Wir stehen auch für Freiheit, für Gerechtigkeit und Frieden. Wir können jeden Tag gescheitern, wie wir günstig auf unseren Planeten leben wollen. Wie kann die Menschheit aus dem globalen Hamsterrad entziehen, die Elfhochgesellschaft und den Konsumwahnsinn hinter sich lassen? Fangen wir jetzt an, lebensfreundliche Alternativen aufzubauen, im Einflug mit der Natur und zusammen mit unseren Mitmenschen. Wunderbar! Unmögliche Gemeinschaften, günstige Unternehmen, Ausschwingen, alternativen Währungen und eigene Banken, damit es nie wieder heißen muss, too big, too fail. Die Landstuhl-Resorto, DELT und die Demokratie mit aktiv, verdicht nur dadurch, dass wir alle vier Jahre unsere Stimme abgeben dürfen und dann in dieser, ich weiß nicht, in der Richtung ist es, dass dort entschieden wird, gegen unseren Willen, ohne uns zu fragen. Deswegen müssen wir auch in dieser Art und Weise die Demokratie umgestalten, hier von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Eine bessere, gerechtere und schönere Welt ist möglich, wenn wir endlich gemeinsam handeln, miteinander statt gegeneinander. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Der 1. August 2020 wird in die deutsche Geschichte eingehen. Wir haben eine historische Chance, die Ära der Kriege und der Spaltung zu beenden und die Welt positiv zu gestalten. Wir stehen auf und bleiben hier für eine bessere Welt, für Selbstbestimmung, für Einigkeit, für Gerechtigkeit, für Freiheit. Alle noch hier, danke euch. Wasser, kommt Wasser. Jetzt müssen wir kurz gucken, ob ich da Strom irgendwo kriege. Die haben gesagt, dass es wirklich nur Wasser hängt. THW soll kommen jetzt. Sollen kommen. Haben sie gesagt. Markus. So, meine Lieben. Also. Was ist am... Markus. Hast du was gehört, was am Reichstag los ist? Ich habe keine Ahnung. Okay, Schulte ist dort, ne? Tolle Rede hast du gerade gehabt. Die Menschen sind immer noch alle, 22.700 live immer noch, was hier los ist. Also, der Tag heute legendär, oder? Was würdest du sagen? Legendär, ja. Absolut. Also ich denke, wir haben mit dieser Aktion wahrscheinlich sogar noch mehr erreicht, als wir wahrscheinlich hätten, wenn wir unser Programm durchgezogen hätten. Ja, ich meine, der Staat hat ja jetzt ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass ihr demonstriert. Ja, absolut. Wahnsinn. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir Menschen wie Markus hier haben, der Rechtsanwalt ist, der sich auskennt. Wir hatten noch ein paar andere mit hier. Und trotzdem, obwohl man das, was hier passiert ist, eigentlich rechtlich genau dargestellt hat, hat die Polizei das ignoriert und hat trotzdem ihr Ding durchgezogen. Naja, das Problem ist ja letztlich das, es wird ja unterschiedlich, mit unterschiedlichem Maß gemessen. Es gab ja schon andere zu große Demos und da passierte gar nichts. Ja. Da hat man gesagt, ja, wir gehen auf Deeskalation und deswegen machen wir nichts. Ja. Da gab es vielleicht Gewaltpotenzial. Und was ist denn das für eine Botschaft? Wenn sich eine Demo als gewalttätig darstellt, macht der Staat nichts. Und wenn die Menschen friedlich sind, dann trägt er sie weg. Und das ist eine Botschaft, die sollte sich die Politik mal bewusst machen. Natürlich wissen die das. Aber ich glaube, den Menschen wird heute klar, dass das nicht der Weg sein kann. Wir sind friedlich, uns möchten wir verjagen. Bei anderen ist es teilweise nicht so, auch das sind Einzelfälle, aber da sagt die Polizei, machen wir nichts. Und hier werden 500.000 oder 1.000.000 Menschen dazu aufgefordert zu gehen. Wahnsinn. Ich habe heute, also wie gesagt, was ich hier gesehen habe, die Menschenmassen, die hier waren, es war friedlich, es gab keinen Anlass von irgendjemandem, auch irgendwie, dass es einen Grund gab für die Polizei, das zu beenden. Und trotzdem wurde unser Programm unterbrochen. Die Polizei hatte das ja schon an die Presse weitergegeben, bevor wir es überhaupt wussten. Richtig. Das war also, meine Lieben... Es wurde ja vorher schon angekündigt, dass die Demo aufgelöst ist und da wurden ja Fake News ohne Ende gestreut und die Polizei weiß ja selber nicht, was sie tut. Jetzt momentan verteilen sie Ordnungswidrigkeiten Bescheide, wofür es überhaupt keine Grundlage gibt. Weil wir nicht mehr im Versammlungsrecht sind momentan. Ihr seht, er kennt sich aus, aber meine Lieben, schaut, wo sind wir angekommen. Leute, zeigt diesen Stream, zeigt dieses Video allen, die immer noch schlafen, allen, die immer noch nicht glauben, dass das, was wir erzählen, Blödsinn ist. Ihr habt es heute mit eigenen Augen gesehen. Ihr habt gesehen bei Gmx, es wären 20.000 Rechte oder 17.000 Rechte, die hier gewesen wären und was auch immer. Ihr habt mit euren eigenen Augen gesehen, was hier los war. Ihr habt Markus sprechen hören. Ihr habt gesehen, dass wir uns versucht haben, auf rechtlicher, friedlicher Grundlage durchzusetzen. Das hat nichts genutzt, aber hier auf der Bühne ist nichts mehr los. Die Polizei ist da, sie ist überall. Und was heute passiert ist, und ihr hört die Leute hier, das ist ein Zeichen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Leute zum Nachdenken bringen wird. Und ich denke, der Tag heute ist legendär gewesen. Wir haben mehr erreicht, als wir, glaube ich, hätten, wenn es normal durchgelaufen wäre. Glaube ich. Glaube ich auch. Der Staat hat die Maske fallen lassen. Der Staat hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr demonstriert. Weil diese ganze Begründung mit vermeintlicher Pandemie, das glaubt keiner mehr. Das glaubt keiner mehr. Ihr habt die Zahlen nie geliefert. Ihr wollt einfach nur nicht, dass die Menschen auf die Straße gehen, denen ihr die Erwerbsgrundlage entzieht, denen ihr die Freiheitsrechte entzieht. Und heute hat Berlin ein Zeichen nach Deutschland, nach Europa und in die Welt gesendet. Bis hierher und nicht weiter. Super, Wahnsinn. Markus, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen guten Abend. Wir bleiben in Verbindung. Wir sind eh noch unterwegs hier. Ja, Bodo ist hier. Eine Unterschrift bitte. Bodo ist hier. Unterschrift gibt's, schaut hier. Irgendwo wahrscheinlich. Friedensfest. Friedensfest. Ich unterschreibe auch. Wunderbar. Schau mal hier, ich drehe einmal die Kamera. Ja, ich kann. So, drehe einmal um. Und hier. Perfekt. Danke. Ja, meine Lieben. Warte, ich muss mich kurz durch hier. So. Ich muss mal wieder kurzfristig an den Strom. Und hoffe, meine treue Frau hat meinen Gimbal aufgeladen. Das sehe ich, sehe schon hinten. Der ist am Laden. Sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich mit großer Power und Geschwindigkeit. Oder hat denn hier jemand, was ist hier passiert? Ach Leute, nee, ne. Ach Leute. Nein, da hat mir jemand meinen Stecker rausgezogen. Hat das Ding hier noch Strom überhaupt? Gibt auch keinen Strom mehr hier. Wow. Tja, dann hat das nicht so viel gebracht. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie weit mein Gimbal noch reicht. Dass ich für euch hier noch weiter streamen kann. Ich hoffe, dass es noch Möglichkeiten gibt. Ist kein Strom mehr da? Nee, ne? Strom ist weg. Eieiei, Strom ist weg, meine Lieben. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Warte mal kurz schauen. Mach mal an. Ein. Oh, ich habe einen Punkt. Einen Punkt ist wenig. Einen Punkt ist besser als kein Punkt, richtig? Ich werde mal kurz mein Handy drauf schnallen. Ein bisschen Rücksicht, dass es jetzt gerade ein bisschen wackelt. Der Akku ist immer noch nicht leer oder was? Ich habe zwischendurch mal kurz aufgeladen, aber jetzt ist der Strom weg. Ich bin seit 226 Minuten live. So Leute, da bin ich wieder. So, einmal kurz drehen. Und jetzt habt ihr mich wieder. Auf dem Gimbal sieht ein bisschen stabiler aus jetzt. Ja, mein Handy wird auch nicht mehr so lange durchhalten. Aber schaut, wer hier ist. Immer noch da. Laut hier. Alle sind noch hier. Ja, meine Lieben, dieser Tag. Also, ich weiß nicht, was am Reichstag los ist. Ich bekomme unterschiedliche, unterschiedliche Infos. Es soll voll sein. Es soll voll sein. Also, meine Lieben, wir werden schauen. Jetzt ist hier zum ersten Mal, dass ich ganz vorne schon sehe, dass die Leute sozusagen weggehen. Wurde gerade übrigens jemand abgeführt, der mit mir sich unterhalten hat. Also, er hat auf eine Aussage der Polizei gesagt, hey, Entschuldigung, er hat ihn so angestürzt. Er hat am besten reagiert. Und nach drei Sekunden ungefähr hat er gesagt, Ja, meine Lieben, was soll man dazu sagen? So sieht es heute aus in Deutschland zu diesen Zeiten. Naja, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mal gucken, was hier noch geht, dann Richtung Reichstag losgehen, weil ich da meinem Freund und Bruder Thorsten Schulte ein bisschen unter die Arme greifen möchte und gucken, was da los ist. Ich hoffe, dass mein Akku so lange durchhält. Ansonsten müssen wir mal schauen. Ja, Goldmarie, vielen Dank, Mariechen, für die fünf. Der Strom ist aussetzt. Weg da. Ich habe einen Punktakku. Also, das heißt, wir haben die Powerbank wirklich nirgendswoch. Ist die im Auto liegen geblieben? Oh nein. Leute, wir finden meine Powerbank nicht. Schulte braucht euch. Tina. Ja, meine Lieben, was ein Tag. Schaut euch das an. Schaut euch das hier an. Schaut euch das an. Kannst du auch mal die Bühne richtig filmen? Hab ich schon. Den ganzen Tag schon, Ben. Ich muss mir mal gerade überlegen, ob ich vielleicht auch immer noch mal gefühlt werde. Mal gucken. So, Leute sind immer noch da. Ah, jetzt habe ich noch eine Idee, mal das auszuprobieren. Ja, da. Das warst du zweimal drin, Ben. Ja. Ja. Das war's. Ich bin jetzt auszuprobieren. Das war's. Das istтищend. Das war's. Das ist ein typischer Grund. Das war's. Das ist nichts. es wurde gerade für dich abgegeben oh dankeschön eine powerbank krass leute ihr seid die aller coolsten mir hat gerade jemand eine powerbank in die hand gedrückt hi ja na klar mache ich eins die frau ist nicht da vorne wenn ich bedanke mich perfekt ich habe ich habe eine powerbank bekommen gerade hier so auf geht's alle zusammen leute sind immer noch hier ich weiß ich leider nicht aber danke euch Ah, guck mal hier, Leute. Kennt ihr ihn noch aus Stuttgart? Er hat einen fliegenden Papagei dabei. Schau mal hier. Das schöne Tier. Ist er am Naschen oder was? Na, Freunde, ist das nicht mal ein Bild? Ah, super. Danke, ihr Lieben. Cool, Leute, guckt euch mal das an. Da gibt jemand für mich eine Powerbank ab. Das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Vielen, vielen Dank. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich die angeschlossen bekomme. Schatz, guck mal. Jemand hat im Stream gehört, dass ich eine Powerbank brauche oder eine Powerbank abgabe. Kannst du mir das Ladekabel geben fürs Handy? Das kleine Ladekabel. Na, ne, die ist wahrscheinlich im Auto oder was. Mal schauen. Das ist das iPhone-Ladekabel. Das da, ja. Steck das mal kurz hier in den oberen Reihen. So, Leute, jetzt gibt es Saft. Hältst du mal kurz das? So, meine Lieben, jetzt kommt der Tag, der Große. So, jetzt hoffe ich, dass da Power rauskommt. Diejenige, die mir, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich müsste funktionieren. Diejenige, die mir die Powerbank gegeben hat, melde dich bei mir an meine E-Mail-Adresse, Sam mit mir an Sam.com. Ich schicke es dir wieder zurück, ja. Den sollst du wieder bekommen. Vielen, vielen Dank. Jetzt hoffe ich, dass sie funktioniert, dass sie noch ein bisschen online bleiben kann. Mein Gimbal, wenn der ausgeht, bin ich ja immer noch online. Und ich muss mal schauen, wo unsere hin ist. Wir haben gestern extra noch eine mitgenommen. Wir wissen nicht, was da los ist, warum sie nicht mehr da ist. Ja, hast du vorne drin nochmal geschaut, in allen Taschen? Wahnsinn, haben wir die Powerbank vergessen, kann doch nicht wahr sein. Meine Frau hat es mir extra noch im Auto gegeben, sagt sie mir, Menschenskind, Schulte in Handschellen, seid ihr euch sicher? Schulte wird verhaftet. Ach, meine Lieben. Ja, ich brauche noch kurz, was ich trinke. Dann gehen wir gleich mal schauen. Die Menschen sind jetzt noch hier. Wir müssen mal gucken, dass wir Richtung Reichstag gehen. Wir müssen da sowieso hin, um zurück zum Auto zu kommen. So, meine Lieben, ganz ehrlich. Also, wenn Schulte verhaftet wird, können wir sowieso nichts machen. Du kannst der Polizei dich nicht in den Weg stellen. Ja, es ist ganz einfach. Ansonsten, Entschuldigung, Was ein Tag. Was die Berichterstattung hier ertrifft, schaut euch die Leute an. Sind immer noch alle hier. Sind immer noch alle hier. Wahnsinn. Polizei ist da. Servus, das Interview. Können wir machen. Ich nehme es gerade mit, weil ich bin live auf YouTube seit vier Stunden. Ja, ich bin live. Seit vier Stunden? Ja, ja. So, meine Lieben, ihr habt ja Nikolai, der hat mich auch schon mal in Darmstadt interviewt. Ja. Schieß los, meine Lieben. Ja, Leute. Also, Samuel, ich finde es ja schön, dich hier wiederzusehen. Du bist ja aus der Schweiz angereist, gestern wieder, oder? Genau, genau. Das ist ein Satz. Sehr schön. Samuel, du hast ja den ganzen Tumult so mitbekommen jetzt hier. Wie ist so dein Eindruck von der Berliner Polizei? Wie haben sie sich verhalten? War das alles in Ordnung? Oder gab es Drangeleien? Hier ging es brutal zu? Also, ich muss sagen, die Polizei hat sich bei uns hier oben auf der Bühne sehr fair verhalten. Wir haben mit denen reden können. Die waren zu keiner Zeit, wurde unnötige Gewalt angewendet. Ich habe gehört, dass es in der Menge ein, zwei, drei Szenarien gab, wo Tränengas eingesetzt worden ist oder sowas. Ja, also, sowas habe ich gehört. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es ein paar Zugriffe gab, irgendwo hier hinten. Aber ansonsten waren die da oben fair. Die haben ihre Befehle gehabt. Die haben sie nicht verweigert. Das hätten sie ja machen können. Haben sie nicht getan. Insofern haben wir aber einen guten Kontakt zu denen gehabt. Es war friedlich die ganze Zeit. Und ich meine, ich denke, dass sie das abgebrochen haben heute. Was hier heute passiert ist, wir sind jetzt hier bei 24.000 Menschen live. Oh, deinem Wetter. Ja, wir hatten es in der Spitze 32.000 live. Deinem Wetter. Also, ich glaube, wir haben heute mehr erreicht, als wenn das ganze Programm normal durchgelaufen wäre. Was haben wir heute erreicht? Was würdest du sagen? Was ist auf der Haben-Seite jetzt? Also, auf der Haben-Seite ist auf jeden Fall, dass wir Menschen, die das mitbekommen haben heute und die vielleicht noch nicht gewusst haben, was hier los ist, dass die vielleicht jetzt anfangen, hier kann was nicht stimmen. Weil wenn unter den Umständen, unter denen wir heute gewesen sind, wenn hier die Polizei diese Demonstration auflöst, dann müssen wir den Glauben an den Rechtsstaat und an Gleichberechtigung, an Freiheit und an Versammlungsrecht, an Meinungsfreiheit usw. verlieren. Und das ist heute passiert. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Also, wenn wir jetzt erkannt haben, gut, wir haben keine Meinungsfreiheit, wir haben keine Demokratie mehr hier, wir haben keine Mitbestimmung mehr, was müssen wir jetzt denn tun? Wir müssen das tun, was wir bisher gemacht haben. Wir müssen uns versammeln und wir müssen aufstehen für das, was wir glauben. So lange, bis es so viele Menschen sind, dass irgendwann jeder der Nächste kapiert, um was es geht. Ich meine, wir haben keine andere Wahl. Wir können Gewalt nicht anwenden, das fällt weg. Wir können nicht andere Leute zwingen dazu. Das Einzige, was wir tun können, ist in Ausdauer und langmütig, so wie wir es jetzt gemacht haben, hier zu stehen, Wochenende für Wochenende, Samstag oder Sonntag für Sonntag und diese Botschaft nach draußen tragen, bis wir mehr Menschen erreicht haben, bis alle die, die noch die Möglichkeit haben, sich kritisch nachzudenken, angefangen haben damit. Also der Weg des Friedens, in der wir weitergegangen sind. Genau. Und in Ausdauer vor allen Dingen. Das Ganze ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und ich meine, alle, die wir heute hier schon den ganzen Tag stehen, und auch die Menschen da draußen, die immer noch hier sind, die tun alle ihren Teil dazu bei. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen damit weitermachen. Das ist nicht der letzte Tag gewesen. Aber dieser Tag war ein ganz wichtiger. Und diese Botschaft, die wir hier haben, die geht raus an Deutschland, die geht raus an die ganze Welt. Die Vernetzung reichen international über den ganzen Globus unter den Leuten, die hier gesprochen haben. Und insofern ist das für mich heute ein voller Erfolg gewesen. Jetzt würden ja manche sagen, gut, mit 1,3 Millionen, oder wie viele wir jetzt waren, hätte man ja auch auf den Reichstag stürmen können. Manche haben das auch ein bisschen gehofft oder erwartet. Es gab dieses Gerücht, dass das ein Plan wäre. Wärst du mit dabei, wenn es auf den Reichstag gehen würde? Oder würdest du sagen, Leute, macht ihr mal, ich stehe mal hier und gehe den Weg des Friedens? Also ich gehe immer den Weg des Friedens. Für mich ist Gewalt nie eine Alternative. Das wird sich auch niemals ändern. Es darf nie mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir gehen den Weg der Gewalt. Weil dann tun wir genau das Gleiche, nur für einen anderen Zweck. Das heißt, wir tun das Gleiche, was Merkel macht, nur mit einem anderen Zweck. Der Zweck heiligt aber nicht die Mittel. Und wir müssen dieses Prinzip, das Prinzip, den Weg des Friedens, der muss gehen bis zum Ende. Und der muss so weit gehen, bis wir eines Tages vielleicht dafür sogar umkommen müssen. Was auch immer. Aber schau dir die ganzen Menschen an. Schau dir Gandhi an, dessen Bild wir hier sehen. Schau dir Luther an, wie sie alle heißen. Diese Menschen hatten, egal auf was es kostet, standen hier, ich meine, wir erinnern uns, wäre eigentlich Teil meiner Rede heute gewesen, vor ungefähr 500 Jahren, war in Worms, bis auf vier Monate sind es am 27. Januar 1521, war in Worms der Reichstag. Und da war Luther vor der ganzen Nation gestanden als einzelner Mann und sagte, ich kann nicht widerrufen das, was ich weiß. Ich kann nicht widerrufen das, was ich glaube. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir Armen. Und das muss unser Credo sein. Das ist das, wofür wir hier sind. Das ist das, was den Menschen hier klar geworden ist heute, glaube ich. Das hört nicht auf, das wird nicht weniger. Die Leute, die das heute gesehen haben, wie man ihnen ihre Stimme geraubt hat, wie man ihnen das Recht genommen hat, ihre Meinung zu zeigen, in Freiheit sich zu versammeln. Diese Menschen sind jetzt noch mehr infiziert als davor. Und ich glaube, deswegen waren wir heute sehr erfolgreich und ich habe das erreicht, was sie erreichen wollen. Gut, wo geht es jetzt weiter? In Stuttgart? Bist du auch da? Ich werde in Stuttgart sein, ich werde überall sein. Ich bin ausgebucht bis in den September auf allen möglichen Demos, egal wo, Ravensburg, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim, überall. Also wir werden uns wahrscheinlich noch irgendwann mal sehen. Dann sehen wir uns mal wieder. Auf jeden Fall. Danke schön dir und dann erhol dich nachher gut. Danke schön. Bis bald. Ja, meine Lieben, ihr seht es ja, wie gesagt, danke schön, Stefan, für deine Unterstützung. Ich spreche mit jedem, ja, ich habe auch schon ganz oft gehört, ja, was redest du mit Nikolai? Das ist doch einer, der rechts ist. Ganz ehrlich, meine Lieben, mir ist egal, was die Menschen für eine Vorurteile haben, was die Menschen über andere Menschen sagen. Ich werde niemals irgendwelche Menschen ausgrenzen, solange sie friedlich und human und logisch und vernünftig mit mir reden wollen. Denn warum soll ich die Chance weglassen, andere Menschen zu gewinnen? Andere Menschen zu gewinnen und hier werden überall gewunken. Vielen, vielen Dank. Leute, was hier passiert, ist Wahnsinn. Leute sind immer noch alle hier. Schaut euch das an. Wir stehen hier, immer noch vor vollen Rängen. Ja, meine Lieben, ein legendärer Tag in Berlin. Ein legendärer Tag in Berlin. Wir werden jetzt gucken, dass wir noch irgendwie ein bisschen Strom organisiert bekommen, falls es noch irgendwo welchen gibt. Ich würde nämlich gerne noch, wenn das funktioniert, ich glaube, das Ding hier wird warm. Wenn es warm wird, ist gut, dann lädt es nämlich. Müssen wir mal schauen, ob wir noch Richtung Reichstag kommen. Olga, vielen Dank. Vielen Dank für deine Unterstützung, dass wir da noch ein bisschen was tun können. Ich habe noch eine Interviewanfrage. Müssen wir auch noch schauen, wie wir die machen. Ansonsten, meine Lieben, wow, 23.000 Menschen sind noch dabei. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also dieser Tag heute war eine absolute Legende. Von unseren Mitarbeitern aus den Firmen haben sich Menschen teilweise noch heute frühmorgen entschieden, in den Bus zu hüpfen und hierher zu kommen. Was heute hier passiert ist, ist legendär. Da hinten seht ihr, die Menschen stehen, schaut mal hier, ja, ihr seht hier noch, da hinten stehen die Menschen oben und sind am Winken, sind am Fahren und Schwenken. Oh, da hat noch jemand eine Powerbank. Wahnsinn, die Leute kommen. Perfekt. Wahnsinn, Leute, ich muss mal kurz unter dem Gatter hier durch. Perfekt, schaut hier, da wird mir Hilfe angeboten. Hammerhart. Wahnsinn. Ihr seid die Allergrößten. 5, 1, 2, 1 Ampere, 2,1 Ampere, der hat mehr Power, aber kannst du auch den nehmen. 5 Volt 1 Ampere, der hat 2,1, den da. Danke. Bist du, ja, habe ich. Bist du, kannst du das hier für mich halten? Bist du hier? Ja, aber eigentlich da drüben. Wo finde ich dich nachher wieder? Weil ich muss dir das Ding ja wieder geben. Soll ich dir meine Adresse auch schreiben? Ja, hast du irgendwas zum Schreiben oder so? Ja, kann ich aber keine. Es gibt noch ein Thema. Einen Moment, ich muss kurz meine Adresse abgeben, weil ich muss die Powerbank wieder, die Powerbank wieder zurückschicken. Leute, guckt euch mal das hier an. Schaut euch mal das hier an. Hab ich bekommen. Warte, Moment. Einmal hier, von da kommt es her. Schaut, Moment. So, hier. Vielen, vielen Dank. Es sind 23.000 Leute, sehen das. Ja, perfekt. Merci. Merci. Leute, Wahnsinn. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Saft. So, wir mal schauen, dass wir noch weiterkommen, schauen, was am Reichstag los ist. Julia, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Also, meine Lieben, schaut hier. Die Menschen sind alle noch da. Die Menschen sind alle noch hier. Wahnsinn, dieser Tag, dieser Tag heute. Ihr seid brillant. Ohne euch wäre das alles möglich. Aber ohne euch würde das gar nicht laufen. Es ist immer, beide haben ihre Rolle. Entschuldig, aber bitte sage, dass dein Problem dem Schönen ist. Danke, werde ich machen. Werde ich machen. Wahnsinn. Herr VW. Es ist möglich, freie Energie zu nutzen. Ja, ich weiß. Das wird seit 100 Jahren ausgedauert. Er ist auch schon gerade aus. Er ist umfinanziert. Und das war abgebrochen. Ich kenne die Geschichte. Ja, natürlich. Ich kenne mich da aus. Ja, ja. Green minus Energy minus Infrafutkom. Kenn ich. So, das müssen wir uns erarbeiten. Ja, natürlich. Das ist alles zähmend. Katharin, vielen Dank. Ja, ich weiß. Ich kenne die Geschichte. Ich bin sogar schon mit einem Professor in Kontakt gewesen. Deswegen, ja, genau. Ich war bei ihm, oben in Magdeburg. Wo war das? Irgendwo da ist er. Genau, da bin ich hingefahren. War bei ihm. Im Raum mit ihm gesessen. Aber danke. Es ist ein bisschen bitte Krake. Warte, ganz kurz. Konstante. Habt ihr alle gehört, Leute? Die Adresse, ja? Nein, nein. Ja, das ist nicht von mir. Das habe ich auch von jemandem bekommen. Ich muss... Und wie geht das? Das bleibt nicht vonstatten. Warte, ich bin live. Ich muss weitermachen hier. Mein Lieber. Tut mir leid. Aber ich weiß Bescheid. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich schicke dir das wieder. Dankeschön. Wahnsinn, Leute. Seht ihr das? Man ist hier nie alleine. Ich habe einmal im Livestream gesagt, dass ich ein Powerbank brauche. Jetzt sind die Leute hier und haben mir eine Powerbank besucht. Erst eine kleine. Das war super cool. Die hat auch funktioniert. Jetzt habe ich eine große bekommen. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt gehe ich wieder unter der Absperrung durch. Eine Sekunde. Der Bodo ist auch noch unterwegs hier. Haltet die Stellung. Guckt ihr das immer an. Meine Batterien sind leer. Ich habe es im Livestream gesagt. Und dann kommen die Leute und geben mir Powerbank. Das ist nicht mehr normal. Also das habe ich noch nicht erlebt. Wahnsinn. Immer noch 22.000 Euro. Ich bin echt, ich bin nicht fix und fertig. Aber das kann keiner mehr. Verteilt das bitte überall, wie das hier wirklich war. Es waren 1,3 Millionen Menschen. Und ich sprachlos. Das war das alles nicht. Wahnsinn, ne? Nein, und die Polizei war auch extrem fair. Die haben nichts gemacht. Sie haben gegen niemand Gewalt angewendet und ähnliches. Die können auch nichts dafür. Und ich denke, wir haben ja auch Überzeugungsarbeit geleistet, dass wir Demonstranten sind für die Freiheit und dass wir hier nichts Böses sagen. Meine Fresse, das ist ja unglaublich, dass du hier ein Geld einnimmst. Die Leute, das ist ein Wahnsinn. Hier hat gerade jemand 400 Euro gespendet. 400 Euro gespendet. Seid ihr wahnsinnig? Das ist wahnsinnig. Wahnsinn. Guckt ihr da. Wahnsinn. Leute, uns fehlen die Worte. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin seit 243 Minuten live. Ja, du bist wahrscheinlich einer der letzten Streams. Und das ist, selbst die haben uns sogar in seinen Fernsehsender gekapert. Wahnsinn, ne? LTV war nicht online heute. Wir konnten nichts senden. Wahnsinn, was heute passiert ist. Also, was soll ich dazu sagen? Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich entschuldige mich auch noch bei allen, denen ich so die Pistole auf die Brust gesetzt habe, dass sie nicht gekommen sind. Es sind ja noch eine trotzdem dazu gekommen. Und Samuel auch. Und wir haben hier tolle Freunde kennengelernt und wir haben eine friedliche Veranstaltung. und das wird durch die Welt gehen. Das ist auf der Straße des 17. Juni und diesmal hat der Staat eben nicht die Waffen gegen seine Bürger erhoben, sondern er hat sich mit ihnen eigentlich verbrüdert. Sie tun uns alle nichts. Richtig. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr zuguckt. Verteilt das, verteilt das und dann kippt diese ganze Maske und zwar überall auf der Welt wird sie kippen. Ich sage, Samuel, dein Freund wird abgeführt. Wer wird abgeführt? Ich sehe es nicht. Weißt du, wo Markus ist? Nein, ich bin offiziell auch schon im Gefängnis. Ach so. Bodo ist auch noch nicht gefangen genommen worden, meine Lieben. Aber Thomas Schulte in Handschellen schreiben Sie jetzt. Ach so, der hat ja vom Reichstag gesessen. Der war beim Reichstag, genau. Ja, wir müssen mal schauen. Leute, ich halte euch auf dem Laufenden, egal was. Bodo ist noch hier. Aber Anselmlenz ist auch da vorne. Und wir sind viele. Und alles für gut. Danke, Mann. Danke, Bodo. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns ja noch. Meine Lieben, Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Leute, 5 Euro, 5,49 Euro, 3 Euro. Leute, danke, danke, danke. Mir ist jede Unterstützung, egal wie klein, liegt mir am Herzen. Ich bedanke mich unglaublich dafür, was ihr tut. Und meine Lieben, vielen, vielen Dank. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schatz, schau mal hier. Habe ich aus dem Publikum bekommen. Eine Powerbank. Komplett mit allem drum und dran. Der Uwe hat gerade 400 Euro gespendet, alleine. Also hier, Mira ist auch, Andreas, vielen, vielen Dank. Leute, ihr geht alle crazy hier. Ist absoluter Wahnsinn. Was soll ich dazu sagen? Also, ihr fehlen die Worte. Wir werden jetzt gleich noch schauen, wie wir es hier weitermachen. Was wir hier weitermachen. Ich weiß noch nicht genau, wo die Party, sag ich jetzt mal, die Veranstaltung weitergeht und wie. Aber wir gehen nicht weg. Ich habe für heute geplant, hier zu bleiben. Ich werde erst morgen fahren. Das heißt, egal was, Markus Heinz ist mit der Polizei zugange, sagt die Birgit. Ihr müsst mir sagen, wo. Ich weiß nicht, wo. Drohnenaufnahmen können wir nicht machen. Du darfst über eine Veranstaltung nicht fliegen. Ich hätte zwar eine Drohne, aber die darf ich hier nicht steigen lassen. Das könnt ihr direkt vergessen. Der Anwalt braucht Hilfe. Meine Lieben, danke schön, vergoldet. Vielen, vielen Dank. Aber ihr müsst mir sagen, wo. Ich weiß nicht, wo der Anwalt ist und wo er Hilfe braucht. Der Markus. Ja, suche ihn. Ihr seid mir lustig, meine Lieben. Wie soll ich den denn suchen? Ich weiß ja nicht mehr, wo. Hier könnt ihr überall sein. Peter, merci. Vielen, vielen Dank. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Mir fehlen die Worte, wirklich. Ich kann das alles nicht mehr, was soll ich sagen. Mir fehlen die Worte. Schaut, jetzt wird es hier hinten ein bisschen leerer. Ich laufe mal kurz nach hinten hier. Zeige euch die Siegesäule. Lothar, vielen, vielen Dank. Hier sind die Polizisten. Und schaut hier, so sieht es aus. Die Leute sitzen noch hier. Roland, danke schön. Sabine, danke schön. Hier sind immer noch die Menschen. Schaut, grüßt euch. Alles Gute euch. Jetzt gehen hier die Versammlungen. Es wird jetzt leerer. Die Polizei ist hier. Aber schaut es euch an. Was war das heute für eine Veranstaltung? Da seht ihr hinten die legendäre Siegesäule. Straße des 17. Juni. Eine friedliche Demonstration, aufgelöst durch die Polizei. In einem freien Staat. Haben Sie gerade zehn Sixpacks Wasser her? Warte, kommen jetzt Spießrufen laut. Komm her, warte. Erzähl es direkt. Hier, Leute, schaut euch an. 23.200 Leute sind live dabei. Mahlzeit. Hi, wer bist du? Ich bin Basti. Basti, was hast du gemacht? Ich bin jetzt hergefahren, habe Wasser besorgt. Zehn Sixpacks, anderthalb Liter Flaschen. Die ersten, da bist du noch problemlos durchgekommen. Aber jetzt lassen sie keinen mehr durch. Also sie haben schon reidenweise die Leute wieder zurückgeschickt mit dem Wasser. Was? Ja, ja. Die Polizei ist jetzt also angehalten. Die Leute mit der Aussage, der nietet hier noch länger. Also habt ihr das gehört? Die Polizei schickt die Leute mit Wasser wieder nach Hause und sagt, sonst geht es hier noch länger. Das heißt, die Leute, die Wasser gebracht haben, er hat zehn Sixpacks gebracht. Schön behandelt, war mein Training heute. Ja, jawohl. Der Junge ist richtig knackig. Nee, aber Freunde, Wahnsinn. Die Polizei hält die Leute mit Wasser zurück. Wow. Wenn ihr das irgendwo habt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr das seht, Bilder machen, postet die in die Telegram-Chats. Wir brauchen diese Dokumente. Das sind alles Sachen, die wir aufarbeiten müssen nachher. Die müssen wir in Videos packen. Das müssen wir zur Sprache bringen. Frau, vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Also meine Idee wäre noch runterladen, falls es nicht irgendwann mal gelöscht wird und immer wieder hochladen, dass die Leute wissen, was hier wirklich los ist. So sieht es aus. So sieht es aus. Und ich habe vorhin noch, ich kriege ja immer den Weltchat, ne? Und da waren es dann auch wieder 20.000 Leute, wo die gegen Mittag, die, ähm, wurde abgedreht, ja, wurde abgedreht und so runter, kriegst du dann eine Macker, wenn du wirklich bist. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, vielen, vielen Dank. Schönen Abend dir. Dankeschön. Wahnsinn, Leute, ihr habt es gehört. Also Wahnsinn, was hier los ist. Die haben, die schicken die Leute teilweise mit Wasser wieder zurück. Wow. Wenn das wahr ist, was will man da groß sagen? Also da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wahnsinn. Die schicken die Leute anscheinend, die mit Wasser reinkommen, an den Absperrungen wieder nach Hause. Ja, haben wir gerade mit uns mit einem Team-Member gemerkt. Ja, also hier wird das gerade bestätigt, was ich gerade erfahren habe. Also einer aus unserem Team wurde gerade abgelehnt, reinzulaufen. Völlig verrückt. Leute, das sind alles Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Das sind alles Dinge, und lieber, genau, ich will noch eins kurz sagen. Der Einsatzleiter hat auch gesagt, dass wir jetzt einfach niemanden mehr reinlassen, weil lieber kommt ein Krankenwagen, um die Leute abzutransportieren, die dann umfallen, weil dann ist die ganze Veranstaltung schon schneller zu Ende. Kann man das kommentieren? Ja. Man kann es nicht kommentieren, das ist ohne Worte. Ohne Worte. Wahnsinn. Hier sind die Jungs, die haben alle ihr Herzblut hier reingehängt, das aufzubauen. Wow. Und dann kommt noch so was. Wahnsinn. Danke für deine Info. Ciao. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Leute werden zurückgewiesen, die Wasser dabei haben. Ich bin live. Hier, der Jochen ist da. 24.000 Leute. Martin Böckle, bester Mann. Der hat die ganze Zeit gekuckt. Du bist dein größter Fan, ich soll dir mal nur sagen. Danke. Musst du dir nachher noch was zeigen von ihm. Rainer, ich kann dich auch grüßen. Rainer Winkler, ich kann dich auch grüßen. Leute, also pass auf, Jochen, nochmal Info, die schicken die Leute mit Wasser an den Einlassgrenzen wieder nach Hause. Was? Ja, die Polizei schickt die Leute. Die Leute kommen mit Wasser durch? Die Leute, die haben aufgerufen, die Leute kommen mit Wasser und die schicken die Leute wieder nach Hause mit Wasser. Der Einlass hat gesagt, er hat zehn Sixpack hat er reingebracht, hat die verteilt und jetzt ist die Polizei, lassen die Leute nicht mehr rein, sagen, lieber kommt der Krankenwagen und nimmt die Leute mit raus, als dass wir die Leute reinlassen mit Wasser. Absurd. Also, na, ja, das muss an die Öffentlichkeit, Leute, wenn ihr das seht, wenn ihr in der Nähe seid, Handys rausfilmen, postet es in meine interaktiven Gruppen auf Telegram, da kann man es nicht löschen, ja, es gibt die Diskussion, da vorne kommen die Krankenwagen schon, ihr könnt es sehen hier, ja, schaut euch das an, ja, da hinten könnt ihr sie sehen, was hier los ist, meine Lieben, es ist nicht zu fassen, also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Absoluter Wahnsinn. Die Leute werden, die Leute, die Wasser bringen, werden von der Polizei nicht reingelassen. Was? Aber wir haben schon ganz viel Wasser drin. Ja, aber die Leute, die werden an den Grenzen zurückgeschickt und die Polizei sagt, lieber kommt der Krankenwagen und holt sie ab, da gehen sie wenigstens aus dem Gelände raus und nicht mehr. Ah! Aber wir haben es alles live, wir haben es auf Kamera, also die Leute, die da, dort sind, ich habe gerade von einem, der kam zu mir, der hat gesagt, ich habe zehn Sixpacks Wasser reingebracht, Wahnsinn, also was da los ist, also dass man sowas macht, das kann ich mir, ich bin mal gespannt, wie viel Feedback wir bekommen über die Livestreams. Ja, 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 wir rufen die Leute hier auf, Leute kommen alle und helfen. Wahnsinn. Schöne Grüße von dir, alles querdenken Menschen, alles querdenken Menschen. Allein Kamel hat vorhin heiß getroffen. Können wir dich in Norddeutschland mal buchen? Ja, damit ich mir einfach, du hast mal in Kontakt, hast du mit Michael bei mir Kontakt? Sag, Michael soll dir meine Kontakte angeben, ist okay von dir. Friederike. Ja, ja, ich weiß, sagst mir Bescheid und dann kriegen wir es hin. So, meine Lieben, also, Wahnsinn, 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 was hier abläuft. Die Menschen sind immer noch da, schaut, sind immer noch hier. Ja. Kein Wasser. Wahnsinn. Ja, Matteo ist hier, den ihr auch kennt von YouTube. Wahnsinn. Jetzt wird mit der Polizei geredet, hier nochmal. Wow. Jetzt macht man den Gimbel. Dankeschön, Sabia, Saiba, Saibia, Saibia, vielen Dank. Vielen Dank. Ich drehe nochmal kurz um. Mein Gimbel hat nämlich jetzt hier gerade schon wieder, er blinkt auf dem letzten Akkustück. Ich versuche mal, ob ich ihn laden kann, während ich ihn benutze. Das wäre der Hammer. Schatzi, kannst du mir kurz nochmal mein anderes Ladekabel für den Gimbel geben? Weil der ist das auch nur noch 1. Ich kann ihn vielleicht laden. So, meine Lieben, Wahnsinn. Also, wir laufen jetzt gleich mal, wir schauen jetzt gleich mal, dass wir zum Reichstag kommen. Ich weiß nicht, ob Thorsten Schulze noch da ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Hinter der Polizei, wie der Bühne bei dem Polizeiwagen ist Markus. Ich schaue gleich mal, ob ich ihn finden kann. Dann gehe mal da hin. Genau. Perfekt. Warte mal. Ich brauche einen. Haben wir einen USB-C auf einen normalen USB? USB, USB-C? Haben wir gar nicht? Oh nein. Hat der einen USB-C-Ausgang? Innen hat der nur. Schade. Hm. Mein Gimbel wird nicht mehr sehr lange machen. Haben wir noch einen anderen? Guck mal da drin, guck mal da drin, ob wir noch einen haben. USB-C. Ich suche gerade noch das richtige Kabel, dass wir weitermachen können. Meine Lieben, die Leute schreien. Leute rufen immer noch. Wahnsinn, was hier heute los gewesen ist. Schaut euch das an. Schaut euch das an, meine Lieben. Schaut euch das an. Liebe Polizei, gebt die Bühne frei. Wahnsinn. Leute, ich lese gerade hier, Reichstag entern. Nein, hier wird überhaupt nichts geändert. Wenn wir nicht anfangen, das Ganze hier in Frieden durchzuziehen, sind wir auf dem falschen Weg. Wir können nicht anfangen, jetzt hier mit Gewalt zu kommen. Das wird nicht, wird nicht fuchten und das wird es auch nicht bringen. Wir müssen friedlich bleiben. Insofern, wo ist der Michael? Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, wenn der verhaftet worden wäre oder so, hätten wir das hier drin mitbekommen. Der war ja bis gerade noch da. Ich weiß auch nicht, wo Michi Ballweg ist. Habe ihn jetzt schon seit einer Stunde anderthalb nicht mehr gesehen. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, aber meine Lieben, was ein denkwürdiger Tag. Was ein denkwürdiger Tag. Jetzt kommt die Polizei hier hinten nochmal mit einem weiteren Wagen da hinten an. Hier seht ihr ihn. Wahnsinn. Also auch ihr eure Unterstützung, die ihr heute wieder geleistet habt. Was soll ich sagen? Ja, gar kein Kabel mehr. Okay Leute, also wenn es nachher wieder ein bisschen holpriger Livestream wird, dann liegt es dann daran, dass mein Gimbal gleich wieder leer ist. Danke, vage Frau. Danke, vielen, vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? Wahnsinn. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt tun. Zum Reichstag gehen. Bleiben wir noch hier? Zum Reichstag. Ich glaube, wir gehen zum Reichstag. Aber hier stehen ja schon noch einige, ne? Ja, hier stehen noch einige, ne? Aber Michael spricht. Schaut, meine Lieben, Michael spricht. Das ist tatsächlich für die, die das Anordnen skandalös. Wir sind hier nicht im Krieg. Auch wenn die Politik von einem Krieg redet und auch wenn ihr zum Krieg angehebzt werdet. Hier stehen friedliche Menschen, die hier abbauen müssen und die kein Wasser kriegen. Überlegt euch mal bitte, was ihr hier gerade tut. Und das ist ein Skandal, was ich die letzten zehn Minuten da hinten beobachtet habe. Und hier wird nur mit dem Walz gedroht. Da hatten wir gerade gesagt, der saß nur friedlich am Boden. Er wurde praktisch mit Waffengewalt schon gedroht. Und das finde ich unfassbar. Ich gebe das als Information weiter. Diese Sachen werden wir alle zur Strafanzeige bringen. Es ist sicherlich. Keine Beleidigungen gegen die Polizei oder gegen sonst jemand. Ich erkläre hier einfach, was ich beobachtet habe. Und hier werden teilweise auch Straftaten von der Polizei begangen. Und das muss natürlich dokumentiert werden. weil es gibt gleiches Recht für alle. Auch die alten Menschen kriegen hier nichts zum richten. Hier wird mit Gesundheit eine Demo aufgelöst und ihr lasst die Leute verdusten. Das ist eine Schande. Ich hoffe, ihr könnt euch heute Abend noch in den Spiegel schauen. Und ich hoffe, irgendwann versteht ihr, was ihr heute gemacht habt. Es tut mir leid, dass es auf diese Art und Weise es verlieren muss. Und das Teil einziger, der Polizeibeamte, der heute hier da ist, gesagt hat, ich mache diesen Mist nicht mehr mit. Euer Spiegel nicht mehr. Die,rer Spiegel nicht mehr mit. Schämmt euch! 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 Hört bitte auf! Es bringt in keiner Weise was, Da ist es. Da ist das gute Wasser. Ich habe sogar gefragt, bei der Polizei, ich will eine alte Dame was zu trinken. Der hat nichts gekriegt. Pass auf, die Polizei hat uns mit fünf Mann mit Wasser, wir hatten 100 Tisten dabei, hat uns aufgehalten mit der Maßgabe, die Versammlung ist durch die Polizei aufgehoben worden. Somit darf keiner mehr zu dieser Verhandlung zurück. Selbst wir als Orner dürfen nicht zurück, weil wir Wasser dabei haben und damit die rechtswidrigen Demonstranten, die hier vor Ort sind, mit Wasser versorgen und dadurch dazu beitragen, dass diese länger hier bleiben, obwohl die Polizei will, dass wenn kein Wasser kommt, die Leute wahrscheinlich wegen Ermüdungs- oder Gesundheitserscheinung alleine nach Hause gehen. Das ist, ansonsten werden wir festgenommen worden und die Personalien werden festgestellt worden. Das war die ganz klare Order. Wir haben Kinder geweint, weil die haben kein Vertrauen mehr in die Polizei. Kinder haben keine Vertrauen in die Polizei. Ja, wir haben gesagt, wir wollen die Leute versorgen, die dehybridieren, weil die Hitze, wir haben sie die Polizeiabteilung ausgewechselt, weil sie den eigenen Kollegen nicht zugemutet haben, bei der Hitze so lange zu stehen. Und die Demonstranten kriegen sie nicht weg, aufgrund des Grundsatzes, der Verhältnismäßigkeit, also wie früher bei den Burgen, man umlagert die Burg, wartet so lange, bis die Leute ausgehungert sind und dann freiwillig die Bühne verlassen. Das ist die Botschaft. War das aus erster Hand, ne? Aus erster Hand, ich war ja der... Nein. Du kannst nichts machen. Die haben das sehr freundlich gesagt, ich hab den einen auch erkannt, ich stand die ganze Zeit hier vor der Bühne. Der hat das sehr höflich gesagt, hat auf die Schulter gezuckt. Also das war eine ganz klare Order. Und einen von unseren, den haben sie weggeschnappt. Den einen von unseren Ordnern haben sie, während wir zur Siegessäule gelaufen sind, um das Wasser zu holen, haben sie weggeschnappt, mit drei Mann festgenommen und Personalien festgestellt. Mein Lieben, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es aus schwarz auf weiß, also das ist unglaublich. Aber vielen, vielen Dank für dein Zeugnis, also ich meine, Wahnsinn, das müssen wir aufarbeiten, müssen wir aufarbeiten, das muss Konsequenzen haben. Ja, ich hab auch gesagt, auf welcher Rechtsgrundlage macht ihr das? Ja, wir haben die Versammlung aufgelöst und deswegen auf den Paragrafen dürften Sie nicht mehr zurück, weil Sie Wasser dabei haben. Ich sage, wir sind doch Ordner, wir müssen ja auch abrunden und zurückziehen. Nein, Sie kommen hier nicht durch. Entweder gehen Sie zurück zur Siegessäule und stellen Ihr Wasser dort ab oder wir nehmen Sie fest und stellen Ihre Personale fest. Wir brauchen Wasser. Ganz klare Andeutung. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, danke. Ihr habt es selber gehört jetzt. Seid mal ehrlich, habt ihr nicht. Ja, ihr werdet ständig angekraschen von der Antifa, von dem Ende der Schmettern. Ja, also wir haben es als erste Hand jetzt, dass hier das Wasser den Menschen verweigert wurde. Das ist, wow, was soll ich dazu sagen? Leute, was soll ich dazu sagen? Also, ich bin geschockt, ich bin geschockt. Anders kann man es nicht sagen. Wahnsinn. Die Menschen durften nicht hier wieder herkommen, weil sie Wasser dabei hatten. Wahnsinn. Meine Lieben, was gibt es noch zu erzählen? Es sind 25.000 Leute. Wahnsinn. Immer noch da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Unglaublich. Was ist das? Ich bin gerade im Moment ein bisschen sprachlos. Tut mir leid. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Wahnsinn. Die Menschen werden mit Wasser nicht durchgelassen. Wow. Krass. Naja. Meine Lieben, meine Lieben. Stefan, ich frage mal kurz, ob er unterwegs ist. Stefan, ganz sorry, gehst du noch zum Reichstag rüber? Ist da was? Ich weiß es nicht. Der Thorsten ist anscheinend da. Also, ich würde lieber bleiben. Ja? Ja. Stefan sagt, bleiben. Nicht zu diskutieren. Gibt doch keine Lohnvertreibung, ich glaube. Also, ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, wir sollen hierbleiben. Aber es gibt einfach unterschiedliche Meinungen. Und auch da, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, was bei den anderen so los ist. Der Michael habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Aber der Markus Heinz ist hier und hält die Stellung. Und ich bin da. Wir haben ganz viele Dinge hier schon gemacht. Jetzt haben wir die Leute getrommelt. Und dann, ja, wir haben mit der Polizei verschiedene Sachen gemacht. Aber, ja, jeder muss selber auch ein bisschen wissen, was jetzt so los ist. Und ich weiß nicht, ob es dort gut ist. Vielleicht ist es gut, dass wir an verschiedenen Orten sind. Ich habe jetzt schon ein paar Meldungen gekriegt von Leuten, die so die Presse verfolgen. Und da heißt es, dass die Politik halt sagt, demonstrieren ja, aber nicht so. Hätte wohl der Spahn gesagt. Und die hocken jetzt irgendwo in Büros und so. Die haben gar keine Ahnung, was hier abgeht. Und die Millionen, die jetzt hier mindestens da war, die wird nicht mehr umkippen. Und egal, wo wir sind, nächste Woche 8.8. sind wir in Stuttgart. Ja, das ist die nächste Demo. Bin immer gespannt, was da passiert. Und, ja, geil, dass dein Stream die ganze Zeit funktioniert hat. Ich glaube, seit 263 Minuten. Bombe, absolut bombe. Jetzt wieder mein Gimbal leer zum zweiten Mal. Aber ich bin live, mein Handy ist da. Jetzt wird es ein bisschen wackeliger, Freunde. Ich habe es euch vorgewarnt. Da bin ich jetzt wieder. Ja, aber wir sind seit, wir sind seit viereinhalb Stunden live. Hey, mega. Absolut. Gratuliere dir. Ach, danke. Mein Handy hat gar nicht funktioniert. Absoluter Wahnsinn. Ja, das war der Stefan. Was passiert hier gerade? Nein, weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Nein, ich hatte. Okay, meine Lieben. Wahnsinn. Schatz, kannst du den einpacken? Der ist leer. Der ist tot jetzt. Jetzt habe ich nur noch mein Handy und habe die Powerbank. Aber damit halten wir durch. Also, Leute. Ja, ich nehme noch einen Schluck zu trinken. Meine Frau hat sich um mich gekümmert hier. Ich habe ein Handy, die ist noch voll hier. Also, damit bin ich jetzt durch. Aber ich habe jetzt, Leute, ja. Also, immer noch 25.000 Leute hier. Ihr seid absolut abnormal. Leute, ihr seid wirklich abnormal. Es wird jetzt ein bisschen wackeliger werden, weil ich den Gimbal nicht mehr habe. Aber ihr werdet mir das wahrscheinlich verzeihen, wie ich euch kenne. Ich trinke mal kurz noch was. Jetzt macht es einen Tag. Leute, danke, Matthias. Ich soll zu Markus gehen. Markus ist gerade vor mir. Hier steht er. Hier, Leute, schaut. Markus ist genau vor mir hier. Da seht ihr ihn. Ja? Da. Steht er. Ja? Ähm, insofern, Leute, Markus hat Geburtstag. Achtung, Achtung. Zum Geburtstag, lieber Markus. Zum Geburtstag, viel Glück. Ein Mann, der sich hier einsetzt, der von der Bühne bekam, von der Polizei, der sich für Rechtenordnung, im wahrsten Sinne für Rechtenordnung einsetzt, für Solidarität, für das Grundgesetz, für die Grundgesetze. Sag und bitte, was ist ein normaler Rechtsanwalt, was ich hier sehe? Das weiß ich jetzt nicht. Mit allem bin ich ja auch relativ wenig Rechtsanwalt für einen anderen Satz unterwegs. Meine Moderation ist ganz einfach. Ich habe die Berufsreise, ich habe die Grundgesetz gelesen auf andere Verfassungen und ich sehe, wo das hier hinführt. In einem Parteistaat. Das möchte ich nicht. Und ich habe die berufliche Möglichkeit, hier was zu ändern. Und das mache ich. Und was kann man machen als normaler Bürger, wenn ich das nicht mal über Wasser habe? Samuel Eckert ist gerade hier wieder dabei, mit einem seit 20.000 Zuschauern aus der Schweiz angereist. Die Menschen sind am Feiern. Keine Hitkommentare angeben. Alle Freien, das haben sie noch Wasser her geschickt. Was kann man machen, um am 8.8. vielleicht ein Stück da dabei zu sein, oder in Konstanz, was kann man machen, um einfach wirklich zu Friedenfreien einzustehen? Wir haben am 8.8. in der Mehlergebung. Da ist auch in Augsburg eine Friedenfest, zum Beispiel, die Leute müssen, können wir Friedensachen machen. Sie können auf die Straße gehen. Das haben wir heute mit einem phänomenalen Signal gezeigt. Ich gehe davon aus, dass es bei Ihnen noch nie so eine Demo gab. Ich mache ansatzweise. Es würde um die Welt gehen. Das werden wir um die Welt schicken. Was können die Leute machen? Sie können auf Demos gehen. Sie können rechtlich gegen die Kür vorgehen. Sie können ihre Konsumentscheidungen überdenken. Wem gebe ich Geld? Wem entziehe ich? Natürlich kann ich irgendwann auch wählen, aber ich muss halt jeden Tag versuchen, den Menschen draufzuklären. Wenn ich das hier für überzogen, falsch oder richtig zu erhalten muss, brauche ich etwas zu sagen. Das ist ganz wichtig. Und jeder halb so weit, wie er gehen kann. Aber was kann es nicht gehen, ist, dass man einfach nur schweigt und sagt, du bist jetzt hier alles überzogen. Also ich brauche keinen mehr, der mir sagt, das ist toll, was du machst. Und sage, was machst du? Ja, trau mich nicht. Das hilft. Man muss so viel machen, wie man sich selbst zutraut. Und ich bin mein Teil, ich bin voll. Ich bin lieber meine Anwaltszulassung oder jegliche Wirtschaft. Mantel, vielen, vielen Dank. Das ist das, dass ich in einem Staat leben muss, in dem es keine Freiheitsrechte mehr gibt. Das ist die ganz, ganz große Gefahr. Das haben wir heute wieder gesehen. Die Polizei hat hier gegen die Leute den Dämonengas eingesetzt. Mir wurde Zugang zu meinem Mandant und nichts gewährt. Die Menschen, die das gefilmt haben, wurden aufgefordert zu gehen. Dann wurden Zwang angedroht, da habe ich mich sehr gefühlt. Ich bedauere es sehr, dass die Polizei sich hier so hart provozieren lassen und denen, die sie anweisen. Weil wir waren hier den ganzen Tag schüttlich. Und diese ganze Schein-Pandemie kann eben jede Art von Protest auf dem Rechtsweg niederschlagen. Das heißt, die machen das, solange sie wollen, bis wir uns sagen, wir werden das. Wir machen das. Und das haben wir heute gesagt. Super. So, meine Lieben. Das war die... Hey, Willi, sitz, kennst du mich? Hey, ich kenne das Gesicht, kenn ich. Ja. Mein Lieben, schaut hier. Willi ist hier. Hi. Gibt es hier einen Livestream? Ja, natürlich. Ich ging schon seit 4,5 Stunden. In der Spitze 33.000 Leute. Jetzt gerade 23.000. Okay, bei uns ist der zusammengebrochen. Wir kriegen den nicht wieder hin. Und bei anderen Leuten auch. Was machst du besser? Ich habe ein Schweizer Handy. Das ist alles... Meine Güte, daran liegt es. Ja, wahrscheinlich. Aber Leute, hier, ihr kennt Billy. Der hat zum Beispiel auch einer derjenigen, die den Prozess um MH17 mit begleitet haben. Ganz, ganz wichtig. Ist bei uns allen wieder vom Radar verschwunden. Halt mal schnell, bitte. Ja. Ist bei uns ja allen wieder vom Radar verschwunden. Wir haben ja nur einmal kurz in der Presse gehabt. Am Anfang, da wurde sozusagen der mediale Effekt ausgeschlachtet. Und jetzt, wo wir eigentlich mal, sag ich mal, zur Wahrheit kommen, was das betrifft, da ist keiner mehr da, den es interessiert. Da warst du wahrscheinlich einer der ganz wenigen, die da drin gesessen haben, oder? Ja, hier. Ich bin hier akkreditiert durch das holländische Justizministerium, um am MH17-Prozess teilzunehmen. Und ich war jetzt einmal da im März. Dann wurde es wegen Corona ausgesetzt, also in Anführungszeichen wegen Corona ausgesetzt, für drei Monate. Und seit Juni wird es fortgesetzt. Du war ja auch schon einmal jetzt wieder da. Aber wir müssen noch ein paar Monate warten, bis dann die wirklich interessanten Dinge kommen, weil es wird bewusst sehr träge gemacht. Und auch bei den Pressekonferenzen darf man immer nur Fragen stellen zu dem Thema, worum es gerade ging. Aber es wird immer die alte Geschichte erst mal aufgewärmt. Alles, was wir schon tausendmal gesehen haben, noch mal begutachtet und noch mal. Und die interessanten Fragen, zum Beispiel, wo kommt dieses Beweismaterial denn her? Wer hat denn diese komischen Videos gemacht? Wann sind die denn gemacht worden? Was zeigen die denn da? Ist das überhaupt echt? Wir haben ja forensischen Reporters aus Malaysia auch jetzt. Ja, ja. Der belegt, dass die Videos gefälscht sind und dass die australische Polizei selber das bestätigt. Das wurde ja geleakt, das Dokument. Leute, ihr seht, ihr seht, es fängt bei Corona an und es geht weiter bei LMA 17. Es geht weiter über den Irakkrieg. Es geht weiter zu 9-11. Wir müssen uns mal überlegen, in welcher Welt wir leben wollen. Und das ist einmal, wenn du einmal einsteigst, ich meine, ich bin jetzt ein Hobby-Virologe geworden in den letzten vier Monaten. Und was du rausfindest über das, was die Medizin hier macht und wie sie das macht, das ist absolut, will ich sagen, erschreckend ist das. Sonst kein anderes Wort. Die Diktatur der Wissenschaft. Aldous Huxley hat ja ein Buch darüber geschrieben. Ich will mich auch erinnern an Orwell 84. Ja, es ist äußerst beunruhigend. Es ist wie ein Hollywood-Film eigentlich um uns herum. Hätte das jemand vor einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, nee, sowas ist ja gar nicht möglich. Denn was haben wir denn? Wir haben noch eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir haben noch ganz viele Medien. Wir haben Rechte. Wir haben noch so viele verschiedene Länder, die dort aufeinander achtgeben. Wir haben noch auch die UNO. Und was ist jetzt? Es ist alles gleichgeschaltet. Ja, Wahnsinn. Meine Lieben, ja, Philly Six hat auch einen YouTube-Kanal. Kann ich nur empfehlen. Ich persönlich gucke ihn immer. Es sind sehr interessante Themen. Er ist auch immer live vor Ort. Er war auch einer derjenigen, die damals zu Beginn der Corona-Krise in die Kliniken gegangen sind. Es gab ein Video, er hat gesagt, ey, ich möchte das nicht irgendwie von jemandem zweiten oder dritten haben. Ich gehe selber rein, versuche da was zu finden. Er hat damals auch schon ganz wichtige Dinge aufgedeckt. Wir brauchen solche Menschen wie ihn. Wir brauchen solche Menschen wie euch, die auf dem anderen Ende sind, diese Sachen teilen, diese Sachen anschauen und vor allen Dingen diese Sachen weitergeben an andere Menschen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, selber anzufangen zu denken. In diesem Sinne, seht ihr, wir sind alle hier und wir sind alle immer noch hier. Und Bodo hat gerade schon gesagt, er geht nicht. Ich bin auch noch hier. Ich bin bis morgen hier. Und dann werden wir mal schauen. Jetzt geht hier langsam die Sonne runter, es wird dunkler, aber es sind immer noch Menschen da. Und am Reichstag sind auch noch Menschen. Wir werden schauen. Und ich habe einen Akku-Pack bekommen von der Zuschauerin hier. Der ist immer noch ganz voll. Das heißt, es wird zwar wackeliger, weil mein Gimbel hat den Geist aufgegeben, aber meine Arme können noch ein kleines bisschen und so lange halten wir weiter durch. Ja, aber das mit der Schweizer SIM-Karte finde ich schon spannend, dass das funktioniert und lauter Leute hier mit den deutschen SIM-Karten haben kein Internet mehr. Ja, ich kann dir nur sagen, wie es war. Ich meine, ich habe geguckt bei mir hier, ich dachte auch erst, okay, ich kenne das, wenn eine große Funkzelle komplett ausgefüllt ist, hast du Probleme. Bei mir ging der Livestream die ganze Zeit. Ich war komplett live. Und ich war der Einzige. Die haben mir aus der Schweiz geschrieben, Samuel, alle Kanäle sind down. Du bist der Einzige, der noch live ist. Und dann ging es halt hier los. Ich habe innerhalb von 10 Minuten waren 10.000, dann 20, dann 30.000 Leute live. Wahnsinn. Ja klar, wenn der Letzte übrig ist, der kriegt dann die ganzen Zuflüsse. Aber dieses ist legendär. Leute, speichert diesen Livestream, wenn er dann online ist. Ladet ihn sofort runter. Das ist ein Dokument. Das müssen wir ganz, ganz wichtig bewahren, was heute alles passiert ist. Das sind so viele Dinge. Ja, ihr seht hier die Polizei. Ich drehe mal kurz die Kamera um. Ihr seht hier die Polizei. Ihr seht sie auch da hinten, jetzt überall stehen sie. Ja, also wir sind immer noch da. Aber was heute passiert ist, ist ein legendärer Tag. Und ich glaube, er wird wahrscheinlich geschichtsträchtiger sein, als wenn er nicht abgebrochen worden wäre. Weil das, was heute passiert ist, ist eine Sache, die haben wir noch nie erlebt. Und daran werden wir uns alle erinnern. Ich denke, es war die größte Anti-Corona-Demonstration in der ganzen Welt. Überhaupt. Und vor allem, glaube ich, die größte Demonstration, die Berlin je gesehen hat. Das kann ich jetzt noch nicht unbedingt bestätigen. Da würde ich noch mal nachlesen, ob das so ist. Aber ich meine, wir waren zwischen, also manche sagen, eine Million, 1,3 Millionen, Polizei hat das gesagt. Es wurden ja noch Leute aufgehalten, hinten durften gar nicht durch. Es gab Leute, die sind gar nicht hierher gekommen, überhaupt. Also, was heute alles los war, unglaublich. Ja. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass jemand wie du aus der Schweiz hierher kommt und das hier dokumentiert. Danke. Ich freue mich. Vielleicht können wir auch noch mal kurz ein Interview machen. Ja, natürlich. Und es kann ja auch weiterlaufen. Ja, ich lasse es weiterlaufen. Moment, ich muss meine Hand kurz einmal hier umbauen, dass ich euch besser in dem Sinne hier da halten kann. So, meine Lieben. Jetzt. So. Samuel Eckert, ne? Genau so ist es. Warte, ich gehe auf die andere Seite, meine Lieben. So, dass wir von der gleichen Seite schauen. Genau, mein Papa hat nämlich ein Video von dir geteilt. Ach was? Da habe ich es nicht schon mal gesehen, ja. Also, Samuel Eckert habe ich hier. Warum feierst du denn den Schweizer Nationalfeiertag heute in Berlin? Weil ich bei euch zu Hause. Ich denke, es ist ein wichtigerer, heute ist ein wichtiger Tag, hierher zu kommen. Es ist ein wichtiger Tag, Flagge zu zeigen für das, was hier passiert und was im Moment im Staat passiert. Es kommt da gerade hinten ganz viele Polizeibeamten. Deswegen sind wir heute da. Ich bin ja selber aus Deutschland, wohne nur in der Schweiz. Leute, warte mal ganz kurz. Billy, lasst uns einfach so nett. Ich drehe das gerade mal um. Guck mal hier. Kommen jetzt hinten, könnt ihr das sehen. Kommen ganz viele Beamten rein. Billy nimmt das auch mal gerade auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Wir laufen jetzt hier durch. Ihr könnt das sehen. Billy ist auch am Start. Die haben die Helme auf, die anderen haben sie nicht auf. Hier haben sie die Helme nicht auf, die Helme haben sie auf. Es kommt hier, die ziehen sich die Handschuhe schon an. Müssen wir mal gucken, was hier los ist. Meine Lieben, ja, da wollten wir gerade... Wir drehen uns einfach mal und dann läuft das im Hintergrund rein. Oder du kannst ja das hinhalten und wir quatschen hier trotzdem. Genau, so, meine Lieben, ihr seht, was weitergeht. Genau. Die Schweiz ist bekannt für ihre Neutralität. Warum hat sie in dieser Pandemie trotzdem mitgemacht? Du, ich glaube, die Frage muss sich jeder Staat stellen, die auf der ganzen Welt dieses Ding mitgemacht haben. Ihr seht, es gibt keine Entschuldigung. In der Schweiz sind die Gesetze für Impfpflicht genauso implementiert. Die Big Pharma ist in der Schweiz. Das Big Money ist in der Schweiz. Und alle diese Dinge, wir kriegen gerade, wir müssen uns umdrehen. Billy, lass uns mal kurz umdrehen. Du hast meine Wasserflasche immer noch, Kannst du mir gar nicht... Warte mal. So, was passiert da? Was passiert da, meine Lieben? Wir laufen mal kurz. Matteo, hinter dir. Matthäus. Was ist hier gleich los? Polizei ist wieder da. Wow, Leute. Hier sind jetzt die ganzen Polizisten da. Es sind neue gekommen. Die haben die Helme wieder auf. Die anderen haben sie ja runtergenommen vorher. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Haben sie jetzt hier aufgestellt, aber bisher nicht viel mehr passiert. Billy geht jetzt gerade hier nach vorne. Wir sollten heute kein Interview machen. Seht ihr, da sitzen die Leute. Leute, nehmt alle die Handys raus, wenn ihr den Livestream hier hört, fotografiert das, schaut euch an, was hier los ist. Boah, was geht hier denn ab? Samuel, das ist doch nicht normal. Ich weiß es auch nicht. Jetzt sind die gerade die Beamten gekommen. Darf ich dich interviewen dazu? Kannst du kurz machen, ja. Leute, hier, Matteo ist auch hier. Hey, grüße euch, ihr Lieben. Aktivist machen mit Samuel Eckert. Genau so sieht es aus. 25.000 Leute live. Boah, das ist unfassbar. Wo hocken die alle? Alle bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich bin seit, ich bin seit, 4,5 Stunden live. Seit 4,5 Stunden. Das ist eine krasse Leistung. 4,5 Stunden streamen, Leute, das schafft nicht jeder. Meine Arme sind auch langsam ziemlich schwer. Wo seid ihr? In Südamerika? Überall. Wahnsinn. Überall auf der Welt. Unglaublich. Respekt, Respekt. Samuel, wie schätzt du die Lage hier gerade ein? Was macht die Polizei? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, die Polizisten, ich drehe mal hier die Kamera gerade um. Polizisten, die vorhin hier waren, haben die Helme alle aus. Ihr seht das, diese Polizisten hier haben die Helme aus. Die anderen, die jetzt gekommen sind, haben sie an. Ja. Haben auch die Handschuhe angezogen. Ihr seht das. und krempelt sich da schon die Arme hoch. Ich weiß nicht, was jetzt gleich passieren wird. Zur Einschüchterung. Ich weiß es nicht. Ja, es könnte sein. Aber, ja, es sind auch weniger Menschen jetzt geworden. Ein bisschen hier, könnt ihr das sehen, ja? Es sind nicht mehr ganz so viele. Das heißt, man wird jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, seitens der Polizei mehr Mut fassen, diese Menschen vielleicht zu räumen. Aber ich weiß es nicht. Also müssen wir abwarten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese paar Polizisten, auch wenn sie Helme aufhaben, die können nichts gegen diese Tausend, die hier noch stehen, tun, oder? Ich weiß es nicht. Die sind ja nicht alleine. Aber bisher waren sie alle freundlich und nett. Jetzt haben wir wieder ein paar neue da. Die haben Helme an. Der hier, der BEA 1300, der hier vorne steht. Den könnt ihr hier sehen. Dieser hier, der da. Er ist ein sehr netter gewesen. Ich habe mit ihm sehr gut reden können. Allerdings, jetzt scheint anscheinend dann Oberwasser gewonnen zu werden durch die Polizei. Mal schauen, was sie jetzt machen. Reichstag, wissen wir nicht, was los ist. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal hin auf dem Weg nach Hause. Und dann schauen wir mal. Ich meine, das war auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zurück zum Auto oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich bin vorbereitet, die ganze Nacht zu bleiben. War schon. Ja, Respekt. Respekt, dass du auch wieder aus der Schweiz gekommen bist, Samuel. Danke. Hast du heute reden dürfen? Ich war ein bisschen spät dran. Nee, es hat nicht mehr geklappt. Es war nur Thorsten Schulte oben und es war Heiko Schrang und das war es. Ach, nice. Aber weißt du, du lässt es sich nicht den Mund verbieten. Wir lassen es sich den Mund verbieten. Nein, es soll so sein, wie es war, es war so, wie es sein sollte. Hat alles seinen Sinn. Ich glaube, wir haben heute einen riesen Impact geleistet. Alles das, was wir heute erreicht haben, wird durch die Presse gehen, wird durch die Welt gehen. Schaut, es sind 26.000 Leute dabei, gerade live. Ihr seid der Hammer. Macht weiter so. Und diesbezüglich bin ich mir sicher, dass wir heute ein Zeichen gesetzt haben. Sehr gut. Auch mit dem, dass wir abgebrochen worden sind, mit Anwälten, auf Rechtsgrundlage, dass hier Rechtsbruch begangen worden ist. Insofern, meine Lieben, ist das alles heute ein denkwürdiger Tag gewesen. Absolut. Und der Beweis, dass wir das Richtige tun hier, ist halt, dass der Strom abgedreht wurde. Ganz klar. Wahnsinn. Ja, ist bei Black Lives Matter nicht passiert. Sollen wir mal gucken? Eventleitung ist jetzt hier gerade. Ja, die Eventleitung ist mit der Polizei verhandelt. Ihr könnt das hier sehen. Ihr könnt das hier sehen. Stimmt. Jetzt mal schauen. Ich werde gleich noch mal gucken, ob ich da vielleicht noch mal ein Interview kriege. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Viel Erfolg dir Samuel. Dir auch, mein Lieber. Alles gut. Macht's gut. Ciao. Wie sieht's aus? Achso, okay. Alles klar. Also, wir kriegen gerade Infos. Wir schauen gerade, was es jetzt Neues mit der Polizei gibt. Die sind jetzt gerade hier angerückt. Und der Eventleitung und Querdenken ist jetzt dabei. Ja, was kann ich für dich tun? Achso, ja, das kann man machen. Logisch. Ja, ja, kann man machen. Ich weiß, ich weiß. Überrascht mich alles nicht. Nein, aber das... Ja, also, meine Lieben, schaut hier. Ich sag Hallo. Hallo. Hier. Guter Mann. Danke. Meine Lieben. Also, ihr seht, jetzt bin ich mal gespannt. Hier redet noch eine Dame. Von Eltern stehen auf. Hier. Und die Menschen sind immer noch da. Frank. Frank, vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Was soll ich sagen? Ihr seid absolut Wahnsinn. Und hier baut sich jetzt die Polizei auf. Ihr könnt das hier sehen. Und die Eventleitung redet jetzt. Und wir schauen gleich mal. Hier, ihr kennt ihn von gerade noch mit dem Wasser. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert, was weitergeht. Weil wir haben jetzt ja hier mit dem Megafon haben wir eine kleine Demo sozusagen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie die Polizei das wertet oder verwertet. Denn... Ich kann Ihnen vielleicht kurz eine Info geben. die meisten und YouTuber, die schon lange hier sind. Auf einmal wollen sie sie hier in die zweite Kaste oder was weiß ich da hinten verbannen. Das heißt, die wollen das hier auflösen. Oh. Werden wir mal schauen. Ich habe gesagt, ich war schon stundenlang hier. Nein, sie müssen jetzt da hin. Also, das ist ein Auflöseprozess irgendwie. Ich hoffe, die erwischen dich hier auch noch. gleich wird es später. Wir werden den Frieden, werden wir weitermachen. Ich bin live seit 280 Minuten. Ich werde weitermachen. Ja, ja. Sehr gut. Matteo, danke. Gerne, gerne. Ja, meine Lieben. Also, ihr seht, jetzt soll anscheinend hier drin auch aufgelöst werden, wo wir jetzt sind. Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht jetzt. Wir werden wahrscheinlich jetzt hier Stück für Stück, weil die merken natürlich, dass die Leute nicht gehen. Die merken, dass die Leute immer noch da sind. Und jetzt muss hier Stück für Stück, sage ich mal, an der Wurzel gepackt, die Bewegung unterbunden werden. Es ist unglaublich. Und ihr seht hier, es ist absolut friedlich. Ja, hier ist nichts, was auch nur ansatzweise eine Gefahr bedeutet. Wow. was heute hier passiert ist, ist legendär. Ja, es ist legendär. Also, andere Worte habe ich dafür nicht. Schaut hier, die Mira. Die andere Mira, das ist die Nana's Mira. Hallo. Die man auch hier. Ich dachte, dass ihr nicht hier sein könnt. Ja, war ein legendärer Tag heute. Aber ist noch gar nicht vorbei, ne? Nee, ist noch nicht vorbei. Die Leute gehen nicht. Es ist der Wahnsinn. So sieht's aus. Das ist echt irre. Super. Von der Energie. Wir sehen uns. Angelika, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, ja, ich weiß, jetzt sollen wir aus dem, hier raus auch noch, oder was? Ja, ich hab mit denen schon geredet. Du sollst als erstes jetzt, ich soll als erstes, ja. Gut, Leute, ich muss als erstes gehen. Kein Mulder, ihr seid live dabei. Ihr seid alle live dabei. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Seht ihr das hier? Ihr habt gefragt, wo Michael Ballweg und Thorsten Schulte ist. Ich weiß, dass Thorsten Schulte offensichtlich am Reichstag ist, aber ich weiß nicht, wo Michael Ballweg ist. Michael Ballweg ist auch schon, ähm, ist auch schon, ähm, länger nicht gesichtet worden. Ähm, hier bei uns in der Zone, hinten war er nicht. also wo wir, ähm, wo wir gesprochen hatten. Jetzt sehe ich hier gerade, dass sich ein paar Menschen verabschieden. Ich gehe jetzt noch mal kurz zum Eventleiter und frage, ob es, wie es jetzt weitergeht. Hier packen die Leute jetzt zusammen, fangen an zusammenzubauen. Seht ihr das? Ja, ähm, also insofern, hast du was rausgefunden? Also ich hab zumindest rausgefunden, äh, dass die, äh, dass die Polizei uns jetzt insofern unterstützt und machen lässt, dass wir hier bei uns im, äh, äh, Backstage-Bereich auf jeden Fall, äh, Ordner und Hilf, äh, Helfer rekrutieren dürfen, die uns beim Abbau unterstützen. Perfekt. So weit sind wir schon mal. Also, genau. Wir dürfen Helfer rekrutieren, abbauen können wir auch. Polizei ist kooperativ, soweit es geht. Also anscheinend ist das, was wir hier gerade vorne sehen, hier das da, an Polizeibeamtenaufgebot, friedlicher Natur. Insofern müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Vielen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Also meine Lieben, ihr seht's, es wird langsam schon dunkler. Meine Kamera hat allerdings ein gutes Lichtbild. Jetzt sehen wir hinter mir, laufen die überall Polizei. Es ist so interessant, Leute. Du willst für Freiheit demonstrieren, du willst für die Grundrechte demonstrieren und du findest dich in einer Gruppe von Polizisten wieder. Es ist so grotesk. Frau Schiller, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Merci. Ihr seht's hier, ja, man stellt sich hier auf. Leute, absoluter Wahnsinn, wirklich. 28.000 Leute fast hier und wir sind immer noch alle da. Wahnsinn. Immer noch alle da. Absoluter Wahnsinn. Jetzt wird hier geredet. Die Demonstrationen, diese kleine Rede hier, die hier war, ist jetzt verstummt. Die Leute hier, die ersten Redner, haben jetzt ihre Sachen gepackt. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir eventuell 27.000 Zuschauer, mehr Demonstranten als in Berlin. Ja, so sieht's aus, meine Lieben, so sieht's aus in Berlin. Ich kann euch allen sagen, selbst wenn die 50.000 im Stream wären, da kommt der Sebastian angerannt hier. Schaut mal hier, da läuft er, wartet. So, jetzt habe ich ihn, aber jetzt habe ich ihn. So, da ist er. Immer noch voller Energie. Wir haben immer noch 28.000 Leute live. Das ist nicht zu fast, 28.000. Ja, siehst du's. Wahnsinn. alter Schwede. Leute, und jetzt mal schauen, also wir laufen jetzt natürlich auf dem Weg Richtung Reichstag. Ich werde es auf jeden Fall noch machen, ich werde es gucken, was da los ist. Die Menschen hier sind immer noch da, jetzt sprechen wieder welche da hinten, ihr könnt es sehen. Hier, ja, sind wieder welche am sprechen. Mal schauen, Polizei ist es so, dass wir, schaut, wir können hier mal, schaut mal einen kleinen Blick werfen. Was ein Beamter filmt, also die Filme genau, die Demonstranten, um nachzuschauen, was da, was da vor sich geht. Ja, das heißt, diese zwei, die ihr da hinten sehen könnt, die oben reden, Nutella Ferrero, a lota, vielen Dank. Die werden jetzt gerade gefilmt, kurz wahrscheinlich als Beweismaterial, aber alles in allem, war das heute, und das werdet ihr vielleicht jetzt nicht glauben, dass ich das sage, aber meiner Meinung nach war es ein sehr gelungener Tag, weil wir haben heute ein Zeichen gesetzt, wir haben ein Zeichen gesetzt und haben gezeigt, dass das, was hier passiert, nicht mehr zu entschuldigen ist, nicht mehr rechtens ist, dass man es nicht mehr erklären kann, und ja, in diesem Sinne, also ununglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, und hier stehen die Leute immer noch, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir Richtung Reichstag gehen, oder ob wir hier bleiben, ich muss jetzt mal schauen, ich sehe nur Stefan Bergmann, da hinten schon mit seiner Fahne im Rucksack, und hier ist auch noch der Markus, so, wie sind Ordnungswidrigkeiten, warten wir einfach, bis der wiederkommt, oder ist es gut, wenn ich mal gehen soll, ganz falsch, wieder gehen, aber Sie können ja mit nichts nachen, Sie können seinen Namen aufnehmen, Sie können seine Adresse abfragen, dann müssen Sie ihn freilassen, wir sind vorgelauschen, wir sind einfach vorgelauschen, ich weiß, die haben ganz gezielt Leute, da waren halt wieder die Schneegertrupps, da wäre dann Bereitschaftspolizei da, die es leider immer noch gibt, und die haben dann gezielt Leute mit Gewalt weggetragen, das ist leider eine verschwindende Minderheit, aber die beschämen letztlich die ganze deutsche Polizei, ich bin davon überzeugt, dass das gerade geflimpelt wird, ja, 100 Prozent, absolut, ja, liebe Bereitschaftspolizei, ich denke mal, es war die Bereitschaftspolizei, wir hatten hier heute eine friedliche Versammlung, und ihr habt dann gezielt, Leute rausgerissen, die einfach nur auf dem Boden saßen, es ist nicht Deeskalation, das ist Eskalation, das solltet ihr wissen, dass das nicht zielführend ist, vor allem dann nicht, wenn die Menschen alleine auf irgendeinem Platz stehen, das ist ein öffentlicher Platz hier, zu dem Zeitpunkt war da hinten überhaupt nichts mehr los, also mit welcher Begründung macht ihr das? Mit welcher Begründung? Der einzige Grund, warum ihr mich nicht verhaftet habt, ist der, weil ich Anwalt bin, so weit wollt ihr noch nicht gehen, aber wie weit geht ihr? Es ist unglaublich, dass es immer noch bei der Bereitschaftspolizei Leute gibt, die jetzt einfach nur um Gewalt geht und um Schlägern, und ich sage das nochmal, ich möchte mit der Polizei kooperieren, ich habe heute mit sehr viel Polizistinnen und Polizisten kooperiert, aber das, was ihr macht, der eskaliert, ihr tut genau das, was die, die euch befehligen möchten, und das solltet ihr euch einfach mal in einer ruhigen Minute drüber nachdenken, ob das heute verhältnismäßig war und Menschen dazu aufzurufen, die Zeugen sind, den Platz zu verlassen mit Androhung von Gewalt, das ist Nötigung und das ist Strafvereitelung. Und so kann man das nicht machen. Wahnsinn. Daher bitte Polizei, denkt nochmal über euer Handeln nach, dass ihr euch morgen auch wieder im Spiegel anschauen könnt. Vielleicht ist die ein oder andere Entschuldigung fällig. Das wäre sinnvoll. Sehe ich genauso. Markus, vielen, vielen Dank für deine Leistung heute. Wahnsinn. Also, er ist die ganze Zeit rumgerannt, hat sich am Anfang versucht, den Shutdown, sage ich jetzt mal, zu verhindern, aber ich glaube, wie schon gesagt, wir haben heute Großes geleistet, das, was hier passiert ist, je grotesker es wird, je abstruser und absurder das wird, desto, glaube ich, mehr Potenzial hat es, die Augen zu öffnen. Jetzt siehst du gerade wieder, 28.500 Leute sehen sich das an. Das ist absolut Wahnsinn. Ja, ich habe ja vorher noch der Polizei gesagt, oder ich habe vorher dann durchgesagt, dass sie wahrscheinlich künftig die Demos überhaupt verbieten wollen. Ich bin gespannt. Der Polizist hat gemeint, nee, nee, das machen wir nicht. Berlin, hier kann demonstriert werden. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage und Wochen passiert, wenn wir die nächste Großdemo anmelden. Und wir werden die nächste Großdemo anmelden. Da dürft ihr euch sicher sein. Seht ihr, habt ihr gehört? Also, ihr habt wieder eine Chance. Alle, die, die jetzt bei YouTube sind, natürlich sind auch ein paar hier, die gerade live zuschauen, aus draußen aus der Menge. Es wird die nächste Demo geben. Wir werden alle wieder hier sein. Und wir werden hier so lange bleiben und so lange dafür kämpfen und einstehen, bis man uns jeden Einzelnen rausgetragen hat. Weil wir können nicht aufhören. Die Leute, die heute da waren, die das mitbekommen haben, die können nicht mehr nach Hause gehen. Wir sind mittlerweile über einen Punkt, wo wir sagen müssen, wir stehen für das ein, was wir glauben. Wir stehen für Wahrheit ein. Und dann müssen wir so lange bleiben, bis zum letzten Tropfen, oder? Ja. So sieht es aus. Das machen wir auch. So sieht es aus. Also, meine Lieben, Markus, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir danken euch, dass ihr das alles hier macht. Ja, meine, ja. Ich kenne den Herr Roger, mit dem du auch ab und zu schreitst auf Telegram. Ah, hi. In Mannheim. Ja, Roger, grüß dich. Hi, hi. Ich wollte mal fragen, habe ich schon Lust, ein Interview zu machen? Ich habe Lust, ein Interview zu machen, klar. Aber ich nehme meine Jungs, die sind alle live. Ah, 29.000. Oh. Roger, möchte ich kurz ein Interview mit mir machen? Dann geh mal kurz zu Roger. Ja, meine Lieben, also, ihr habt den Markus gerade gehört, ihr habt alle Anwälte, die das sehen, alle Leute, die juristisch Ahnung haben, um was es hier geht, ja, bitte nehmt euch dieser Sache an. Ihr habt ein Eid geleistet, ihr habt als Anwälte das Recht oder beziehungsweise die Pflicht zur Wahrheit, ja, und in diesem Sinne, geht hin und nehmt euch dieser Sachen an, deren Zeuge ihr heute gewesen seid oder geworden seid, ja. Also, auf geht's zu einem Interview. Gerne, gerne. So, Leute, hier sind die Jungs. Mannheim 621, Querdenken. Querdenken Mannheim, meine Lieben, meine Geburtsstadt, seht ihr? Tatsache? Ja, ihr könnt einfach anfangen. So, Monomer. So. Ich freut mich, dich hier zu haben, Samuel. Danke. Wie hast du das Ganze heute hier wahrgenommen? Also, unglaublich. Ich war ja auf der Bühne, als hier oben das Highlife war. Du hast zu Siegestäule hintergeschaut, alles voller Menschen. Du hast zum Brandenburger Tor runtergeschaut, alles voller Menschen. Ich habe sogar noch gehört, dass nicht mal mehr alle durchgekommen sind. Das heißt, es wären noch mehr geworden. Damit hat keiner gerechnet. Was hier heute passiert ist, ist unglaublich. Ich glaube, es war, was man schon so gehört hat, eine der größten Demos, das kann man auf jeden Fall sagen, wenn nicht sogar vielleicht die größte Demo für Berlin überhaupt in der Geschichte, die wir heute hier gerissen haben. und ich glaube auch, dass das, was hier passiert ist heute, vielleicht sogar noch ein Vorteil für uns gewesen ist, weil ich glaube, kein Programm der Welt wäre so gut gewesen, wie das, was heute hier abgelaufen ist, wo man uns entgegen aller Logik und aller Rationalität und aller Rechtsgrundlage und allem Grundgesetz und aller Wahrheit und allem, was es so gibt, abgewiesen hat, uns den Saft abgedreht hat. Und da muss man nur überlegen, ich habe vorhin auf dem Livestream gehabt, da sind Menschen, die haben das Wasser dann gebracht. Wir haben einen Aufruf gemacht hier live über YouTube, sagt, Leute, die brauchen Wasser hier draußen. Da kommen die Menschen und bringen Wasser, die Polizei lässt sie nicht durch. Wenn man sich das nicht vorstellt, die Leute mit Wasser wieder zurückgewinnen. Ich habe das aus erster Hand von einem Helfer, der sagte, wir kommen hier mit tonnenweise 100 Kisten Wasser an. Die Polizei hat uns nicht durchgelassen, hat gemeint, wenn wir euch durchlassen, dann geht diese Ansammlung nur noch länger. Lieber kommen die Leute mit dem Krankenwagen und werden rausgefahren. Unfassbar, kann man sich nicht ausdenken, oder? Das ist unglaublich. Also ich denke, auch deshalb hat das hier heute einen so großen Impact. Deswegen haben wir heute, glaube ich, mehr geleistet, als jede Rede, jedes Programm hätte leisten können. Was hier heute passiert ist, ist die Bankrotterklärung. Für die Politik ist die Bankrotterklärung. Für die Regierung ist die Bankrotterklärung. Für das Land Berlin. Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, um was es hier wirklich geht, also es hat hier nichts mehr mit Wahrheit zu tun oder mit Gesundheit. Es geht hier einfach nur noch darum, eine politische Agenda durchzusetzen, um die Menschen, die kommen, und anderer Meinung sind zu unterdrücken. Und das ist etwas, was wir heute in der Deutlichkeit gesehen haben, die, glaube ich, legendär ist. Ich glaube, so deutlich hat man es selten gesehen. Kann ich dich nur bestätigen, weil man hat ja gesehen, den ganzen Tag seit halb zwölf, der erste Artikel vom Fokus, glaube ich, oder im Spiegel war es, dass die Demo schon abgebrochen ist. Mit 17.000 Leuten. Das wäre mein nächstes Kommentar. Also wir waren ja heute nur 18.000 Menschen. Ja. Wie hast du die Stimmung empfunden? Weil, ich sage dir das ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben auf keinem Festival, egal wo ich war, so viele Menschen tanzen sehen miteinander. Unglaublich. Wie hast du das aufgenommen? Also, ich war ja oben, während Heiko gesprochen hat, ich war oben als, oder nebendran gestanden als, wir hatten noch gesprochen was, nee, wir hatten noch, wer war der Erste, der geredet? Ach hier, Thorsten Schulte. Die Menschenmenge, die da war, die Leute, wie sie gerufen haben, wie sie applaudiert haben, das ist absolut unglaublich gewesen. Das hat mich erinnert an die WM 2006, als hier, als hier Fan, also das Fahnenmeer war und wir alle geschaut haben zusammen. Was wir heute da vollbracht haben, das ist Wahnsinn. Jeder Einzelne, der hier war heute, hat, ist genauso wichtig wie wir. Ja, wir machen unsere Arbeit und ihr macht eure Arbeit, wenn ihr alle Einzelnen kommt. Deswegen kann ich nur sagen, was wir heute erreicht haben, ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Wir wollten in die Presse, wir wollten, und es gibt keine schlechte Publicity, meiner Meinung nach. Lassen Sie doch alle Lügen schreiben, lassen Sie doch alle sich komplett verwirren in Ihrem ganzen Blödsinn, den Sie über uns publizieren. Je mehr man über uns redet, desto besser. Und was heute passiert ist, ist legendär. Der Tag ist, ich meine, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, schade, dass ich nicht sprechen konnte, aber darum soll es mir nicht gehen. Die Botschaft, die ankommen hat sollen, ist, glaube ich, heute angekommen. Und schaut euch an, was die Polizei hat machen können. Wir sind immer noch alle hier. Also vor dem Reichstag sind die Leute. Es hat keiner eine Maske auf. Also wenn hier jetzt nicht übermorgen in Berlin alle Intensivstationen voll sind, dann müssen wir uns Gedanken machen, was hier eigentlich los ist. Und ich bin sicher, das ist genauso wie bei Tönnies und genauso wie bei Black Lives Matter. Und egal bei welcher Demonstration das auch war, wir keine Intensivbetten sehen werden, die belegt sind. Wir keinen Ausschlag haben werden in der medizinischen Behandlung. Und deshalb sollten wir alle die Augen und Ohren ganz weit aufsperren. Denn was hier heute passiert ist, kann der Ansatz sein, für jeden Menschen, der noch ein bisschen Verstand im Kopf hat, zu sagen, Leute, hier stimmt was nicht. Und dann kann ich jedem nur ermutigen, zu sagen, fangt an zu recherchieren, werdet selber Experten. Glaubt nicht mir, glaubt nicht Schulze, glaubt nicht irgendjemandem. Nimmt uns als Einstieg und sagt, ey, die Position schaue ich mir an. Lest die Studien selber durch. Macht euch mal bewusst, wie ein PCR-Test gemacht wird. Schaut euch mal an, wie die Virologie ihre Viren isoliert, wie dann die Kochchenpostulate mit Füßen getreten werden. Schaut euch die ganze Medizingeschichte an. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Das ist besser als jeder James Bond. Und was am Ende übrig bleibt, das passt auf den 3-Megabyte-Memory-Stick. Heute waren ja so viele Menschen, was kannst du den Menschen mitgeben? Auch die Menschen, die zu Hause will. Was kann man denen denn sagen? Bitte. Was kann man den Menschen sagen, die heute noch zu Hause sitzen? Erstmal, ich habe viele Zuschriften bekommen, die sagen, ich wollte gerne kommen, kann aber nicht, ich kann nicht laufen, ich bin krank, meine Kinder und so weiter. Jeder ist wichtig, auch hier heute. Wir sehen, das Interesse ist Wahnsinn. Wir reden jetzt hier vor 28.000 Menschen live auf YouTube. Absolut abnormal. Der Stream geht jetzt seit über 4,5 Stunden. Und jeder, der hier war, war heute Teil dessen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich glaube, wir haben heute unser Ziel erreicht. Wir sind dahin gekommen, wo wir wollten. Wir haben uns in unsere Reichweite vergrößert. Das hier geht heute raus an die ganze Welt. Wir sind vernetzt in den USA, in Südamerika, überall. Jeder, der heute hier war, war Teil dieser Sache. Jeder, der heute seinen Beitrag geleistet hat, war wichtig, ist wichtig. Und muss sich Gedanken machen, wie das weitergeht. Denn das ist nicht alles gewesen. Das ist der Anfang. Und was noch kommt, wird stärkere Repressalien sein, werden stärkere Ausgrenzungsversuche sein, werden stärkere Maßnahmen sein. Wir müssen uns alle heute entscheiden, wie weit wir gehen wollen für die Wahrheit. Wie weit wir einstehen wollen für das, was wir glauben. Und wie weit wir gehen wollen in Frieden und in Geduld und in Liebe. Und meine Überzeugung ist die, wenn du nicht bereit bist, für die Wahrheit zu sterben, dann nimm diesen Begriff aus deinem Jargon. Und ich denke, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir essen gehen können oder ob wir für die Wahrheit stehen. Oder ob wir einkaufen oder ins Kino gehen können oder ob wir an die Wahrheit weiter vertreten. Ob wir uns frei bewegen können oder die Wahrheit vertreten. Ob wir noch was kaufen können, irgendwas oder die Wahrheit vertreten. Und ich möchte derjenige sein, der sagt, ich stehe für die Wahrheit und wenn es mich alles kostet. Kann ich dir nur, kann ich dir nur, ähm, kann ich dir nur recht geben, mein Freund. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne, danke. An euch, wacht auf, informiert euch, glaubt nichts, was ihr hört, hinterfragt alles. Hinterfragt alles. Danke, danke. Schön, danke sammeln. Dir auch. Danke, wer ist es? Meine Lieben, schaut hier. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. 28.500 Leute, schaut hier, es sind immer noch welche da. Immer noch welche da. Halbe Million. Wahnsinn. 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 Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Wirklich. Großartig. Ihr seid genauso wichtig wie wir. Darf ich mal kurz? Ja, natürlich. Ein kurzer Gruß an meine Familie. An die Familie. Die heute zum ersten Mal, die ich gucke. Ach was? Meine Frau und Tochter, die sitzen jetzt da und guckten das. Aber ja, da haben wir zwei gewonnen. Wunderbar. Es ist so, es sind so viele in der Heimat, die das verfolgen. Es ist brutal. Wahnsinn. Es ist so, wie viele waren heute hier auf 500.000? Nein, die Polizei hat, also wir haben von der Polizei 1,3 Millionen. Okay. Die Tagesschau sagt 20.000? Ja, ich weiß mal. Okay. Gut. Aber in Deutschland noch mal mindestens noch mal 3, 4 Millionen dazu. Ja, denke ich auch. Und die Polizei hat uns dann 1,3, haben wir von einem Beamten gehört und es sind auch gar nicht alle hierher gekommen. Das kommt noch mit dazu. Und wir waren bis zum Brandenburger Tor voll, wir waren bis zur Siegessäule voll. Dann 1,5 Stunden an der Friedrichsstraße und abquillen und die Leute laufen und laufen und laufen und Sensor zu lassen. Wahnsinn. Absolut. Leute, was hier heute passiert ist, danke. Was hier heute passiert ist, ihr seht es hier, wir sind alle noch hier. Jeder Einzelne ist wichtig und es wird eine neue Demo geben. Wir werden nicht aufgeben. Es wird wieder eine Veranstaltung geben. Sogar der Papagei ist auch noch hier. Schaut euch das an, ja. Ist auch noch da, ist nicht weggegangen. Dem können Sie kein Redeverbot geben. Nein, können Sie kein Redeverbot geben. Genau, meine Lieben. Insofern, jeder von euch ist wichtig. Das nächste Mal, die, die heute nicht dabei sein können, seid das nächste Mal mit dabei, wenn es wieder heißt, wir treffen uns für Freiheit, für die Grundrechte in Berlin. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen länger reden können, bevor sie uns in Saft abdrehen. Aber selbst wenn sie uns dann in Saft wieder abdrehen, dann sind wir das nächste Mal wieder da. Das heißt, es wird weitergehen in Stuttgart, es wird weitergehen in Augsburg, in Mannheim, in Düsseldorf, überall in Frankfurt und in Berlin auch. Insofern ist es wichtig, dass ihr dranbleibt. Jeder ist wichtig, auch ihr als Zuschauer und die Menschen hier. Schaut euch an. Da kommt Thorsten Schulze wieder. Thorsten Schulze, wir gehen mal hin zu ihm. So. Wo ist er? Da läuft er, Leute. Ich gehe mal an der Seite rein, wieder zurück, dass wir mal schauen können, was mit ihm los ist und ihn gleich mal fragen. Danke dir. So. Jetzt sind wir wieder hinter der Bühne. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Silberjungen direkt bekommen oder wo er ist, weil er soll ja angeblich festgenommen worden sein. Habt ihr im Chat gesagt. Was habt ihr mit dir angeschwindelt? Wo ist er? Wo ist er? Da kommt er. Da kommt er. Jetzt werde ich ihn gleich mal fragen. Entschuldigung. Leute, jetzt wird er hier live. Live wird er jetzt festgenommen. Ja, natürlich aufnehmen. Keine Gewalt. Leute, schaut euch das an. Das ist sehr interessant. Markus ist bei ihm. Keine Gewalt. 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 Ja, ja. Also meine Lieben, man weiß nicht warum, man weiß nicht wieso, man weiß nicht weswegen, aber er ist jetzt offensichtlich festgenommen worden. Wir haben den Anwalt! 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 Stopp! Stopp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, jetzt hier seid ihr live dabei, Thorsten Schulterwetter. Schämt euch, 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 schämt euch! Er hat gar nichts gemacht! Was soll das? Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Was schämt ihr euch nicht? Ihr seid kriminelle! Was schämt ihr euch nicht? Ihr seid doch nicht normal! Ihr seid kriminelle Schweine! Du bist doch gut, du bist doch ein guter Kerl! Ich habe eben mit dir geredet, du bist ein guter Kerl! Lass ihn los! Lass ihn los! Lass ihn los! Lasst ihn los! Lasst ihn los! Lasst ihn los! Also Thorsten Schulde, Thorsten Schulde kam zurück. Ihr seid Volksverräter! Jetzt versammeln Sie sich, weil Sie Angst haben, dass wir gewalttätigt werden. Jetzt ist da jemand hingefallen. Leute, Freunde, Freunde, Freunde! Ich muss mal kurz die Kamera wegmachen, hier hat sich jemand verletzt. Ein Moment, lasst uns mal eine Torarbeit lang. Habt ihr ihn, ja? Alles! Was ist los? Ich bin Arzt! Ein Arzt ist bei ihm! Ein Arzt ist bei ihm! Ich film hier nicht! Ich hab auf mich die Kamera gerichtet! Schau! Ist auf mich gerichtet! Dann ist es wenigstens gut! Ja, ich mach hier nicht sowas! Wahnsinn! Nee, klar! Machen wir nicht sowas! Alles gut! Bei der Polizei gibt's auch Straftäter! Ich würd so trotzdem... Trotzdem würd ich einfach... Genau, einfach mal weiterlaufen! Also, Leute, anscheinend hat ein Polizist ihn umgehauen, sagt er selber! Der Polizist wird hier einen Feuerwehrmann umgehauen! Wahnsinn! Also, gerade jemand wird ein Feuerwehrmann... Ihr seht's hier hinten, ja? Ich darf's nicht filmen! Wurde von der Polizei umgehauen! Absoluter Wahnsinn! So was! Also, einfach umgehauen! Ja! Ihr habt's gerade live gesehen, ja? Der Mann wurde umgehauen! Ich mein, wir sollten jetzt weggehen da! Ist ja klar, es bringt uns nix, wenn wir jetzt auch noch festgenommen werden! Oder was, dann können wir nicht mehr filmen! Insofern halten wir das jetzt für euch fest! Ich dreh mich um hier! Ganz einfach! Thorsten Schulte ist hier vorne! Offensichtlich! Da sind jetzt die Leute da, die haben ihre Handys draußen, filmen alles! Ihr seid live dabei! Ich erkläre, welchen Straftat es dann das erfüllt und wie ihr das rechtfertigen wollt! Und wie könnt ihr das rechtfertigen? Wie könnt ihr euch heute Abend auf den Spiegel anschauen? Wie? Schämt ihr euch nicht? Genau! Ihr seid schilder! Ja, wir benden uns an die Pressestelle! Ihr habt hier gerade jemanden verhaftet ohne jeden Grund! Und das ist ein Anwalt! Ohne jeden Grund! Das ist ein Anwalt! Und es gibt viele Anwälte, die so denken und ihr habt euch mit den Falschen angelegt! Lass den Markus reden! Lass den Markus reden! Keine Gewalt, Leute! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Die Gewalt geht ja nur gegen Anwälte hier! Genau! Der Herr, der Herr, der mich gerade gestoßen hat, in der Nähe von einem Botstein! Das ist ein Anwalt! Ich weiß nicht, was die Rechtfertigung ist! Anzeige! Das ist für mich eine versuchte Körperverletzung! Ich bin drauf! Zeuge! Wir haben alles, was ihr heute hier gemacht habt! Die kleine Anzahl der Polizisten, die es übertreibt auf Video! Dort haben wir 50er, 100 oder 1000 Zeugen! Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Hier geht in die Geschichte ein, aber auf der falschen Seite! Wahnsinn! Das ist lustig! Da hinten ziehen sie schon die Masken aus! Ihr seht es schon! Ist das nicht lustig? Da hinten haben welche die Masken aus! Jetzt ziehen sie sie sich wieder an! Weil sie gefilmt werden, ziehen sie die Masken wieder an! Wahnsinn! Ich weiß eigentlich nicht, wann die Wasserwerfer kommen! Zeigt doch endlich euer Gesicht! Geflügelliche Befehle aus, die rechtswidrig sind! Das wisst ihr! Und es tut mir leid, dass es in ganz Deutschland nicht einen einzigen Polizisten gibt, der sagt, ich mache hier nicht mit! Das tut mir persönlich leid! Und ich sehe eure Augen! Manche von euch möchten offenbar Gewalt ausüben und die anderen, die wissen nicht, was sie mit dieser Situation gerade machen, weil sie wissen, sie handeln unrecht! Und ich appelliere an eure Ehre, an euer Herz! Lasst das sein! Lasst Thorsten frei! 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 Das was wir hier machen, das was wir hier machen, wir sind hier, wir sind hier Zeugen, wenn die Polizei uns jetzt hier wegschickt, dann ist das Strafvereitelung, dann ist das Nötigung. Und dann kündige ich auch hier eine Spontanversammlung ab, liebe Leute, haltet die Abstände ein, wir haben jetzt hier eine Spontanversammlung, 1,50 Meter Abstand, Spontanversammlung gegen Polizeigewalt, Abstände einhalten, Findes, Dokumentiertes, wir haben genug Platz, die Straße ist groß, wir halten die Abstände ein, ich werde die Polizei das auch zu tun. Wir müssen keine Maske tragen, stopp, 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 Leute, Leute, lasst doch einfach mich kurz löhnen. Ich habe hier heute auch viele Polizisten gesehen, die keine Maske tragen, zum Beispiel der Herr, ich möchte es ihm nicht vorwerfen, er hat bestimmt die gleichen gesundheitlichen Gründe wie wir. Und lest Paragraph 4, Absatz 2 eurer Corona-Verordnung, da stehen gesundheitliche Gründe drin. Ihr könnt gerne eine Ordnungswidrigkeitenanzeige machen, aber wir haben ja noch nicht mal Versammlung, jetzt haben wir vielleicht wieder eine, ja. Aber, diese Masken und diese Gesundheitsgeschichten, die werden vor keinem Gericht durchgehen, das wisst ihr ganz genau. Und ich warte nach wie vor auf den ersten Polizisten in Deutschland, der sagt, ich mache hier nicht mehr mit. Bravo! Unglaublich. Ja, wir müssen jetzt gleich so gucken, dass wir drüben aufhören. Jedes einzelne Gesicht von euch, dass wir kommen werden. Stopp, 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 stopp. Da die deutsche Polizei nicht deeskalieren möchte und uns doch nicht mal zum Wasser, zu unserem Abbauteam gibt, werde ich das jetzt deeskalieren. Ich kann die Menge gerne nach Hause schicken, ja, und die werden dann gehen. Aber wir wollen Wasser für unsere Leute, die abbauen, für unsere Ordner. Wir sind keine Demonstranten und dieses Wasser wird uns verwehrt nach einem Tag mit 30 Grad. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Mein Kollege Sandi Meier diskutiert das seit einer Stunde. In einer Stunde diskutiere ich damit mit Ihrem Einsatzleiter hier vor Ort darüber, dass unsere Abbaughelfer Wasser kriegen. Das kann nicht wahr sein. Und in dem Moment, wo wir das Wasser kriegen, werden die auch deeskalierend da hinten tätig werden. Dann bauen wir das gerne ab und dann schicken wir die Menschen nach Hause, weil auf euch hören sie nichts, auf mich hören sie. Weil ich hier auf der richtigen Seite stehe und ihr auf der falschen. Bravo! So, der Thorsten Schulte wird sich zu wehren wissen. Wir haben alle gesehen, dass der Thorsten Schulte in dieser Haltung mit der Polizei gegangen ist. Sollte irgendwas nachher passieren, dann können wir davon ausgehen, dass das ein Stunken und Logen ist. Ich habe den besten Strafverteidiger Deutschlands oder einen der besten an der Hand. Den haben wir sofort mandatiert. Sehr gut! Aber was willst du denn erwarten, Mann? Die sitzen auf der Kackleiter ganz unten. Ja, aber in dem Bereich durften Journalisten sein und der Putter nur rausgeschleppt waren. Ich denke, er ist klar. Ja, du, das ist... Pech gehabt, Pech gehabt. Leute, ihr habt es selber gesehen. Samuel ist hier. Ja, kommt, wollt ihr mit auf den Kanal? 32.000 Leute live. Ja, ich drehe es kurz um. Samuel, meine Liebe, schaut hier. Hallo! Wir sind doch hier! Der Westerwald lässt grüßen. Der Westerwald lässt grüßen. Alles ist hier. Willst du auch kurz grüßen? Hallo! Samuel, ich bin dich so stark. Danke schön. Weißt du, du gibst uns richtig kraft. Danke schön. Ich gucke dich so aus. Danke. Und das habe ich jetzt dem ganzen Team gesagt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so oft geweint wegen der Kinder. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Was ich da jetzt gesehen habe, also wirklich, ihr könnt jetzt schon wieder rein. Und bei diesem Corona-Ausschuss. Das verfolge ich auch immer. Ich bin total traurig. Ja, verfolgt dann das großartig mit den Kindern. Ja, meine Lieben, ihr seht es. Die Menschen sind alle noch hier. Was ihr gerade gesehen habt hier mit Thorsten Schulte, war das, was wir erwarten können von einem System wie diesem. Das ist Wahnsinn. Also insofern, ihr habt es gesehen, er ist mitgegangen. Ihr habt gesehen, wie der Feuerwehrmann hinten, der mit ihm gelaufen ist, niedergeschlagen wurde von einem Polizisten. Habt ihr auch gesehen? Ja. Ja, das ist einer, der war jetzt natürlich nicht im Einsatz. Er war hier, der ist mit Thorsten mitgegangen und ein Polizist hat ihn niedergeschlagen. Einfach so. Da hinten lag er am Auto auf dem Boden. Haben wir auch. Wie geht es? Haben wir alles? Haben wir alles. Dem geht es anscheinend wieder gut. Die sind dann zu ihm hingekommen. Was machen die da? Fahren über... Ja, jetzt hauen sie ab. Jetzt haben sie... Also was hier abläuft, ist nicht mehr normal. Also meine Lieben, ihr habt es heute live gesehen. Ihr seid 32.100 Menschen, die das hier live gesehen haben. Natürlich können wir ein Foto machen. Wir sind aus Stuttgart extra. Wir freuen uns. Reda Dager hast du schon mal gelesen. Ach super, ich danke dir. Komm her, mach ein Foto. Meine Lieben. Ja, cool. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich unterstütze mich. Danke, Mann. Danke. Meine Lieben. Darf ich mir auch die Hand geben? Natürlich darfst du mir die Hand geben. Eine Sekunde. So, vielen Dank. Hey, alles Gute, Mann. Danke, dass du da bist. Schaut hier, sag mal kurz Hallo an die Zuschauer. Extra für Sammel und natürlich die anderen hergekommen. Wahnsinn. 32.000 Leute haben dich gesehen. Ja, ja, wir haben den ganzen Tag schon mitverpackt. Ja? Überall schon gewesen. Super. Mann, danke. Extra aus Stuttgart hergekommen. Danke. Danke für deine Unterstützung. Ja, ist das so. Schönen Abend. Wir folgen dir weiter. Danke. Ciao. So, meine Lieben, ihr seht, was hier los war. Ihr seht, wie die Menschen zusammenhalten, wie die Menschen empathisch sind, egal wo sie herkommen. Meine Lieben, schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir sind auf der Straße des 17. Juni. Da hinten ist die Siegessäule. Ein Zeichen, warte, Achtung. Die Hymne dieses Landes heißt Einigkeit und Recht und Freiheit. Danke. Geile Videos. Danke, Mann. Schau, hier. Willst du einen Gruß sagen? Ja, raus. Props an NRW. Bleibt stark. Wir kommen wieder. Wunderbar. Sowieso, oder? Super. Vielen Dank. Alles Gute. Schönen Abend. Ja, meine Lieben. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 was hier heute passiert ist. Ich laufe jetzt mal zurück. Da hinten habe ich gerade wieder Geschrei gehört. Der Nana steht auch noch hier. Hier. Was ich da gesehen habe. Nana, alles klar? Alles gut. Alles gut. Ja, auf jeden Fall. Bist du noch live? Ja, natürlich. 32.000 Leute. 32.000 Leute. Ja, perfekt. Ja, Stimme ist fast weg. Aber natürlich für Samuel Eckhardt will ich noch mal einen rausholen. Trauriges Ende. Ja, trauriges Ende. Mit Thorsten Schulte war ja auch mit Samuel Eckhardt bei mir auf dem Event. Auch bei mir auf den Seiten. Auf meiner Facebook-Seite. Nana, Domina, Nana, Lifestyle. Da habe ich riesen Shitstorme. Nur weil man sich für Frieden und Freiheit einsetzt. Und weil man nicht an das System glaubt. Und man sieht das ja schon, wenn die Leute sagen, 10.000 Leute waren da. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Was soll man da noch machen? Warum muss ich dem System denn glauben? Deswegen lieber alle rausgehen aus meinem Netzwerk. Neue Leute reinkommen lassen wie dich. Die halt sagen, wir halten zusammen. Das ist das, was ich mir wünsche. Also ich wünsche mir, dass es jetzt hoffentlich weiter friedlich auseinander geht. Weil bei 1,3 mal jungen Menschen ist das nicht leicht. Auch nicht leicht für die Polizei. Nerven liegen blank. Und dass du hoffentlich auch eine gute Zeit hast. Aber heute für mich bist du der absolute Guinness. 320 Minuten fast. Ohne Scheiß. 5 Stunden live. Das in Samuel Eckhardt streamen. Das müsst ihr weiterzählen. Teilt es, teilt es, teilt es. Auch wenn es offline geht, teilen. Weil hier seht ihr die Wahrheit. Die wir im normalen Free-TV, selbst im Pay-TV, nicht sehen. Herzen, Herzen, Herzen. Mehr Herzen. Mehr Herzen. Mehr Herzen. Danke. Nein, nehme ich nicht. Keine Drohung. Ich bin immer so. Ich habe einfach Power. Das kann ich bestätigen. Der ist so. Bodo Schiffmann, sage ich euch gleich. Danke, Dana. Wir sehen uns. Da, guck mal hier. Das sind auch nochmal zwei. Die haben mich erkannt. Hier, ihr könnt jetzt alle grüßen. 32.000 Leute live. Oh nein, die sind meine Haare. Das war eine geniale Veranstaltung. Ja, das sehe ich auch so, ne? Das ist auch geil. Das ist alles super. Ja, ich glaube, wir haben mehr erreicht als mit jedem Programm, glaube ich, heute. Was heute los war. Ja, glaube ich auch. Diese Stimmung, so viele Leute gleichzeitig zu treffen, das war einfach. Ja, Wahnsinn. Und so viele, endlich mal die Menschen zu sehen, die so denken, wie wir. Das ist einfach so. Und das werden mehr werden jetzt. Und nicht nur im Internet immer die Videos anschauen von dir. Ich habe gerade gehört, einer hat gesagt, hey, meine Familie sitzt heute in Stuttgart. Die waren normalerweise nicht dabei im Widerstand. Die haben das nicht geglaubt. Und die haben heute den Livestream geschaut hier, haben das alles gesehen, was hier losgegangen ist. Und die fangen jetzt an, mir zu schreiben und sagen, was ist da los, was ist da los. Also Leute, das ist, was wir heute machen hier. Das hat Impact. Das ist wahrscheinlich, wie gesagt, meine Überzeugung ist, es ist das beste Programm gewesen, das wir hätten haben können. Dass die Polizei hier so rechtswidrig eingestritten ist, gerade noch Thorsten Schulter abgeführt hat. Wir haben alles live, ihr habt alles hier mitgekriegt. Ja, es waren 32.000 Leute, die haben das live gesehen. Unglaublich, was hier passiert ist heute. Ich glaube, das hat deutlicher nicht zeigen können, was in Deutschland los ist. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, da wird es schwierig, aber wir sind zum Glück viele. Und was heute hier los gewesen ist, schaut euch an hier, auf der legendären Straße des 17. Juni, hier in die eine Richtung runter, da fahren die Polizeiwagen da vorne, die Bühne, die legendäre, seht ihr, ganz da vorne. Und auf dieser Seite hier die Siegesäule, die legendäre. Ja, meine Lieben. Das war alles voll. Das war voll bis nach da hinten. Das war voll bis hinter zum Brandenburger Tor, was wir da sehen können. Ja, und dann so weiter raus und die Leute kamen nicht mal mehr rein. Also, was hier heute los war, damit hat keiner gerechnet. Ich persönlich war einer der Menschen, ihr habt es wahrscheinlich gehört bei mir auf YouTube. Ich habe gesagt, ey, wenn wir Glück haben, machen wir 50.000, vielleicht 100.000, wenn wir Glück haben. Dann habe ich gestern gehört, 1800 Busse. Da dachte ich mir schon so, okay, 1800 Busse, wow, das macht was aus. Und dann auf einmal höre ich, dass die Hälfte der Menschen mit dem Zug kommt. Dann kamen die noch alle rein. Dann habe ich gehört, dass die Leute im Stau auf der Autobahn draußen sind. Dann habe ich auf dem Weg hier hoch, an jedem Supercharger, an dem ich angehalten habe, haben mich die Leute erkannt. Dann dachte ich, das kann was Großes werden. Und dann schreiben heute Morgen die ersten Leute zu mir und sagen, um 11 oder was sind 500.000 Leute da. Ich sage, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Da komme ich her, da höre ich 800.000, da kommt die Polizei und sagt 1,3 Millionen. Und jetzt, wenn wir gerade hier drüber sprechen, jetzt haben sie den Anwalt, jetzt haben sie den Markus festgenommen. Schaut euch das an, hier kommt er. Der Markus Heinz? Ja. Ah, auf uns zu. Das gibt es ja nicht, Leute. Nein, Markus Heinz. Schaut wie da? Oh nee, bitte nicht da. Mein Name ist Markus Heinz, Wohlhaft, der Theseus-Schwarz, 88, 89075 Ulm, Geburtstag 1.8.2020. Was heute ist? Nein, was heute ist, ihr habt alle meine Daten, was wird hier vorgeworfen? Ja, ich versuche, pass auf, ich muss weiter von jetzt laufen. Markus, werden die Schmerzen zugefüllt? Nein, die werden die Schmerzen zugefüllt? Oh, sorry. Schande. Ein Schandfleck. Und jeder Polizist, der dabei ist, jeder Polizist, der dabei ist, werden wir zur Verantwortung kriegen. Wir haben jede Dienstmarke, wir haben jede Nummer, jede Nummer. Schäme euch, schäme euch, schäme euch, schäme euch. Hey, weg. Hey, Burschmann. Oh, Leute. Schäme euch, schäme euch. Wahnsinn, Wahnsinn, was hier passiert. Absoluter Wahnsinn. Also, jetzt haben sie Leute hier aufgehalten mit Gewalt, darf hier nicht durchgehen, also hier an dieser kleinen Wand und außenrum kann man gehen. Also, es ist an Absurdität, nicht mehr zu überbieten, Leute, was hier gerade abläuft. Das habt ihr jetzt gerade gesehen auf dem Stream, der eine Polizist hat den anderen zurückgeschubst, ja, und es ging um, wenn ihr das mal anschaut hier, um diese kleine Wand von fünf Polizisten, die ihr hier vorne seht. Und außenrum kann man einfach laufen hier, außenrum. Ich bin da gerade dahinter gelaufen. Und dann einfach Gewalt anzuwenden, das ist abnormal. Also, Wahnsinn. Und auch hier gerade, ihr habt es gerade gehört von Markus selber, jetzt haben sie ihn abgeführt und er weiß nicht, was ihm vorgeworfen wird. Er ist Anwalt, ja. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Wow. Jetzt laufen wir hier schon fast zur Siegessäule, sind wir fast schon dort. Ich werde jetzt Stück für Stück, werden die Leute wegzessiert. Ich werde jetzt nicht hintergehen zu Markus. Der hat seine Leute bei sich. Ich gehe jetzt zurück zur Bühne, weil, ja. Na, na, komm, lass uns zurück zur Bühne gehen, ne? Ja, genau, deswegen. Aber wo ist Mira? Mira ist hinten an der Bühne. Wo ist deine Mira? Ist irgendwo hier? Ja, das Problem ist halt, wir müssen jetzt aufpassen, weil der Punkt ist halt bei uns, also bei mir ist es zumindest so. Danke, mein Lieber. Sag schöne Grüße hier an alle. Danke für euch beide für eure Energie. Danke, schönen Abend. Und deine tollen Videos. Danke, schön, dass du da warst. Ja, merci. Wir müssen aufpassen, weil unsere Mädchen sind ziemlich aufgeschmissen ohne uns. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Aber was hier heute abläuft, ist absoluter Wahnsinn. Also unglaublich. Kann man nicht anders sagen. Bin mal gespannt. Ich werde mit Thorsten Schulte, bin ich in Verbindung. Markus, wir werden gucken, was dabei rauskommt, was sie vorwerfen. Es wird hier viele Prozesse geben aufgrund dieses Tages heute. Unglaublich. Da sind Menschen, die wissen sich zu wehren. Was da heute passiert ist, also Nana läuft hier gerade mit mir zurück. So ist es aus, auf jeden Fall. Aber jetzt kommt meine Zeit. Nachts ist meine Zeit, da findet man mich nicht so schnell. Ja, nur wenn er lacht. Wissen, Humor ist er. Check, vielen Dank. Hey Leute, schön, dass Sie da warten. Danke. Es ist krass, dass wir jetzt die Schlüsselfiguren rausholen, um uns ganz stark zu schwächen. Aber wir geben die auf. Klar. Toll. Klar. Ist so toll heute. Aber es ist auch irgendwie so krass gewesen. Wir sind extra nochmal zurückgekommen, weil du den Livestream hier gemacht hast. Ja, Wahnsinn. Seht ihr das, Leute hier? Ja. 31.500 Leute sind online. Hallo. Wahnsinn. Was wir heute erreicht haben, ist besser. Macht heute. Machen wir. Machen wir. Also was wir heute erreicht haben, war besser als jedes Programm. Weil das ist, es war richtig deutlich mit allem und so weiter. Leute, danke, dass ihr da wart. Danke, gerne, gerne. Jederzeit. Danke. Ich finde euch alles Gute, ne? Danke, dass ihr da wart. Danke euch auch. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute, meine Lieben. War's gut. Ciao, ciao, ciao. Leute, ihr seht's hier. Schaut euch an, die Menschen. Schaut euch an, was hier für ein Klima herrscht. Wo ist Gewalt hier? Wo ist denn rechts oder links? Was für ein Blödsinn? Ich kann's nicht mehr hören. Da sitzt sie. Schaut hier. Hier sitzt dem Nana seine Mira. Ja, deine Mira suchen wir jetzt. Ja, wir müssen jetzt die andere Mira suchen. Auf geht's. Und der Nana mit seinem güldenen Zepter. Ja, natürlich, können wir machen. Ich stehe hier im Hauptbahnhof. Lissi, danke schön für deine Unterstützung. Merci. Schaut, Nana ist hier. Ich gehe jetzt mal kurz mein Mädchen suchen. Nana ist hier. Ja, die Gülder. Vielen Dank. Die Mädchen. Frohe Natur. Sehr gut. Ah, toll. Danke dir, Mann. Hallo. Hi, grüß dich. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Sag schöne Grüße an alle hier. Ja, schöne Grüße an alle. Super, seht ihr, meine Lieben. Super, danke dir, Mann. Ich wünsche dir alles Gute. Ihr seht hier, hier sind keine Menschen, die... Freiheit. Hier sind keine Menschen, die Böses im Sinn haben. Und es ist Wahnsinn, was hier heute passiert ist. Also, was soll ich sagen? Wir laufen hier, schaut. Hier seht ihr die Bilder jetzt aus Berlin, live. Nana vorne am Laufen mit seiner Frau. Und... Samuel, Hammer, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Was heute passiert ist, ist unglaublich. Was heute passiert ist, ist unglaublich. Immer noch live, 31.100 Menschen. Unglaublich. Leute, ihr seid unglaublich. Ja, bei mir drauf. Live jetzt hier. Ich bin seit fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden live. Ja, hier, Leute, schaut. Ganz liebe Grüße. Hier, 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 da. Seht ihr es? Wir sind alle noch hier. Ich bin mal gespannt, was passiert mit Thorsten Schulte und so weiter. Wahnsinn. Also, was soll ich sagen? Also, meine Lieben, ich habe noch nie in meinem Leben so... Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie mehr so einen Stream machen. Nie mehr. Ja, weil das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Unglaublich. Schaut euch die Menschen an, die hier gehen. Markus wird nie mehr so einen Geburtstag haben. Ja. Ciao, Leute. Schaut hier. Schaut euch das an. Danke. Danke, dass ihr da wart, Leute. Alle sind ins Internet rein. Ja. Danke, Leute. Und beim nächsten Mal sind wir drei Millionen. So sieht es aus. Macht es gut, ihr Lieben, ne? Jawohl. Danke, Mann. Danke, Mann. Hier, willst du meine Zuschauer grüßen? Wir sind 30.700 live. Sauber, Leute. Seht ihr, jeder Einzelne zählt. Und schaut mal hier vorne, vor der Bühne. Leute stehen immer noch da. Seht ihr das? Dankeschön, Lizzy. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Schaut euch das an. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut sehen, weil es wackelt. Weil ich den Gimbal ja nicht mehr habe. Ich habe allerdings die Powerbank hier. Und die ist auch noch richtig hart. Also, die läuft hier richtig gut durch. Aber ist noch ganz voll. Das heißt, ich kann noch lange für euch on bleiben. Ich denke mal, vor dem Reichstag wird nicht mehr viel sein. Weil als der Markus Schulte zurückkam, da hat er dann wahrscheinlich, als der Thorsten Schulte zurückkam, hat er wahrscheinlich dann den Reichstag, war die Veranstaltung da beendet oder was? Ciao. Ciao, Leute. Schaut euch das an. Die Leute gehen langsam. Hier stehen immer noch Richtung... Ciao. Ciao, macht's gut. Die Leute stehen immer noch hier. Schaut euch das mal an. Stehen immer noch hier Richtung dem Brandenburger. So, Jana, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Schaut euch das an. Die Leute stehen immer noch da. Sind immer noch nicht weg. Unglaublich. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Unglaublich. Ich weiß nicht, wo Michael Ballweg ist. Ich weiß nicht... Also, ich meine, klar, Thorsten und Dings sind jetzt abgeführt worden. Aber ich meine, das ist eine lächerliche Nummer. Bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Folgen oder was haben wird. Er wird uns ja wahrscheinlich sehr genau auf dem Laufenden halten. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich mein Mädchen finde. Schön wäre es. Drei Stunden Moderation. Auf jeden Fall. So, mal gucken. So, ich laufe mal kurz da hinten in den Backstage. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Nana und Mira kommen mit, um die andere Mira zu sehen. Der Mann muss Peter Klöppel ablösen. Aber das Licht wird schlechter. Ich weiß nicht, den Nana kannst du gar nicht mehr sehen. Ich kann mich nicht mehr sehen. So, die Zähne. Was ist denn, Markus Heinz kommt da noch hin? Nein, er verhaftet worden. Markus Heinz wachte dort. Wir sind weggefahren mit ihm. Wir gehen jetzt zum Bundeskanzler. Alle weggefahren mit ihm. Alle weggefahren mit ihm. Wir wissen nicht. Die THW soll doch jetzt Wasser bringen. Ich weiß es nicht. Hat der Saalmann mir gesagt, die sollen von der Sieg-Solle kommen. Und kurz danach, weil jemand das bestätigt hat, haben sie den Schulte verhaftet. Ist das, Leute. Markus Heinz. Rose of Avalon, vielen Dank. Dabei war die Deeskalation abgesprochen mit der Polizeiführung. Wir haben gesagt, Markus Heinz hat gesagt, wenn das Wasser hier ist, löse ich sofort die Demonstration auf, beziehungsweise das sind Teile, den restlichen Teile mit, die sollen nach Hause gehen. Das war die Absprache. Ja, wahnsinn. Das ist nicht eingehalten worden. Das ging, hat provoziert. Sie haben den Torten-Schulte verhaftet, dann haben sie Markus Heinz verhaftet, dann ist der andere, dann haben wir ein bisschen. Und wir warten jetzt eigentlich auf Wasser, weil das angeblich sollte vom Brandenburger Tor von außenrum zur Sieg-Solle und von der Sieg-Solle herkommen, weil hier ist ja alles leer. Wahnsinn. Und das Wasser kommt nicht, Leute. Kommt nicht. Vielen Dank für eure Unterstützung, Wahnsinn. Also Wasser nicht da. Danke, aber für deine... Oh, ich habe es gestolpert. Danke für deine Info. Super. Meine Lieben, also, Wasser ist nicht gekommen. Na, ich habe mein Mädchen gefunden. Da steht's. Da steht's. Fertig. Schaut hier. Ist ganz schön müde, aber immer noch 30.000 Leute sind noch da, Schatz. Die haben Markus... Die haben den Schulte verhaftet. Haben den Markus verhaftet. Sie haben mich fast umgerannt, als Sie den Markus verhaftet haben. Ich stand hier. Wahnsinn. Und den einen haben sie umgehauen. Ich glaube, der Polizist hat den richtig umgeschlagen. Ja, da vorne sind schon die Sanitäter. Ich weiß nicht, ob das... Wow. Ja, aber den können wir ja nicht filmen. Das macht man nicht. Thorsten Vogel, vielen, vielen Dank. Lars Linienthal, vielen, vielen Dank. Unglaublich, was ihr heute absieht. Wahnsinn. Ja, aber Schatz, ähm... So, wir machen uns jetzt... Ja, Nana ist auch schon am Start. Wir machen uns los. Danke, Leute. Echt Wahnsinn, was ihr heute geleistet habt. Unglaublich. Und jetzt noch... Ja, aber leider nicht... Ja, nicht bis zum Ende. Du, machst so ein Ding auch und dann... Aber schau, ganz wichtig, was wir heute erreicht haben, glaube ich, hat mehr Eindruck gemacht als das beste Programm. Ja, aber in den Medien wird nichts davon. Das ist alles... Ja, ich hoffe es. 30.000 Leute live seit 5 Stunden auf YouTube wird das Ding viral gehen. Und morgen überhaupt alles rausholen. Natürlich. Also Leute, ihr seht, jeder Einzelne hilft hier mit. Die Leute, die wollen wahrscheinlich Mut verlieren, aber wir haben heute Großes erreicht. Es gilt für euch, es gilt für uns alle hier. Und gilt auch für dich. Vielen Dank, Mann, dass du dabei warst. Schönen Abend. So, meine Lieben, wir laufen los. Wir laufen los, wir laufen los. Schatz, hast du alles... Schaut euch hier. Da hinten stehen sie immer noch. Anna Purna. Vielen, vielen Dank. Danke, Mann. Schönen Abend. Vielen Dank für alles. So, wir laufen los mit Nana, mit den beiden Miras. Jetzt müssen wir mal gucken... Ja, genau. Boah, Lennfrost. Ameise. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für das, was ihr hier abgezogen habt heute. Also, mein Resümee heute. Philipp, danke. Und da kommen die ersten... Da ist er, Michi Ballweg. Leute, ihr wolltet wissen, wo er ist. Hier ist er. 30.000 Leute live. Michi, wo warst du? Wir waren kurz im Park unterwegs. Dann bin ich mal zum Brandenburger Tor runtergelaufen. Und hab zwischendrin noch ein Interview mit der Bild-Zeitung gemacht. Ach was. Die gedacht hat, es wären nur 20.000 gekommen. Und jetzt haben wir halt mal so die Bilder von der Love Parade verglichen mit den... äh, äh, mit den Bildern von heute. Und das sieht eigentlich identisch aus. Wahnsinn. Und, ähm, von daher wissen ja jetzt alle, Berliner zumindest, oder alle Love Breaker, was hier heute los war. Also, Thorsten, Schulte haben Sie gerade abgeführt. Der Markus ist auch weg. Wahnsinn. Äh, meine Frau guckt daheim den Livestream. Äh, dein, genau. Wahnsinn. Leute, das ist Wahnsinn. Und von daher... Also, noch sind wir da, noch sind wir da. Genau. Und ich zeig dann auch. Wahnsinn. Ja, ich sag euch, Leute, also in dem Sinne. Also, ich kann nur sagen, was wir heute erreicht haben hier. Ein Megatag. Ach, es ist ein Megatag. Wir haben, glaube ich, es war besser als jedes Programm, was heute abgelaufen ist, glaube ich. Ja, genau. Also, und dieser Mann hier hat alles möglich gemacht. Der ist auch schon durch viel Dreck gegangen. Aber vielen, vielen Dank, Michael Ballweg. Ja, ich schicke euch schöne Grüße. Absolut. Liebe, immer ins Herz gehen. Super. Und wir sind, wir hören nicht auf. Es geht weiter. Es geht weiter. In diesem Sinne. Schön, dass ihr da wart. Michael hat, glaube ich, das Wort zum Ende gegeben. Ich werde noch zwei Sätze sagen. Ihr könnt noch dranbleiben, wenn ihr wollt. Und wir seht uns in Stuttgart. Nächste Woche, oder was? Genau. Am 8.8. in Stuttgart, meine Lieben. Da geht's weiter. In diesem Sinne. Michi, dank dir ganz herzlich. Wir sehen uns. Gerne, gerne. Alles gut. Ciao, ciao. Wo ist Nana hin? Ist er schon weitergegangen? Äh, nee. Ah, Nana. Der will auch noch ein Interview machen mit Michi. Leute, seht ihr, der Mann. Aber ich lasse mich noch mal kurz mein Resümee geben, jetzt zum Schluss. Also, meine Lieben. Wir sehen, ähm, wir müssen uns entscheiden, was wir machen wollen für die Wahrheit. Wir müssen uns entscheiden, wie weit wir gehen wollen. Weil das, was heute passiert ist, das kann jedem passieren. Es werden systematisch die Menschen rausgenommen. Und ihr habt die Rede gehört von Thorsten Schulte. Ihr habt die Rede gehört von Heiko Schrang. Diese Menschen haben heute nichts gesagt, was aufhetzt. Die haben nichts gesagt. Danke, Thomas, für deine, danke für deine Spenden. Danke, danke. Was heute los ist. Das passt nirgendwo rein. Das ist nicht mit Recht oder mit irgendwelcher Logik oder was zu vertreten. Ähm, ich laufe mal ein bisschen ins Licht, damit ihr euch besser sehen könnt. Ähm, und, ähm, die Tagesschau, die Bild-Zeitung hat eben gerade für Michi Ballweg gehört. Dankeschön für deine Spende. Wer war es? Hier, Heidi. Heidi, vielen Dank, Heidi. Was ihr gerade gehört habt. Die Bild-Zeitung sagt, Mensch, ähm, ihr habt 20.000 Leute da gehabt. Ähm, Danny, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die Leute bringen mir ihre Powerpacks, damit ich weiter streamen kann. Ähm, die Leute teilen das Wasser untereinander. Die Polizei hält das Wasser zurück. Was haben wir heute nicht alles für Dinge erlebt? Jetzt sind wir ja am Abend auf der Straße des 17. Juni. Ähm, ich konnte zwar nicht sprechen, aber das, was heute passiert ist, ist, glaube ich, ähm, das, was heute passiert ist, ist, was soll ich sagen? Ich kann es in Worte nicht fassen. Claudia, vielen, vielen Dank für alles. Ähm, ich bin jetzt langsam mit meiner Kraft wirklich durch. In 5,5 Stunden waren wir jetzt live. Es ist unglaublich, ähm, dass ihr so viele seid, dass ihr alle hier seid, ähm, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Ähm, jetzt bauen die fleißigen Jungs hier hinten noch diese ganze Bühne ab. Ähm, ihr habt es vorhin gesehen, der eine hat sich ein bisschen geärgert, dass er nicht wie ein Programm durchgekommen ist. Aber, hey, ähm, versteht ihr, wir haben heute Großes geleistet. Alle, die hier waren, haben Großes geleistet. Ähm, und jetzt werden wir mal schauen, dass wir ein bisschen Abendruhe finden, dass wir, ähm, noch ein bisschen vorwärts kommen, ähm, mit den Leuten nochmal sprechen, was wir machen können. Nächste Woche geht es weiter, ja, ihr seht auch hier, schaut, ich drehe mal kurz um. Die zwei sind auch noch hier heute. Komm, einmal kurz einen Gruß loslassen an unsere treuen Leute, die da waren. Danke, dass ihr da wart heute. Hallöchen, liebe Grüße an alle, es war unglaublich, so viele hätten wir, glaube ich, niemals gedacht. Glaube ich auch, habe ich auch nie gedacht. Das nächste Mal bitte zwei Millionen, jeder einen mitbringt. Jeder, so sieht es aus. Ihr seht also, der Geist hier ist Wahnsinn, also vielen Dank euch, dass ihr da wart, ne, bis zum nächsten Mal, alles Gute euch. Danke, danke, macht's gut ihr Lieben, ne, schönen Abend euch, ciao. Ja, ihr seht Freunde, was hier los ist, ist unglaublich, die, ähm, die Empathie, ja, die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Wahrheit, ist das, was dominiert. Wir müssen uns auf die Suche begeben, es ist eine interessante Woche. Danke schön, Andreas, danke schön, Theo, danke Peter, äh, ich komme gar nicht hinterher. Leute, ihr seid absoluter Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Ähm, es geht jetzt darum, dass wir ja nächste Woche, ähm, anfangen, ähm, die Vorträge zu machen mit meinem Vater, die gehen ab Sonntagabend los. Ähm, wo es oft war, was, 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 was die Wahrheit ausmacht, warum die Wahrheit für uns so wichtig ist. Dieses Seminar geht über fünf Tage, wer möchte, kommt ins Emmental, ähm, der Eintritt ist frei, ähm, ihr könnt dort, könnt dort vor Ort sein, ich werde auch da sein, nur die letzten beiden Tage, weil ich davor nochmal in der Schweiz drei andere habe. Bobo Goman, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, ähm, und auch Wladimir, vielen Dank. Ähm, aber diese Vorträge sind ganz wichtig. Wir müssen verstehen, wer wir sind, dass man uns nicht irgendwas erzählen kann. Wir müssen verstehen, wie wir funktionieren. Wir müssen verstehen, woher Gesundheit kommt. Wir müssen verstehen, warum das, was hier passiert, nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Warum wir keine Ahnung haben über das, was wirklich wichtig ist. Deswegen erzählt man uns, die Gesundheit wäre das Alleroberste. Aber ihr seht hier, die Leute, die heute da waren, keiner von denen hat ein Problem mit seiner Gesundheit. Alle, die Leute hier waren, haben gesagt, dass Friede, Freiheit, Glitzer im Kopf, vielen Dank, Friede, Freiheit, Liebe, diese Werte sind wesentlich wichtiger als die Gesundheit. Die Gesundheit kommt dahinter. Und wenn wir diese Werte mit Füßen treten, dann haben wir als, als keine Zukunft, keine Zukunft. Flo Jäger, vielen, vielen Dank. Haben wir keine Zukunft als Gesellschaft, haben wir keine Zukunft als Menschen auf dieser Welt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, wer wir sind. Ich glaube, wir Menschen wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht mehr, wie wir funktionieren. Deswegen kann man uns erzählen, was man möchte. Und wir kommen und wir sitzen alle da und nicken mit dem Kopf, weil wir es selber nicht besser wissen. Aber wir haben jetzt alle die Pflicht, die Wahrheit zu suchen. Ihrem vielen, vielen Dank, Franzen, Ihrem Franzen, vielen Dank, Kathrin, vielen, vielen Dank. Unsere Pflicht ist es, die Wahrheit zu suchen, die Wahrheit zu finden. Christus hat gesagt in der Bibel, wer mich sucht, der wird mich finden, wenn er mich von ganzem Herzen sucht. Die Wahrheit, um die es wirklich geht. Und diese Wahrheit wird uns alles geben, um die es geht. Es wird uns die Wahrheit geben über uns selbst, die Wahrheit über die Gesundheit, die Wahrheit, wie Menschen funktionieren, die Wahrheit, wie wir miteinander umgehen können. Es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist mir nicht überzeugt von außen, sondern tiefsten, tiefsten Herzen. Und wir müssen über diese Dinge offen sprechen. Es geht mir darum, dass wir aufhören, in Kategorien zu denken, rechts oder links. Es geht mir darum, dass wir aufhören, Hass zu sprühen. Und auch heute, in ein paar Situationen, ihr habt es gehört. Dankeschön, Kathrin. Dankeschön, Max. Dankeschön, der Mattes. Ihr habt es heute gehört. Es gab da, stellenweise gab es da Rufe von wegen und schämt euch und was auch immer alles. Das ist alles schön und gut. Aber die Polizisten haben dann Angst bekommen. John Dickinson, vielen Dank. Die Polizisten bekommen dann Angst. Und dann fangen sie an, defensiv zu werden. Und werden dann natürlich auch Olli, Olli, vielen, vielen Dank. Werden dann natürlich auch Alexander, vielen, vielen Dank. Und werden dann natürlich auch ein bisschen, also verteidigen sich und werden dann aggressiv. Conor Tronix, vielen, vielen Dank. Und haben dann heute auch diesen Mann umgeschlagen, weil sie gemerkt haben, wir kommen hinterher, wenn wir alle ruhig gewesen wären. 50 Schweizer, Bert, vielen, vielen Dank. Bert, vielen, vielen Dank. Die haben dann angefangen, den Mann umzuhauen, weil sie Angst hatten, dass wir gewalttätig werden. Logan, vielen, vielen Dank. Wir müssen daraus lernen. Jackie, vielen, vielen Dank. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Wir können nicht Gewalt, Bertram, vielen Dank, propagieren und auch nicht ausschreien. Auch nicht dann, wenn die Leute böse werden. Ihr habt gesehen, Torsten Schulte ist mitgegangen, ohne sich zu wehren. Da waren die Polizisten ruhig. Wenn wir dann hinterherlaufen und alle schreien, dann ist das Problem, dass die Polizisten Angst bekommen. Es sind auch nur Menschen, die wissen, dass da Hass ihnen entgegenschlägt. Und was werdet ihr denn? Habt ihr die Leute da gesehen? Da sind teilweise Menschen dabei, die sind gerade mal 20, 25 Jahre alt. Junge Leute. Die haben das wahrscheinlich nur in ihrem Leben noch nicht wirklich gemacht. Jetzt sind diese Gesetze erlassen worden. Manuel, vielen Dank. Jetzt sind diese Gesetze erlassen worden hier in Berlin, wo die Polizei eigentlich keine Rechte mehr hat. Annette, vielen, vielen Dank. Diese Menschen sind genauso in Bedrängnis. Und ich hab's in ihren Augen gesehen, als wir heute drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, Leute, denkt doch nach, was ihr tut. Schaut euch in die Augen gegeneinander und schaut an, was ihr hier tut. Diese Menschen, da siehst du, dass es in denen rumort. Ja, Lothar, vielen Dank. Katrin, vielen, vielen, Karin Roth, vielen Dank. Angelika, vielen, vielen Dank. Leute, wirklich, vielen Dank. Dass es in diesen Menschen rumort. Dass es in den Menschen zum Nachdenken kommt. Es wird der Tag kommen. Da werden einige von denen kommen und werden auf unsere Seite gehen. Guck mal im Hintergrund. Seht ihr diesen hier? Ja, genau das ist es. Darum geht's. Es geht um Liebe und um nichts anderes. Ja, und sind wir bereit, auch dann, wenn die Leute uns verhaften, wenn die Polizei uns abführt, dass wir nicht aggressiv werden. Art, vielen Dank. Dass wir nicht aggressiv werden. Dass wir trotzdem defensiv bleiben. Dass wir in Frieden hinterherlaufen. Die Leute filmen und aufs Gewissen einreden. Aber nicht schreien. Nicht ankommen und so weiter. Maximilian, unglaublich, vielen Dank. Kula, merci, vielen Dank. The Storm, vielen Dank. Ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Ist ja Wahnsinn. Nee, dass wir dann auch in Liebe bleiben. Selbst wenn man uns Unrecht tut. Darum geht's, ja. Und auch heute, ich hab hier meinen Nana. Ja, das Sana noch hier. Endlich sieht man mich wie am Licht. Ja, genau. Was ich gerade sagen, ja. Bianca, unglaublich, vielen Dank, ja. Ich will auch noch mal kurz Danke sagen, bei Miras warten hinten, wo wir unser Essen mit dir genießen und Fanta können. Ich würde sagen nochmal, an das ganze Netzwerk von Samuel Eckhardt, ihr seid seit so vielen Stunden live. Und ihr seid echt, was ich immer sehe, Herzchen, Spenden. Einfach nur voll lieb und positiv. Und findet das gut, was ihr macht. Ich bin echt impressed. Und ey, Chapeau. Ja. Chapeau. Bei mir steht's auch auf allen Kanälen. Und möchte auch nochmal ein Herz euch zeigen. Aus Köln war letztens, check, bang, Sammel am Start. Ich gehe jetzt zu meiner Mira, Sammelkogler, zu seiner Mira. So sieht's aus. Bitte folgt ihn auf seinen Kanälen. Ihr könnt auch gerne bei mir vorbeischauen. Nana Lifestyler. Wie Lifestyler nimmt er? Lifestyler. Da gibt's diese Power, Power, Power und Good Vibes immer. Kostolinox, Dankeschön, danke. Nana ist raus. Ich melde mich auch ab, meine Lieben. Vielen Dank. Karin Holzinger, Dankeschön, dass ihr dabei wart heute. Danke, wir haben jetzt 340 Minuten Livestream. Dankeschön an alle, die spenden hier. Unglaublich. Ralf Oswald, wer gerade davor war, habe ich gar nicht mehr gelesen können. Ihr seid alle nicht mehr normal. Ich bedanke mich vor das tiefstem, tiefstem, tiefstem Herzen. Und jetzt ist es die Zeit gekommen, euch Gute Nacht zu sagen. Danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es sind immer noch 24.000 Leute. Absoluter Wahnsinn. Oh, ich sehe gerade hier, Markus kommt zurück. Das nehme ich nochmal kurz mit drauf. Ja? Hat gesprochen. Markus, gib mir kurz ein paar Worte. Ich muss erst auflösen, dann können wir gerne... Ach so, ach so, okay, gut. Markus muss auflösen. Michael ist da. Michael ist da. Ja? Also ihr seht, er ist wieder da. Dankeschön, Dankeschön für unsere Unterstützung. Herzlichen Dank. Also, Markus ist wieder da. Was ist mit Thorsten? Thorsten ist noch nicht frei. Thorsten ist noch nicht frei. Markus ist wieder da. Markus ist frei, weil es ein Missverständnis war. Was denn? Ich habe gerade mit dem Anwalt geredet. Moment, Menschen fischen. Vielen Dank. Was hat der Anwalt gesagt? Also, ein Anwalt hat dem Markus jetzt geholfen, da rauszukommen. Der Markus ist aber auch Anwalt. Der Markus hat deeskalierend geredet. Er hat gesagt, Leute, bitte löst euch auf, geht weg. Gehorcht jetzt quasi mal der Polizei. Deeskalierend hat er gewirkt. Aber der Einsatzleiter hat einen Fehler gemacht. Der Einsatzleiter hat darunter irgendwas wie eine Kundgebung, sowas verstanden. Und ihn dann abgeschleppt. Und nachher wurde das aufgearbeitet. Und die Polizei hat den Fehler zugegeben. Und ruckzuck war Markus wieder weg. Alles klar. Oh, jetzt kam hier gerade auch wieder nochmal eine Horde Polizisten. Hey, ich bin der Samuel. Ich bin der Samuel. Genau, Leute, kommt. Sagt kurz Hallo. Thorsten hier sind alle noch da. Ja, alles gut. Meine Lieben, seht ihr, wir sind alle noch hier. Schaut hier, es ist die Polizei. Es läuft jetzt hier gerade wieder rein. Meine Lieben, schaut euch das an. Wir gehen nochmal kurz um die Bühne rum. Ich wollte eigentlich schon Schluss machen. Dann passiert immer irgendwas. Seht ihr? Ich möchte das ja für euch noch festhalten. Schaut, danke LL. Wahnsinn. Dankeschön. Picnic. Dankeschön, Leute. Ihr seid echt nicht mehr normal. Wahnsinn. Also hier sind immer noch Menschen da. Schaut euch das an. Schaut auf der Straße runter zum Brandenburger Tor. Es sind immer noch Menschen da. Unglaublich. Unglaublich. Also, ja, Markus ist wieder zurück. Er ist anscheinend schon frei. Thorsten Schulte noch nicht. Wir werden mal schauen, was da los ist. Ich wollte ihn gerade nochmal sprechen, aber jetzt kommt Markus hier. Der wird jetzt gleich wahrscheinlich reden. Die winken schon. Ja. Ich gehe mal kurz für euch hinten rum, dass wir direkt mit ihm reden können. Weil ich kann ja rein. Habe ja mein Bändchen. Honky. Honig. Dankeschön. Dankeschön, mein Lieben. Also, ich laufe mal kurz hinten rein, damit ich euch sagen kann, was er sagt. Ich glaube, er muss jetzt die Demo auflösen. Das ist der Stand der Dinge, den er tun muss. Meine Mädels, die Mira und die Mira stehen da hinten an der Laterne. Das ist schon mal gut. Da weißt du, die Frau hat keine Probleme. Dann ist das schon mal, bist du als Mann immer gleich wesentlich entspannter. Oh, Entschuldigung. Es ist ja eine Technik. So, Leute, da hat es gerade ein bisschen gescheppert. So, warte ganz kurz. Ich will noch einen Satz mit Markus, okay? Gehen noch fünf, drei Minuten. Nein, nein, nein. Hier, da ist er. Okay, ja, ich kämpfe ohne Frauen. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Räder, aber ich verstehe natürlich. Ja, ja. So, Markus wird jetzt wahrscheinlich gleich sprechen zu den Leuten. Er ist ja wieder da. Da ist er, da vorne steht er. So, jetzt gehen wir mal hin. So, da sind wir. Wauwau, vielen Dank. Keine Sorgen. Was stand? Liebe Leute, was hier passiert ist, das hätte ich mir nie so vorstellen können. Lass uns mal ein bisschen zur Seite gehen. So. So, meine Lieben, schaut sie euch an, die zwei. So, meine Arme fallen bald ab, aber das muss ich noch immer noch mitnehmen. Da seht ihr, der Michi und der Nana. Was für ein Tag, Leute. Geschichte geschrieben, 1. August, nicht vergessen. Eintragen, postet es in den sozialen Netzwerken, die echten Zahlen. Das wäre ein schönes Geschenk für Querdeck, Sieme und für alle anderen Inselteilen. Absolut. Es wird der Tag der Freiheit. Es wird der Tag der Freiheit. Echt genauso. Leute, legendär. Alle, die hier waren, unglaublich. Ja. Wir müssen uns mal schauen, was hier los ist. Also, ihr habt es jetzt alle gehört. Also, Leute. Wenn wir ein Megafon haben. Megafon. 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 Megafon für die Polizei. Nein. Das soll nicht viel. Hat jemand noch ein Megafon? Jetzt bin ich nicht ein für die Polizei. Kann ich mir das gleich sein? Ja. Ja. Ich habe euch einen Polizisten erklärt, dass das nicht böse gemeint war. Ich bin der Film. Also, ich bin der Film. Leute, Achtung. Es ist jetzt bekehrt, mit euch alle nach Hause zu gehen. Nicht, weil ich hier eine Versammlung auflösen möchte, sondern weil ich eskalieren möchte. Deswegen bitte ich jetzt alle nach Hause zu gehen. Wir bauen hier ab. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Ich werde es auch noch in der Menge sagen. Und dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg. Also, bitte alle zeitnah. Dankeschön, Leute. Alle, meine Damen und Herren, bitte kein Applaus. Bitte einfach verlasst die Fläche. Es wird jetzt dunkel. Geht nach Hause. Wir haben hier heute unsere Botschaft gezeigt. Bitte gehen nach Hause. Und sagt es auch alle, dass ich darum gebeten habe. Und wir sagen es alle, und wir sagen es alle, ganz Deutschland und die Welt. So, Leute, wir haben noch ein paar kleine... Jetzt, Leute, ich bitte euch darum, jetzt nach Hause zu gehen. Bitte löst das hier auf. Bitte geht friedlich nach Hause. Wir haben das jetzt alles geklärt. Es war ein Missverständnis. Ich habe dem Einsatzleiter der Polizei gesprochen. Bitte geht nach Hause. Also, bitte filmt jetzt nicht mehr weiter. Bitte euch jetzt geht nach Hause. Weil ich euch darum bitte, weil ich nicht möchte, dass hier weitere Dinge eskalieren. Es ist jetzt 10 Uhr. Wir bauen ab. Bitte euch darum, geht nach Hause. So, Leute, ihr habt es gehört. Also, wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen nach Hause. Und morgen Mauerpark. Mauerpark morgen. Leute, bitte. So, Nana. Sind wir soweit? Ende. Heute ist die nächste Demo hier in Berlin. Alles klar. Gute Nacht. Schönen Abend. Wir gehen nach Hause. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, natürlich. Du darfst ein Foto zusammen machen. Ich könnte doch mal Hallo sagen. Hallo. Wie macht man das? Ich bin alt. Bist du alt? Pass auf. Du musst einmal die Kamera umdrehen hier. So. Und jetzt musst du es ein bisschen nach vorne halten, das Handy. Weiter nach in die andere Richtung. Nein, nein, nein. Weiter nach hinten. Nach hier. Da, wo meine Hand ist. Und jetzt einmal draufdrücken. für Michael Wallbeck. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, glaube ich. Habe ich. Da war es. Nochmal. So, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und da ist es. Danke schön. Ja, natürlich. Komm her. Auch gerne. Komm her. Machen wir noch mal Fotos miteinander. Jetzt sind alle live dabei. Ja, schön. Toll. Wieso geht es jetzt so lang? Zwei, eins. Jetzt, Achtung und. Tada. Super, ich danke dir. Ich danke dir auch. Tollab. Hallo, ein Foto hier. Einmal gut. So Leute, seid gleich wieder hier. Schau mal hier. So, sind alle da. Gerechtig. Danke. Danke. Mega, darf ich dich mal drücken? Ja, gerne. Super. Alles Gute, alles Gute. Schön, dass ihr hier wart. Ja, so sieht es aus. Vielen Dank. Alles Gute euch. Danke für alles, was ihr fühlt. Alles Gute. Gerne. Gottes Segen. Gottes Segen für alles Gute. Das ist auch gläubig. Vielen Dank. Freie Christen. Vielen Dank. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute, das war es. Aus Berlin heute. Mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Da hinten ist es. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt ist Schluss. Jetzt. Ah, da sind sie. Da, guck mal hier, die zwei, die wir da gefunden haben. Wo ist der Nana denn? So Leute, das war es von mir. Wir haben 350 Stunden durchgehalten. 360 sind sechs Stunden. Jetzt ist es durch. Vielen, vielen Dank für alles. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Wir sehen uns. Wir sehen uns sowieso. Wir sehen uns. Gute Nacht. Danke, dass ihr heute dabei wart. Heute war legendär. Macht's gut. Bis dann. Euer Samuel. Ciao. 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 Vielen Dank.